Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Hallo zusammen zur mittlerweile schon 19. Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. 19 ist ja mittlerweile schon eine ganz ordentliche Zahl an Episoden. Ich muss die Tage mal überlegen, ob sich Folge 20 bereits für ein Jubiläum eignet oder ob Folge 25 nicht passender ist. Ich glaube, 25 ist besser als 20. Gucken wir mal. Bevor das Gleiche mit dem eigentlichen Thema losgeht, eine kurze Vorbemerkung. Wenn man im Podcast redet, kann es logischerweise immer wieder mal passieren, dass man sich irrt oder etwas verwechselt. Also grobe Patzer fallen mir natürlich beim Schneiden auf und werden dann behoben. Kleinere Patzer lasse ich meistens drin, weil der Korrekturaufwand einfach zu hoch dann ist. So habe ich zum Beispiel in einer der letzten Folgen irgendwann mal Demeter gesagt, obwohl ich eigentlich per se von dem meinte oder umgekehrt. Also ich denke, dass ihr das dann beim Hören von selber merkt, dass ich mich da vertan habe. Und ich denke, dass euch auch klar ist, dass sowas beim freien Reden natürlich passiert. Nichtsdestotrotz werde ich immer wieder, wenn mir auffällt, dass ich irgendwo mich vertan habe oder dass sich meine Gäste oder Gästinnen vertan haben, das auf der jeweiligen Blogseite nochmal unten in den Kommentaren anmerken. Wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, wo ich mir denke, vielleicht verstehen die Hörerinnen und Hörer da nicht von selber, dass ich mich geirrt habe. Dann schreibe ich das da immer nochmal drunter. Also gerne immer wieder auch nochmal auf die Blogseite zu den einzelnen Episoden schauen. In der letzten Episode hatten wir ja ein Crossover mit Tanja und Peter von Trekkipedia zum Thema Archäologie in Star Trek, was mir super viel Spaß gemacht hat. Habe ich sehr gerne gehört, diese Sendung, obwohl ich mich selber eigentlich nicht so gerne reden höre. Hat mir gut gefallen, was die anderen drei erzählt haben, also Tanja, Peter und Eva. Heute knüpfen wir da in gewisser Weise an, weil ich euch heute einen anderen meiner Lieblingspodcasts vorstellen möchte, nämlich Jules Werns Erben. Es hat sich jetzt zufällig so ergeben, dass diese beiden Sendungen direkt nacheinander ausgestrahlt werden. Und das ist jetzt auch vorläufig die letzte Sendung dieser Art, bis sich wieder irgendwo ein Crossover anbietet. Na, die Terminkalender von allen Beteiligten waren halt zufällig so, dass wir jetzt so zwei Crossover-Folgen direkt am Stück hatten. Genau genommen ist das heute aber gar kein Crossover, denn eigentlich war ich als Gast bei Jules Werns Erben eingeladen, die freundlicherweise aber damit einverstanden waren, dass ich die Sendung dann auch bei mir veröffentliche. Denn das Thema der heutigen Sendung, habt ihr ja schon gesehen, ist Dan Simmons Ilium. Und das ist natürlich ein klassisches fantastischeantike.de-Thema, sodass es eben sehr viel Sinn hat, diesen Roman hier eben auch auf meinem Kanal zu besprechen. Tatsächlich handelte einer der ersten Blogbeiträge, die ich auf fantastischeantike.de veröffentlicht habe, von Dan Simmons Ilium sowie von der Fortsetzung Olympos. Das war am 21. Dezember 2017, habe ich gerade eben nachgeschaut, ist also schon fast vier Jahre her. Also wie gesagt, ein ganz grundlegendes Thema eigentlich für mein Projekt. Aber auf das Buch komme ich gleich wieder zu sprechen, bleiben wir für den Moment erst nochmal bei Jules Werns Erben. Damit ihr euch einen Eindruck von diesem Podcast machen könnt, habe ich deren Intro im Folgenden drangelassen. Dieses Intro ist übrigens meiner Meinung nach eins der coolsten Podcast-Intros überhaupt. Ich bin mal gespannt, ob euch das ebenso gut gefallen wird. Darauf folgt dann eine kurze Hörspieleinlage, mit der Jules Werns Erben, also das sind Raphael, Ralf und Jörg, ihre Produktion immer beginnen lassen. Also wundert euch nicht, wenn da so eine kleine Show-Einlage erstmal kommt. Und vergesst bitte nicht, auch einmal bei den Kollegen vorbeizugucken, da gibt es einige tolle Sendungen. Ich werde natürlich die Seite von Jules Werns Erben etc. alles verlinken auf der eigenen Blog-Seite. Die Shownotes findet ihr auch in ausführlichster Auflistung bei Jules Werns Erben, werde ich auch alles verlinken, findet ihr auf fantastische-antike.de. Ja, kommen wir noch ganz kurz auf das Buch zu sprechen, das heute im Mittelpunkt der Sendung spielen wird. Ilium ist ein, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, 2003 oder 2004 erschienener Roman von Dan Simmons, in dem der Trojanische Krieg mit einer Weltraumgeschichte vermischt wird, was zu einem ganz bemerkenswerten Ergebnis führt. Viel mehr sollte ich dabei jetzt, glaube ich, auch gar nicht zu sagen, da wir im Folgenden fast fünf Stunden über dieses Buch sprechen werden. Wenn ihr also dachtet, dass die letzte Folge vielleicht ein bisschen lang geworden sein könnte, dann macht euch mal auf was gefasst. Nur so viel vorweg, aus Sicht der antiken Rezeption ist dieses Buch wirklich bemerkenswert. Insofern hört bitte mal rein, würde mich freuen, wenn es euch gefallen wird. Ja, tauchen wir also ein in eine Geschichte über den Mars, über Posthumens, über Homer, Shakespeare und kleine grüne Männchen. Tauchen wir ein in Dan Simmons' Ilium. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich Willkommen bei Jules Berns R. Science-Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft. Ich sage immer noch, es ist eine gute Idee, dass wir Jörg integrieren in die Crew. Ich meine, ansonsten frisst er uns nur alles in der Brick weg. Aber, 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 aber überhaupt Platz für den? Wir haben ein großes Raumschiff-U-Boot und du bist nur eine kleine Flüssigmetallente. Du kannst dich überall hinpacken. Ich glaube, wir haben damit kein Problem. Das heißt, ich muss mich wieder klein machen und irgendwo verstecken. Nein, du kannst dich sogar noch größer machen. Ja, wenn wir genug Platz haben, aber, äh, welche Raumnummer habe ich der denn? Oh, 69, was weiß ich. Oh, 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 69, interessant. Na gut, aber ich kriege die 13 wieder. Ja, du kriegst die 13, ich die 17. Die Kabine des Käpt'n. Okay, wir sind ja auch schon da, wunderbar. So, Jörg, wir haben entschieden, was wir mit dir machen. Wir essen dich auf. Äh, äh, echt hier? Echt jetzt? Nein, wir essen ihn nicht auf. Och. Aber essen gehen ist eine gute Idee. Aber du brauchst einen Job auf diesem Schiff. Ich meine, wir haben schon einen Piloten und ich bin Techniker und der Käpt'n. Mhm. Aber was könntest du denn machen? Ich habe schon eine Idee. Okay. Wir nehmen dich für Recherche und Archive. Boah, cool. Das fehlte uns noch. Das kann ich. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist so, ja, auch einfach das, worauf wir keinen Bock haben. Aber um das zu feiern, gehen wir jetzt zum besten Griechen, den wir finden können. Das hört sich sehr gut an. Computer, sage uns, wo ist der beste Grieche und bringe uns direkt dorthin. Sterbliche, ihr wollt zum besten Griechen? Den werde ich euch zeigen. Das war nicht der Computer. Und wieso sind wir jetzt auf einem Planeten? Der ist alles so rot, ja. Was sind das da für komische Typen mit Bronzerüstung und Ländenschutz und Sandalen? Ja, aber ist doch auch egal. Wenn es hier leckere Weinblätter gibt, bin ich sofort dabei. Kommt, da hinten ist eine Stadt. Ich glaube, da gehen wir erst mal hin. Ja, nicht, dass die da uns noch pieksen. Guck mal, da brennt eine Kerze in dem Haus. Da gehen wir mal rein. Hallo, Soti. Drei gefüllte Weinblätter und drei Uso, bitte. Ungeross. Leute, zu essen gibt es hier leider nichts. Uso hätte ich aber. Uso klingt gut. Wer bist du denn? Ich bin Michael und ich bin hier als Scholiker tätig. Entschuldige, ist das was zu essen? Ach, egal. Aber Uso hast du auch. Uso habe ich genug. Hier ist unsere Karte. Erster Erbe, Raphael. Zweiter Erbe, Ralf. Recherche und Archiv. Georges Conner, kommt mir irgendwie bekannt vor. Egal, komm, lass uns trinken. Fünf Stunden später. Griechischer Wein. Griechischer Wein. Wie ist das? Ist die? Griechischer Blut in der Erde. Schönein. Schönein. So, mit dieser engelsgleichen, wunderschönen Gesangseinlage begrüßen wir euch nach unserer Sommerpause zur ersten richtigen Folge von Jules Werns Erben. Wer wir sind, der Esel und in diesem Fall der Käpt'n, nennen sich immer zuerst, ich bin der Raphael und am Steuer, der Mann mit dem Ausblick, die Ente der Kraft. Das ist der Ralf, der Pilot. Und zuständig für Recherche und Archiv ist ... Hier ist der Jörg, ich grüße euch. Und wir haben heute auch einen sehr gut schönen Gast und Hörer von uns dabei. Er darf sich mal kurz selber vorstellen. Hallo, hier ist Michael. Ja, Michael, was machst du so? Was befähigt dich dazu, dass wir gerade dich für diese Folge eingeladen haben? Ja, ich bin von Beruf Althistoriker, also arbeite primär über die alte Geschichte, über die griechische Geschichte und habe aber vor ein paar Jahren umgesattelt. Das heißt, ich mache weiter alte Geschichte, aber ich konzentriere mich jetzt darauf, wie alte Geschichte oder antike Mythologie in Science Fiction, Fantasy und Horror behandelt werden. Und damit ist das Buch, was wir heute besprechen, quasi ja genau mein Ding. Denn das Buch, was wir heute besprechen, ist das Buch Ilium von Dan Simmons. Und das sollte euch vielleicht bekannt vorkommen aus unseren kleinen Appetitanregern in den Adventskalenderfolgen. Und das Buch Ilium wurde geschrieben im Jahr 2003, ist hier in Deutschland 2004 rausgekommen. Und es geht im Endeffekt um Götter, Quantentechnologie, Cyborgs und Griechen auf dem vermeintlichen Mars. Ja. Wie sagten wir schon, das Buch ist von Dan Simmons geschrieben. Ein Mann, der in den letzten Jahren neben seinem tollen Buch Terror und vorher schon mit einem sehr schönen Buch den Hyperion gesenkt, beziehungsweise mehreren Büchern bekannt geworden ist. Allerdings auch durch etwas kontroverse Tweets bezüglich Trump. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Über Dan Simmons ist tatsächlich nicht so viel bekannt über sein Privatleben. Ich habe jedenfalls relativ wenig gefunden. Ich weiß nur, dass er 1984 in Peoria in Illinois geboren wurde. 48. Äh, 48, genau. Nicht 84, dann wäre er jünger nicht. Ein schöner junger Typ, ne? Ja. Und schon so viele Bücher geschrieben. Das ist er. Entschuldigung, mit fast 40 kann man noch, ne? Ja. Jemals hat er dann 1970 das College abgeschlossen und arbeitete 17 Jahre als Grundschullehrer und seitdem ist er Schriftsteller. Wobei es hätte gepasst mit 1984 und hätte allerdings mit einem Jahr sein erstes Buch schreiben müssen. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig geworden, aber... Es wäre noch was anderes schwierig geworden. Er gewann nämlich 82 einen Literaturpreis mit einer Erzählung. Das wäre vor seiner Geburt gewesen. Das wäre schwierig gewesen. Ja, jetzt wird es kompliziert. Nee, das wollen wir dann doch lieber nicht drüber nachdenken. Ich fand noch ganz witzig an seiner Biografie, dass ihm der Durchbruch mithilfe von Harlan Allison gelungen ist, den wir ja als Star Trek Fans kennen von, warte, jetzt komme ich ins Schleudern, The City on the Edge of Tomorrow. Ja. Ja, hat er da jetzt Buch geschrieben und das war ja, ich sag mal, eine sehr illustre Persönlichkeit. Man könnte auch sagen, der war ziemlich schwierig, glaube ich. In diesem Falle hat er den Simmons wohl zum Durchbruch verholfen, habe ich gelesen. Ah, okay. Das wusste ich noch gar nicht, aber oft sind ja diese kreativen Menschen sehr schwierige Persönlichkeiten. Also wir haben ja auch letztens in den drei Extra-Folgen von Trek an Dienstag unseren Brüdern im Podcast-Netzwerk die besten Podcasts der Welt. Dort ist übrigens jetzt auch der Michael mit vertreten und wir werden auch seinen Podcast in den Shownotes verlinken. Sehr schön. Wurde ja auch über Gene Roddenberry berichtet und der war ja wohl auch nicht ein sehr einfacher Mensch. Sehr kreativ, aber nicht gerade einfach. Und das scheint sich irgendwie so durch die Autoren zu ziehen. Auch in unserer Lagerfeuer-Folge über Dune und Frank Herbert hat man das ja auch so ein bisschen rausgehört. Es scheint irgendwie so ein durchgehendes Motiv zu sein. Eine Sache, die mir noch in der Biografie von ihm aufgefallen ist, die ich ganz spannend fand, als ich mir so seine Bücher angeguckt habe und so. Es ist sehr auffällig, dass Simmons ganz grundsätzlich klassische oder kanonische Literatur sehr intensiv für seine Bücher nutzt. Also sowohl ältere Autoren als auch moderne. Das fand ich ganz witzig. Also heute steht ja Homer im Vordergrund und Shakespeare und Proust. In anderen Werken habe ich gesehen John Keats, Charles Dickens, Mark Twain und Hemingway. Also das scheint wohl auch so ein Ding von ihm zu sein. Ich weiß gar nicht, hat einer von euch eins von den anderen Büchern gelesen? Ich noch nicht. Ja, Hyperion und Endymion, die Omnibus, also alle Bücher davon. Und da, glaube ich, in einem davon war es in Hyperion. Nee, in Endymion, glaube ich, tauchte dann auch eine, taucht sogar so eine klassische Figur auf, wenn auch als künstliche Intelligenz. Also er verwendet anscheinend wirklich gerne solche Figuren auch. Und er bleibt auch irgendwie, also er ist unglaublich rechercheintensiv, sage ich mal. Also Hammer, der Mann liest sich in viel rein. Er bleibt in vielen sehr, sehr oberflächlich, gerade was Technik angeht. Ich habe nämlich versucht, noch eine Aussage von einem Physiker hierzu zu kriegen, der sich mit bei den ersten Kapiteln, die er gelesen hat, nur gesagt hat, ja, wie jeder andere Science-Fiction-Autor, er würde am liebsten schreien. Aber ja, okay, man kann das als Soft Science bei ihm bezeichnen, aber trotzdem, der Mann bereitet sich extrem gut vor. Und dadurch sind auch seine Bücher ein wenig, nennen wir es mal umfangreich. Auch wenn er, auch wenn er gerne das Q-Wort eben verwendet, Quanten. Quanten, ja. Also wenn ich das schon mal gerade kurz vorwegnehmen darf, ich fand das teilweise sehr beeindruckend, was er da macht. Und ich habe gesehen, in anderen Büchern nutzt er die Hindu-Mythologie, die ägyptische Mythologie, die hawaiianische Mythologie, Inuit- oder Su-Mythologie. Wenn der sich jedes Mal da so krass reinarbeitet, wie er sich hier in die griechische Mythologie reingearbeitet hat, dann ist das Hammer. Ja, aber man muss auch sagen, das kann man sich auch eher anlesen als Quantenmechanik. Richtig, richtig, richtig. Das, finde ich, muss man eben auch ein bisschen hoch anrechnen. Und das, finde ich, weiß ich sehr zu schätzen, dass er gerade diese mythologischen Sachen und historischen Dinge mehr in den Vordergrund stellt. Ich habe mich ja gar nicht gestört, dass die Science-Fiction-Anteile relativ gering waren. Ich fand das so eigentlich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, also ich fand bei den Science-Fiction-Sachen, das Technobubble, ich meine, da kommen wir ja gleich genauer noch drauf zu sprechen. Ich konnte ja teilweise gar nicht folgen, muss ich gestehen. Aber können wir gleich an der entsprechenden Stelle noch mal. Es wurde zum Ende hin auch teilweise etwas esoterisch schon fast. Ja, ja, ja. Aber seine Quantentechnologie ist doch total easy. Ja, total. Ja, ja, aber auch jetzt mit der Geist ist eine stehende Quantenwelle, wo ich so dachte so, ja, die falschen Pilze. Ja. Und eine letzte Sache, die mir noch aufgefallen war, die ich auch ganz spannend fand und die ich jetzt beim zweiten Mal Lesen des Buches aber auch erst kapiert habe, ist, dass er gerne Freunde von sich in seine Bücher einbaut. Das macht er wohl häufiger und das hat er in diesem Buch auch getan. Also der Protagonist, der Hockenberry, das ist ein Freund und Kommilitone von ihm gewesen und der Keith Knight, äh, Neitenhälzer, der zweite Altertumswissenschaftler, das ist wirklich ein Professor für Altertumswissenschaften, für Classics, also für klassische Philologie. Das ist auch ein Schulkamerad von ihm gewesen und den hat er dann hier halt in das Buch auch eingebaut, was ich auch total cool finde und ich erwähne das jetzt hier am Anfang schon, weil es halt wohl typisch für ihn ist, habe ich gelesen. Okay, das ist cool. Ob er den Moravec wohl auch kennt? Nee, kennt er auch. Ja, ja. Das ist schon ein Freund. Kennt er alle. Kennt er alle. Ja. Ob er den Zeus kennt? Bestimmt. Den Zeus, den kennt er auch. Den Zeus, der war Hausmeister in seiner alten Wohnung. Und Helena war seine Nachbarin. Ja, genau. Ja. Also wenn es da auch so ablief. Hm. Ja. In so einer WG mit Gene Roddenberry zusammen wahrscheinlich. Ah, diese berühmten Partys. Ja, ja. Ach so. Jetzt wirst du mal bescheid. Genau, die Poolpartys. Also wirklich nochmal eine kurze Empfehlung für Trek am Dienstag. Lohnt sich sehr zu hören. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also es ist in drei Teile unterteilt, die jeweils zwei Aspekte seines Lebens immer bescheiden. Es ist sehr interessant. Er ist eine sehr vielschichtige und auch widersprüchliche Persönlichkeit. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir so viel über ihn sagen können, über den Dan Simmons, wie über Gene. Aber leider nicht möglich. Der Mann hält sehr, sehr viel von sich unter Verschluss. Vielleicht auch besser. Er ist keine so öffentliche Person, wie Gene Roddenberry es war. Nee, nee, nee. Aber wenn du halt auch so viel recherchierst. Ich glaube, der wird wahrscheinlich viel, viel, viel Zeit bei Vorbereitung für seine Bücher verbringen und hat vielleicht keine Zeit für Skandal oder ähnliches. Oder er ist schlau gesucht, sie meistens aus der Außenwelt rauszuhalten. Ja, kein Typ für Boulevard, glaube ich. Das hört sich nicht so an. Ist manchmal aber vielleicht auch besser so. Ja. Und jetzt denke ich mal, wir wollen jetzt mal mit dem Inhalt seines Buches anfangen. Einfach nur mal so ein bisschen das Setting setzen. Das Sonnensystem scheint, naja, relativ unbesiedelt. Die Erde ist ziemlich leer und eigentlich existiert mehr oder weniger das Leben nur auf den Monden des Jupiter. Unter anderem auf Europa und Ganymede. Allerdings treibt sich auf dem Mars auch noch ein paar Menschen rum. Und darunter ist unter anderem unser Protagonist, der Dr. Thomas Hockenberry. Und Experte fürs alte Griechenland und vor allem den Trojanischen Krieg. Ja, also genau genommen, er ist ja kein Historiker, sondern der ist klassischer Philologe. Das heißt, der beschäftigt sich mit griechischer Literatur und hat die letzten 20 Jahre seines Berufslebens halt intensiv der Ilias gewidmet dann. Für Leute, die es nicht wissen, die Ilias ist die Erzählung von Homer über den Trojanischen Krieg. Werden wir auch noch was zu verlinken. Also es werden dieses Mal in den Shownotes sehr, sehr, sehr viele Links sein. Und wir erfahren gleich was sehr Interessantes. Er ist wiedergeboren. Er ist widerwillig der Diener einer Muse und deren Göttin. Ja. Und ich glaube, er ist jetzt neun Jahre schon Schuliker, ne? Richtig, seit neun Jahren ist er Schuliker und beobachtet den Krieg. Genau. Und diese neun Jahre, die sind natürlich kein Zufall, sondern mit diesen neun Jahren und noch was, an denen diese Geschichte einsetzt, setzt natürlich auch die Ilias ein. Das ist also so eine Parallelisierung, um das gleichzusetzen, was ja ganz clever gemacht ist von Simmons eigentlich. Ja, da ist er generell sehr geschickt vorgegangen bei diesen Dingern. Auf jeden Fall erwacht er in seiner Schuliker-Kaserne. Zu Schulikern, was sie gleich sind, würde ich sagen, kommen wir gleich nochmal. Das wird mich nochmal erklärt bei seiner Tätigkeit. Denn er wird von seiner Muse gerufen, und das fand ich sehr schön, er fährt auf den Olymp hoch. Aber nicht sehr göttlich, sondern mit einer High-Speed-Rolltreppe. Ja, Stairway to Heaven, ne? Ja. Das ist das Erste, was einem dabei einfällt. Ja, hatte ich hier auch stehen. High-Speed. Und es wird auch gleich gesagt, was für eine Ausrüstung so ein Schuliker trägt. Es ist immer eine Morph-Ausrüstung, mit der jede mögliche Form annehmen kann, eine Stoßpanzerung und ein Taser-Stab. Und die Aufgabe eines Schulikers ist das Überwachen und das Beobachten der Belagerung Iliums, was ursprünglich 2000 Jahre vor der Entstehung der Griechischen Republik war. Und das macht einen, glaube ich, schon mal skeptisch, weil wir sind auf dem Mars. Es wird auf den Olymp mit einer Rolltreppe hochgefahren und wir haben einen Krieg, der beobachtet werden soll, der 2000 Jahre vor Christi Geburt standgefunden hat. Und wir wissen eigentlich, wir sind in der Zukunft. Da hat man so den ersten What-the-Fuck-Moment. Ja, man fragt sich wirklich, ist das jetzt ein Nachspiel von dem Krieg, was der erste Gedanke ist, oder ist das jetzt der richtige Krieg und die verwenden auch noch Zeitreisen und gleichzeitigen Sprung auf die Erde oder ist das tatsächlich dort auf dem Mars, falls eigentlich, weiß man ja noch gar nicht, dass man auf dem Mars ist. Nein, 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 da muss ich einhaken. Es wird von Olympus Mons geredet und der ist, wie man weiß, auf dem Mars. Ja, auf dem Mars. Der ist auf dem Mars. Dieser Trojanische Krieg, der wird ja auf 1200 vor Christus etwa datiert. Aber was jetzt gerade sehr schön passt zu dem, was ihr sagt, ob man jetzt hier bei dem echten Krieg ist und so, das ist ja ein Bestandteil der Mythologie. Also diesen Krieg hat es als solchen ja eigentlich gar nicht gegeben. Und insofern ist das natürlich noch mal komplizierter. Was passiert hier eigentlich gerade? Weil das ja sozusagen, ja, also Fantasy ist jetzt das falsche Wort, aber es ist halt ein mythologischer Krieg. Also keiner, der in der Historie in dieser Form stattgefunden hat. Also es ist noch überraschender, noch krasser. Und es wird ja auch immer von ihm in ihren Monologen abgeglichen. Was stand in der Ilias? Was ist wirklich passiert? Und bei einigen Punkten zum Beispiel, wo wir später nochmal zukommen werden, wenn es um Zentauern geht, die irgendwo mal erwähnt werden, beziehungsweise Kentauren in diesem Fall, ist er auch schon mal ganz gespannt, weil ist das nur eine Erfindung? Taucht hier jetzt wirklich was auf? Weil er rechnet mittlerweile auch schon mit allem irgendwie. Ja, ja. Er ist ja seit neun Jahren da. Und das ist ja schon heftig. Ja. Vor allem, weil er ja in diesen neun Jahren plus nicht wirklich Abweichungen von der Ilias festgestellt hat und maximal in der Reihenfolge, was verschoben hat, damit er sich besser liest. Ja, sehr geringe Abweichungen nur. Man muss schon irgendwie festhalten, dass er wirklich die Ilias verfolgt, also die mythologische Geschichte, wie Michael schon gesagt hat, und nicht das Troja der Historie besucht. Ja, ja, richtig. Eine der ersten Beobachten, die er auch macht, ist, dass ja die Schlacht, also die wahrscheinlich reale Vorlage der Schlacht auf 50.000 Mann geschätzt wurde. Hier wohl aber eher so 370.000 am Gange sind. Ja, das ist hier etwas, das macht Simmons immer wieder sehr schön im Verlauf des ganzen Buchs. Der greift Forschungsdiskussionen auf. Also der greift Diskussionen auf, die die Fachleute halt so untereinander ausdiskutieren über diese Ilias und baut das eben in sein Buch ein. Und ich finde das eben auch ganz oft ganz schön, wie er dann so sagt, dass die Leute was völlig Falsches glauben, die Expertinnen und Experten. Finde ich ganz nett gemacht. Und Hockenberry beobachtet auch sein persönliches Highlight in dem Moment im Buch, nämlich das Treffen der Helden in Agamemnons Zelt, was auch der offizielle Beginn von Homers Ilias ist. Genau. Ja, aber irgendwie merkt er für sich auch, dass es eigentlich ihm scheißegal ist. Er hat irgendwie so langsam keinen Bock mehr da drauf. Ja, es ist nur sein Job. Ja, aber stellt euch auch mal vor, der sitzt da seit neun Jahren und so und so viele Monaten und der weiß jeden Tag genau, was passieren wird. Ja. Der hat ja 20 Jahre über die Ilias gearbeitet und das merkt man ja immer. Der kennt die ja alle per Du sozusagen. Der weiß, ach, der so und so, der wird in drei Tagen von Hector erschlagen, dem fällt morgen das und das auf den Kopf und so. Der weiß ja alles. Der weiß jeden Tag, was passieren wird. Der muss ja mit den Nerven am Ende sein, der Kerl. Und der darf es keinem von denen sagen. Und der darf es keinem sagen. Nur zugucken, nicht eingreifen. Und dann wird er immer noch in die Ränkespiele von irgendwelchen Göttern mit reingezogen. Das ist doch scheiße. Das müssen wir, glaube ich, gerade noch für die Hörerinnen und Hörer erklären, was wir gerade gesagt haben. Nur Zeus, also der Göttervater, der weiß, wie dieser Krieg vonstatten gehen wird und ausgehen wird. Und die Wissenschaftler, die wiederbelebten, die anderen Götter und die Leute, die im Krieg kämpfen, die haben keine Ahnung, was passieren wird. Da kommen wir auch sowieso gleich zu. Aber das ist ja auch wurscht. Und was ich noch sagen wollte, was ich auch ganz faszinierend finde, ist, man muss ja auch wirklich mal, wenn man von einer zehnjährigen Belagerung ausgeht, zehn Jahre, wie die da vor diesen Toren gehockt haben. Also das ist auch einfach so eine ewig lange Zeit, dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Zumal er noch weiß, wie ihr schon gesagt habt, wie es ausgeht. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich denke, anfangs ist es noch total faszinierend. Genau. Klar. Du erlebst das, was du erforscht hast, aber irgendwann, ja, es läuft alles genauso ab, fast. Ja. Ich glaube, das Einzige, was ihn am Ende hin und die anderen auch noch bei der Stange hält, ist, dass die Muse jeden killt. Also wirklich komplett auflöst, der sich nicht an die Regeln hält. Richtig. Danach geht es aber halt auch jetzt an einen anderen Ort. Es wird noch nicht genau genannt, wo es ist, denn ein gewisser Herr Dämon, oder wie wird ausgesprochen Dämon? Dämon. Dämon. Dämon wahrscheinlich. Dämon. Ja, Dämon. Dämon Uhr. Und das ist ein Ding. Jede verkackte Figur in einem gewissen Zeitstrahl in diesem Buch heißt mit Nachnamen Uhr. Und ich habe noch keine Erklärung gefunden. Das nervt. Ich frage mich auch immer, was soll das? Ich gehe davon aus, dass das im zweiten Band war. Aber da habe ich jetzt bewusst noch nicht so weit gelesen, weil ich will das noch nicht überschneiden. Ja, genau. Deswegen habe ich das auch noch zurückgehalten. Genau. Und der materialisiert per Fax. Ich habe ein Faxgerät. Ich bin modern. Ja, es ist quasi das Beam in dieser Welt. Ja, genau. Teleportieren, was auch immer, mit Datentransfer. Was? Ja, Beam kommt dem, glaube ich, ziemlich nah. Ja, bei der Erklärung später, wie es funktioniert, ist es das sogar. Und er kommt in der Nähe von Ada raus. Eine Dame, die er früher schon kannte und auch begehrte. Und er kommt gerade von Tobis zweiter 20er Party in Ulan Baat. Und jetzt denkt man sich so, was? Zweite 20er Party? Die Menschen dort fahren oder faxen sich alle 20 Jahre in eine Klinik und kommen dann wieder. Und nach 100 Jahren sterben sie, weil sie da nicht weiter erneuert werden. Und sterben. Und sterben tun die eigentlich ja nicht, ne? Ja. Die werden woanders hingeschickt. Also sie glauben, sie fahren dann auf zu den Ringen. Zu den Ringen, genau. Der Nachmenschen. Richtig, ja. Die man im Himmel sieht. Korrekt. Die Städte der Nachmenschen sieht man im Himmel, ne? Und die müssen paradiesisch sein. Also das ist wirklich für sie das Auffahren in den Himmel. Und wir erfahren das erste Mal von den Woi-Nixen. Und da dachte ich auch, was ist das? Ja, das fragt sich so mancher, was das ist. Das frage ich mich zum Teil immer noch. Ja. Also erstmal sind es Roboter. Mhm. Rostige Roboter. Ja. Die quasi als Diener, zumindest zu dem Zeitpunkt, dienen sie als Diener. Oder Beschützer. Aber da hatte ich mir auch schon aufgeschrieben in meinen Notizen, goldener Käfig. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Weil dieses Fax und so weiter und die Servitoren, die haben solche Diener-Roboter. Das ist alles dazu da, um sie zu bedienen. Aber auch, damit sie nicht von den Wegen abweisen, länger weiter als 100 Meter zu Fuß gehen. Äh, wer seid ihr denn? Ja, man bewegt sich nur noch per Fax fort. Alle anderen Arten von Reisen kennt keiner. Und eigentlich könnte man das hier als Pleasure Planet bezeichnen. Ja. Ja. Weil, äh, das ist eine sehr abgedrehte Welt, die sich eigentlich komplett von unserer Welt unterscheidet. Weil ich hab da nur eine Sache notiert, äh, so als kleine Anekdote. Als, äh, Damon, glaube ich, fragte, ob die denn irgendwelche T-Rexe da haben. Ja. In ihren Wäldern denkt man sich, hm, hm, was wollen sie da? Haben sie die nachgezüchtet oder so? Und nein, wir haben keine T-Rexe. Das sind Allosaurier. Und dann kommt es zu einem Angriff. Ja, ja, aber wir haben Allosaurier. Genau. Das hast du nicht nachgefragt. Ne, genau. Aber, äh, zu den Woinigsen hab ich noch was. Es ist wohl eine Anlehnung an das Woinig-Manuskript. Ein Manuskript, in dem seltsame Pflanzen und auch Tiere beschrieben werden, aber die Schrift, ja, ein unknackbarer Code. Man ist sich nicht sicher, ist das jetzt wirklich ernst gemeint, ist das, kann das deschiffriert werden, oder ist es einfach nur ein sehr, 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 sehr alter Hoax? Okay. Viele sagen, es wäre ein Hoax, quasi ein Fake, ein sehr früher Fake. Und ich finde, das passt halt zu den Woinigsen, weil die auch sehr mysteriös sind. Ja, und auch bleiben, ne? Also man erfährt ja einen Teil noch ein bisschen mehr, aber im Großen und Ganzen sind die für mich immer noch ein kleines Mysterium. Ja. Ja, und sagt die Savi, eine Figur, die später auftreten wird, sagt die nicht auch, dass die Woin, was ist der Plural, Woinigse, keine Ahnung? Woinigse, ja. Woinigse, dass die irgendwann sozusagen aus dem Nichts aufgetaucht sind, dann eine Weile erst mal gar nichts gemacht haben. Zu einer Fraktalwolke und einfach nur aus rostigen Statuen rumstanden. Genau, und dann irgendwann sind die aktiviert worden. Ja. Ja, und man akzeptiert sie einfach, sie gehören dazu, es wird nicht mehr drüber nachgedacht. Hm. Diese Kultur der Menschen ist mittlerweile einfach so leicht in die Dekadenz verfallen. Ja, glaube ich. Und es passiert auch in anderen, wenn Leute das so beschreiben, wie bei den Eloi. Genau. Ja, das sagt Savi sogar später. Savi sagt das hinterher, ja. Der Damon fährt jetzt jedenfalls mit einer Kutsche zu Arda, denn er will sie verführen. Das ist neben dem Schmetterlinge-Sammeln eins seiner Hobbys. Was allerdings ein wenig prekär ist, sie ist seine Cousine erst gratis. Ja, aber das ist trotzdem mein Tabu. Ja, aber in dieser Welt nicht schlimm, weil du alles mit DNS-Rekonstruktionen ändern kannst. Und wie wir später erfahren, die Frauen entscheiden, ob und wann sie schwanger werden und von wem. Weil es gibt Sperma-Reservoirs. Hm. Die von Motten übernommen wurden. Und, ja, ganz spannend. Diese Funktion, diese Gene wurden von Motten übernommen, von Machtfeiltern, ja. Genau, 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 genau. Also ich finde das ganz interessant. Es ist ja, wie ich schon gesagt habe, das ist so ein bisschen goldener Käfig und es ist so ein bisschen Dekadenz hochziehen. Aber man merkt auch, dass die wirklich so immens begrenzt sind in ihrem Denken. Da kommt natürlich später noch mehr, wenn es um Bücher zum Beispiel geht und sowas. Und wirklich so ganz einfache, banale Dinge, so Primärbedürfnisse wie Sex, leckeres Essen, leckeres Trinken, Wein trinken, irgendwie Feudalspeisen. Das ist nur das, was gerade so zählt. Ja, es ist Dekadenz, es sind alles Hedonisten. Die haben eigentlich alles verlernt, die haben verlernt zu lesen, die haben so gut wie alles verlernt, wissen gar nichts über die Welt, in der sie leben. Sie glauben ja, es gibt eine Million von ihnen, stellen nachher fest, es gibt tatsächlich nur 300.000. Das fällt denen ja auch gar nicht auf. Es interessiert auch gar keinen. Es interessiert sie auch nicht. Weil wieso sollen sie etwas hinterfragen? Weil sie kriegen doch alles. Das ist es ja. Das ist einfach so, es wird ihnen alles abgenommen. Wieso soll ich das selber lernen, wenn sich der Text mir doch vorliest? Oder ich lege mir so ein Turintuch auf dieses Gesicht und erlebe diese Schlacht nach. Wieso soll ich selber etwas lernen? Das ist doch schwachsinnig. Sie wissen, sie haben eine Hochtechnologie, wissen, wie man sie bedient, aber sie wissen sonst nichts darüber. Sie hinterfragen es einfach nicht. Goldener Käfig für mich. Bleib mich ja mein Teenager-Sohn. Nein, das war jetzt böse. Ey, da kann immer dein Rechner besser bedienen als du. Ja, das stimmt. Und er hört auch hinterher den Podcast. Deswegen muss ich jetzt ganz liebe Grüße an dich, Joshua. Danke. Ja, und wir grüßen dich auch. Und du bist jetzt der Held der Technik. Danke. Ja. Der Damon ist übrigens auch der Einzige, der lesen kann, weil er sich das selbst beigebracht hat. Nein, nein, nein. Das ist Harmon. Moment, Harmon, nicht Damon. Aber bei Harmon ist... Genau, bei Harmon ist aber ja witzig. Der hat sich das Lesen selber beigebracht, liest auf dem Niveau eines Sechsjährigen, sagt Isavi, und sagt dann, das ist der Shakespeare seiner Zeit. Weil er halt der Einzige ist, der überhaupt was geregelt kriegt. Genau. Das sagt etwas über das Niveau aus. Genau. Ja. Aber jetzt geht's danach auch direkt wieder weiter auf den Ebenen von Ilium, denn es gibt einen Streit zwischen Agamemnon und Achilles, der ordentlich Fahrt aufnimmt. Und ich finde da sehr schön die Beschreibung von Hockenberry, wie er diese beiden Männer beschreibt. Er sagt, beide sind wie Statuen von Männern, aber Achilles ist eine Art Schwarzenegger. Ja, schön, aber dumm. Ja. Aber dazu muss man sagen, Schwarzenegger ist nicht dumm. Aber trotzdem finde ich die Formulierung sehr geil. Aber er wirkt ja halt in seinen Filmen manchmal so ein bisschen plump. Ja. Also, ja. Das ist halt eine ganz schöne Dekonstruierung von Achilles, der ja ein Halbgott ist, der Sohn einer Göttin, der Überkrieger überhaupt und so. Und, naja, durch diese Dümmlichkeit wird er dann ein bisschen menschlicher gemacht. Ja. Und ich hatte irgendwie so, ich hatte eine gewisse Szene im Kopf, ich kann sie mal kurz vertun. Geht du die Chariot! Und danach geht's einfach weiter, auch mit Ilias, wenn alle anderen vorgestellt werden, das ist wieder viele wichtige Namen, in welcher Beziehung sie stehen, von wem sie der Sohn sind, was ja später auch wichtig ist von einer anderen Person, dass man immer wissen muss, wer sein Vater ist. Das definiert sich. Ja. Stimmt. Das ist witzigerweise in Griechenland und auch in Rumänien heute noch so, wenn man so Dokumente ausfüllen muss, man muss immer hinschreiben, wer der Vater ist. Also Sohn des oder Tochter des ist heute noch wichtig. Odin Odinson. Ja, genau. Sohn eines Esels. Auch dieses Balzverhalten, was er zwischen den beiden beschreitet, ist so richtig wie so zwei Gockel, die sich gegenseitig übertrumpfen wollen. Also nix anderes als heute auch. Die Jungs sind kein bisschen besser. Ja, die haben da ja einen krassen Konflikt quasi. Also die Story, die da beschrieben wird, das ist ja dieselbe wie in der Ilias in diesem Falle. Oder die gleiche. Und es geht ja im Prinzip darum, dass Agamemnon der Oberkönig des Heeres ist. Achilles ist aber ja auch ein König. Also Odinson ist Achilles. Das sind ja auch alles Könige. Und Achilles ist halt der beste Krieger, der wichtigste Mann. Und dann haben wir halt diesen Konflikt. Und ja, wie soll man sagen, zwischen oberstem König und wichtigsten Krieger. Das ist ja eine sehr spannende Sache eigentlich. Darf ich dich mal kurz fragen, Michael, was für Ziele verfolgt Achilles denn eigentlich in diesem Krieg? Ist der so mitgekommen, weil halt Agamemnon die Könige vereint hat und gesagt wird, wir ziehen gegen Troja? Ist der eigene Ziel da? Ja, das ist so ein bisschen kompliziert, weil die Ilias handelt ja eigentlich nur vom Zorn des Achilles. Die Ilias ist ja eigentlich nur 51 Tage lang, nicht zehn Jahre lang. Die stellt nur so einen kleinen Ausschnitt dar. Und in der Gesamtmythologie des Trojanischen Krieges, da haben wir durchaus auch Szenen, wo Achilles sich vor dem Krieg zu drücken versucht, sich als eine Frau verkleidet irgendwo, um nicht eingezogen zu werden. Also es gibt immer zu allem tausend verschiedene Storys. Das ist so ganz typisch für die griechische Mythologie. Und bei Achilles ist aber der Punkt, dass ihm ja, ich glaube, durch seine Mutter Thetis, die ja eine, was ist, so eine Seegottheit ist. So eine Nymphe irgendwie. Eine Nymphe, richtig, genau. Wird ihm ja prophezeit, dass er entweder eben ein langes und glückliches Leben führt und so weiter und dann eben stirbt und in Vergessenheit gerät oder er stirbt jung und wird unsterblich dadurch. Und also das ist eigentlich die Idee dann von ihm. Okay. Gut, jedenfalls auf dem Höhepunkt des Streites erscheint die Göttin Antene. Das hat sie allerdings nicht mit Tarnmantel-Technologie gemacht, sondern sie hat einfach schlicht nur mal kurz die Zeit angehalten. Ja, ist ja einfacher. Was, was, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz da an der Stelle was sagen, was sehr, sehr cool von Simmons ist, weil in der Ilias ist das eigentlich so, wir haben genau diese Szene, ne? Und dann erscheint die Göttin Athene und redet halt mit Achilles so eine Weile, ne? Und dann fragt man sich natürlich, was machen jetzt gerade eigentlich die anderen, ne? Denken, die Achilles redet mit sich selber, oder so? Weil die können die Göttin Athene ja nicht sehen, ne? Und insofern löst Simmons das hier sehr, sehr cool, indem er halt sagt, die hält halt die Zeit an, ne? Und also der rationalisiert halt vieles technisch, was in der Ilias so ein bisschen mysteriös bleibt, so. Ja. Und ich finde auch die Szene sehr gut beschrieben. Also das hatte ich richtig gut vor Augen, wie das passiert, wie sie die Zeit anhält und ihn so quasi zurückzieht, um mit ihm zu sprechen. Total gut geschrieben. Ja. Und wir kriegen auch eine Beschreibung jetzt der Götter. Die sind so bis zwei bis drei Meter groß, sie also auch. Und Gis fragt sich dann auch der Scholiker Hockenberry, ob das durch Nanotechnik, die sie definitiv benutzen, und DNS-Rekombinationen geschehen ist, von der er auch weiß, weil so wurde er mehr oder weniger erschaffen, aus, ja, nach dem Tod im Baujahrhunderte. Aus DNA-Resten von ihm, ne? Ja. Also faktisch, er fragt sich eben, sind das eigentlich nichts anderes als weiterentwickelte oder gezüchtete Menschen? Ja. Später erfahren wir auch, dass sie definitiv auf Menschen zurückgehen, aber das kommt eher zum Ende des Buches. Ja. Ja, nachdem Hera auf ihn eingeredet hat, plöppt sie halt auch wieder weg und wir erfahren halt auch noch... Athena war das. Meine ich doch. Hera kommt erst später. Genau. Aber Hera, seine Gönnerin, fordert es, aber es wird von Athen überbracht. Richtig, richtig, richtig. Und Athen ploppt dann weg. Ja. Und das musste ich in so einer Anmerkung, das ist für mich als alter Dune-Fan, Agamemnon ist in Atride. Entschuldigung, es war einfach so. Wir wissen ja durch die Prequel-Romane von Dune, das Haus Atreides hat das ein bisschen falsch verstanden mit Agamemnon, aber es ist trotzdem schön. Zu dieser Szene möchte ich noch gerade was sagen. Was mir gar nicht von selber aufgefallen ist, sondern ich habe halt auch so ein bisschen Fachliteratur gelesen, was so meine Kolleginnen und Kollegen eben darüber gelesen haben, geschrieben haben. Und der Kollege, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Gaël Grobeti, ein Franzose, der hat was Cooles festgestellt. Und zwar in der Szene, die du gerade beschrieben hast, Raphael, erscheint ja die Göttin Athene und Achilles ist ja gerade im Begriff eigentlich sein Schwert zu ziehen und Agamemnon abzumurksen, was ihm mit großer Wahrscheinlichkeit auch gelingen würde. Und dann guckt er die ja an und dann reden die ja miteinander und die Göttin Athene beruhigt den ja quasi und verhindert den Ausbruch dieses Konflikts. Und hier ist nämlich was sehr, sehr spannend. Ich sage die Szene mal gerade in der Übersetzung von Hampe, das ist aus dem Reklamheftchen. Also Achilles dreht sich um und sieht die Göttin und dann Der Witz ist, im griechischen Originaltext steht gar nicht ihre Augen leuchteten furchtbar, sondern die Augen leuchteten furchtbar. Das heißt, man kann theoretisch das auch so verstehen, als würden Achilles Augen furchtbar leuchten. Und genau so versteht das Simmons nämlich hier. Simmons sagt, dass Achilles Athene einen mörderischen Blick zuwirft und diesen Blick sieht Hockenberry und dadurch kommt er auf die Idee, hey, vielleicht könnte ich den gegen die aufhetzen. Und das finde ich so unglaublich geil von Simmons, dass der hier dieses sprachliche, linguistische Problem, was natürlich auch in den Kommentaren und so, die er gelesen hat, natürlich diskutiert wird, aufgreift und anders als die Mehrheit der Forschung eben die Augen nicht auf Athene bezieht, sondern auf Achilles. Hammer. Ja, sehr cool. Ja, damit zeigt sich halt auch so ein bisschen Dan Simmons, der König des Kapitel-Cliffhangers. Denn dort steht eigentlich nur, dass Hockenberry einen selbstmörderischen Plant fasst. Weil so ist es dann immer. Er haut immer so auf, ich sag mal, auf Seifenoper-Niveau einen Cliffhanger ans Ende. Das stimmt, das stimmt. Das ist, das hat, das gerade zum Ende hin wird das so auffällig. Aber ja, wenn man das jetzt halt noch weiß, also diese Info mehr hat, ist das ja gar keine, so ein Cliffhanger, das hat, dadurch hat man tatsächlich einen größeren Mehrwert, finde ich schön. Ja, aber der Witz ist ja, also ich habe noch ein paar dieser Stellen rausgesucht, die ich dann an geeigneter Stelle erwähnen werde, die euch jetzt nicht alle so aufzähle. Und der Witz ist aber ja, die Story funktioniert ja auch, wenn man das nicht versteht. Also die Story funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Ja, aber man hat halt noch mal so ein Extra drauf. Genau. Hockenberry ist jetzt eigentlich schon ausgestattet worden von Aphrodite? Noch nicht. Nee, das kommt später. Genau. Jetzt geht es nämlich erst mal weiter auf dem Mond Europa. Denn dort in den tiefen Ozeanen wird Mahnmut in seiner Dark Lady, einem U-Boot, mit dem er verbunden ist, dort flüchtet er nämlich vor einem robotischen Riesenkragen. Also robotisch-biologischen Riesenkragen. Und da frage ich mich jetzt, wenn der robotisch mit aufgepimpt wurde, muss das ja jemand gemacht haben. Wieso haben die einen Riesenkragen aufgepimpt? Und nach Europa geschickt. Ja. Weil sie es können. Ja. Akzeptiere ich. Das ist meistens der Grund. Ja, also ich meine, diese Frage stellt sich in dem Buch ja relativ oft. Warum haben die das gemacht? Weil sie es können. Ja, absolut. Die beste Antwort auf alles. Ja. Ja, aber er ist gerade noch fast fertig mit seiner Analyse des Sonet 116 von Shakespeare. Und er wollte es Orpho melden. Ein Kumpel. Genau. Er ist nämlich ein Moravec. Eine teils biologische, teils mechanische Kreatur. Ein Individuum, eine Entität. Ja, und er ist absoluter Shakespeare-Fan. Und ich kann ja mal kurz das 160. Sonet zum Besten geben. Aber ohne Gesang, oder? Nie soll ein Hemmnis reiner Seelenbund im Wege stehen. Die Lieb ist Liebe, nicht die schwankend wird. Schwankt unter ihr der Grund. Und schon an einem Treuebruch zerbricht. Sie ist die Boje, die kein Sturm versenkt. Die unerschüttert steht im Zeitensturm. Ist Leitstern, der verirrte Schiffe lenkt. Was Liebe kann, ermisst kein Astronom. Liebe ist nicht der Nahe der Zeit, die zwar selbst Roggenfeld mit ihrem Sichel schlagt. Die flinken Lauf der Zeit, unmittelbar besteht die Liebe bis zum jüngsten Tag. Wenn was hier steht, sich je als falsch ergibt, dann schrieb ich nie, hat nie ein Mensch geliebt. Den letzten Satz kennen einige Leute. Ja, wahrscheinlich auch das Einzige, was die meisten kennen davon. Richtig. Er findet selber, dass es kitschig ist und kein guter Shakespeare sei. Und er kennt schließlich das gesamte Werk von Shakespeare. Er meint, es ist keine Bejahung der Liebe, sondern eine strikte Verneinung davon. Da folgt dann auch eine etwas größere Analyse dazu. Die würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt eher verlinken. Weil ich glaube, das ist für die meisten nicht so wichtig. Und es ist tatsächlich auch für die Geschichte nicht so wichtig. Die Ilias ist wichtig. Die bringt extra mehr bei der Geschichte. Aber das so nett, nicht wirklich. Ja, ich finde auch diese beiden Moravex, also diese, wie heißt der, Proust und Shakespeare-Geschichte. Proust? Proust, genau. Das ist ein schmückendes Beiwerk. Und ich glaube, wenn man ... Äh, kommt drauf an. Gerade bei den kleinen grünen Enden. Ja, okay. Ich will es ein bisschen relativieren. Für mich war es ein schmückendes Beiwerk. Ich fand es ganz okay. Mich hat das nicht gestört. Aber das war jetzt nichts, was mich in der Geschichte noch weiter beschäftigt hat oder so was. Und ich fand es auch okay, dass es hinterher nicht mehr ein großes Thema war. Naja, ganz ehrlich. Also so einer der Hauptbösewichte und ganz viele Schlüsselfiguren haben mit Shakespeare zu tun. Ja, das meine ich jetzt nicht. Aber dieses Zitieren von irgendwelchen Texten von Shakespeare und so was war ja hinterher nicht mehr so ... Ja, da wurde es anders zitiert. Also jetzt nicht wörtlich, aber die ganzen Motive wurden teilweise komplett übernommen. Aber dazu kommen wir später noch. Ja. Denn jetzt geht es weiter in Ardys Hall bei der Geburtstagsfeier mit zwölf Leuten. Und dort treffen wir auch das erste Mal auf Haman. Und das ist nicht sein Zwanziger, den er feiert, sondern sein 99. Also kurz in einem Jahr ist Schicht im Schacht. Ja, bald kommt er weg. Und Damon scheint davon schockiert. Da ist jemand, der bald sterben wird, 99. Und das feiert er auch noch. Wie kann er nur? Also Damon ist gerade am Anfang so die Personifizierung von Ignoranz und Dekadenz. Ja, der ist ja im Prinzip ein Idiot. Der hat nichts im Kopf außer Frauen verführen und Schmetterlinge sammeln. Und macht aber die interessanteste Charakterentwicklung durch. Ja. Gerade auch, wenn man das zweite Buch dann noch hinzunimmt. Das ist eigentlich ganz sehr, sehr spannend. Also ich mochte Damon spätestens sehr gerne ab dem Punkt, als er auf Savi getroffen ist. Ja. Da hat er sich verändert. Aber das ist auch wieder so schön. Erstmal, Damon mag vor allem junge Frauen. Ja. Er hat auch vor allem nichts gegen sehr junge Frauen. Also er hat ja auch Ada vorher schon beobachtet. Und jetzt ist sie ja eine voll ausgereifte Frau. Sie hat sich quasi verpuppt wie seine Schmetterlinge. Ist ein bisschen konstruiert, aber ich fand trotzdem die Dualität irgendwie ganz schön. Also vor allem, weil er sich ja selber auch verpuppt. Er ist am Anfang des Buchs eine Raupe. Ja. Spinnt sich dann in seinen Konkorn. Also später ist er noch, er will hier nur noch raus. Also nur noch auf Schutzfunktion. Und danach entsteigt er seinem Konkorn und ist, naja, ich sag's mal wirklich so, er ist dann eine sehr tragende Figur. Also er ist dann der strahlende Schmetterling. Ja. Vorher noch schwere Nöter. Ja, stimmt. Und das durch das Aufeinandertreffen mit einer Frau, die doch etwas älter ist. Etwas. Ja. Kleines. Ein bisschen. Und ich fand auch, die hatten beide einen verdammt guten Draht. Und da hat man schon gemerkt, er ist ihr gar nicht so unähnlich. Er ist halt nur, ja, der ist ein ungeschliffener Diamant im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Und was natürlich damit zusammenhängt, was wir eben schon gesagt haben, dass diese Menschen da eben in so einer komischen Gesellschaft leben, unter so einer Schutzglocke. Er hatte ja im Prinzip noch gar keine Chance, sich irgendwie zu entwickeln. Er hat keinen anderen Input bekommen. Genau. Als Wein, Vibe und Gesang. Genau. Richtig, ja. Man würde es auch von einem Elo nicht erwarten, dass er plötzlich, ne, intellektuell und heldenhaft loszieht. Ja. Da muss schon ein bisschen was kommen. Ja, auf jeden Fall auf dieser Party fasziniert Hamann alle. Er erzählt davon, dass er 150 Kilometer in den Kontinentalbruch Nordamerikas zu Fuß gegangen ist. Und auch bis Europa gekommen ist. Also wissen wir jetzt, ah, wir sind auf der Erde. Allerdings auf einer sehr seltsamen Erde, denn der Atlantik trockengelegt und so. Also anscheinend, also wenn man sich so die Wälder ansieht und ja, die landschaftliche Gestaltung und alles, da kriegt man schon den ersten Einblick darüber, dass diese Erde komplett anders aussieht als die, die wir kennen. Also es ist entweder ist sehr viel Zeit vergangen und Veränderung oder es ist eine andere Erde, aber es ist seltsam. Richtig. Das Mittelmeer ist ja auch trockengelegt und Paris ist ein Krater, ne, hat sich viel geändert, ja. Und Damon, also er findet das wirklich verrückt. Wie kann man, wie kann man nur so verrückt sein, dass man 100 Meter zu Fuß geht? Also das ist für ihn schon ein Ding. Und da ist ja 150 Kilometer alleine rumgelaufen, wo keine Wollnicks und keine Servitoren sind. Da ist keine Annehmlichkeit. Das ist für ihn wirklich unvorstellbar. Ja. Die Artes Hall verfügt auch über eine Bibliothek. Ja, wunderbar. Es gibt eine Bibliothek, aber keiner liest dort. Es wird erwähnt, dass sie in ihren Unterarmen, da scheint auch irgendwie Technologie quasi integriert zu sein, wahrscheinlich Nanotechnologie oder ähnliches, dass es dort eine Vorlesefunktion gab, die aber schon lange, lange nicht mehr funktioniert. Genau. Und an selber Stelle können die Menschen die Uhrzeit lesen. Da ist auch irgendwo eine Uhr eingebaut oder war mal eingebaut oder so. Richtig. Das ist so eine Smartwatch mit Audible-Funktion, die aber nicht mehr funktioniert. Richtig. Alles implantiert. Eigentlich. Ja, genau. Eine eingebaute Alexa im Arm. Ja. An der Stelle könnte man vielleicht noch sagen, das haben wir eben noch nicht gesagt, diese Menschen, die dort in dieser Gesellschaft leben, die denken von sich, sie wären Old Style Menschen. Also die denken, sie wären die Menschen, wie sie ursprünglich waren. Was aber, wie wir ja gerade gesagt haben, nicht stimmt. Die sind auch stark modifiziert. Ja. Ja. Aber ich denke auch vor allem, die wollen so sein wie die Alten. Oh, das ist so cool. Wir sind was Besonderes. Wir leben wie die Leute früher. Das ist so wie heutzutage mit Mittelalter-Fans. Mhm. Wo wir wissen, ich bin ja auch Mittelalter-Fan, wir würden wahrscheinlich keine zwei Tage im Mittelalter überleben. Ja. Richtig. Ja. So ungefähr. Und so denke ich das wahrscheinlich auch. Ja. Bis zum ersten Bruch. Sie wollen sich auch ein bisschen von den Nachmenschen da abgrenzen. Einerseits, obwohl sie doch andererseits anstreben, selber welche zu werden, grenzen sie sich von den Nachmenschen ab, die ja zu den Ringen hochgegangen sind. Angeblich. Ja. Aber tatsächlich ist auch Damon sehr fasziniert, denn er wird mit einem Buch über Schmetterlinge gelockt. Und Haman bietet ihm an, ihm auch das Lesen beizubringen. Und dann wird das Gespräch interessanter. Er will ein Raumschiff finden und damit zu den Ringen hoch. Und sie sollen ihnen dabei helfen. Kurzum, Haman hat einen Plan. Ja. Genau, genau. Weil es in diesen Ringen eben vier Städte gibt, in denen diese Postmenschen da, oder wie heißen sie im Deutschen? Nachmenschen. 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 Okay. Wo diese Nachmenschen leben. Ja, zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht genau, was er vorhat. Er wirkt einfach nur wie ein Abenteurer. Später stellt sich raus, dass seine Motive doch nicht so edel sind, sondern doch eher etwas eigennützig. Ja, egoistischer Natur. Aber verständlich. Mhm. Ja. Ja. Richtig ist nur, sie können das mit den normalen Transportmitteln natürlich nicht regeln, denn egal, wo sie hinfaxen, da ist nix. Richtig. Und die Faxknoten sind auch nicht überall. Dadurch wird kontrolliert, wo sie hingehen können. Richtig. Ja. Nur dort, wo sie auch von Voynixen und Servitoren überwacht werden können. Darauf geht's jetzt allerdings auch wieder weiter mit Hockenberry, der jetzt nach dem Streit der beiden Ballzähne wieder zurück in seinen Wohnkomplex teleportiert ist oder gebracht wurde. Und jetzt alles analysiert, um es der Muse zu bringen, diese Information. Und ja, er hat in dem Moment eigentlich auch schon nicht die besten Gedanken über sie, weil ich sag's mal so, sie ist ein arrogantes, fieses Miststück. Ja, sie ist ein Bitch. Ja. Er sagt, sie ist wie eine eiskalte Bürokratin oder so. Das war nicht auch schön. Ja, seine Vergleiche sind generell immer sehr schön. Und er hat aber auch Angst, dass Musen und Götter vielleicht Gedanken lesen können. Hätte ich auch an seiner Stelle. Ja. Ja, und vor allem auch, weil er ja schon seinen Plan gefasst hat. Wir wissen noch nicht welchen, aber er hat schon einen. Und wir erfahren nebenbei auch, dass sich unter den Scholekern Menschen bis hin zum 26. Jahrhundert befinden. Richtig. Also können wir die Zeit auf der Welt, wo er ist, eigentlich schon auf jeden Fall in einen Zeitraum danach einordnen. Ja. 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 Es soll wohl im Bereich vom Jahr 3000 oder so. Genau. Das hab ich auch gelesen. Und er hat auch Angst, dass er damit bestraft werden könnte. Und dann erfahren wir etwas. Man kann nämlich dann wohl seine Nanozyten in ihm explodieren lassen. Dann knallt seine DNS durch. Was dann auch jetzt uns darauf hinweist, Scholeker sind auch aufgewertet. Die sind künstlich erschaffen worden und in ihnen ist auch Nanotechnologie verborgen. Ja, das müssen sie ja auch sagen, weil sie ja irgendwie ja auch zusammengesetzt wurden und quasi aus dem Tode zurückgeholt wurden. Ja, genau. Also sie wurden nicht wieder so gezüchtet, sondern die wurden wahrscheinlich wirklich so aufgebaut. Genau. Rekonstruiert. Was ja sehr, sehr witzig ist oder Interessantes ist, das sind ja alles Fachleute, die was mit der Ilias zu tun hatten halt. Und die können sich alle komplett an die Ilias erinnern, aber an nichts anderes. Richtig. Ihr komplettes Privatleben ist vergessen. Nur eben im Laufe der Zeit fangen die sich an, auch daran zu erinnern. Und deshalb werden ja auch viele von denen erledigt, weil das nicht gut ist, wenn die sich an zu viel erinnern. Und Hockenberry ist der Dienstälteste. Der war vom ersten Tag an dabei und ist halt jetzt seit neun Jahren noch was dabei. Und deshalb erinnert er sich jetzt auch peu a peu mehr daran, wer er eigentlich ist. Ja, und er scheint auch was Besonderes zu sein, weil es wird auch erwähnt später, dass er scheinbar der Einzige ist, den sie nicht per Nanozyten sprengen können. Weil die Muse fragt ihn einmal ganz direkt, ob er weiß, warum. Es wird auch nicht wieder erwähnt, aber das habe ich mir extra aufgeschrieben. Sie fragt ihn wirklich, weißt du, warum du der Dienstälteste bist? Weißt du, warum wir deine DNS nicht sprengen können? Ja, okay. Und das wird nie wieder erwähnt. Aber generell wird irgendwie immer wieder in dem Roman seine Erschaffung auch infrage gestellt. Vor allem durch Mahnmut am Ende. Da greife ich jetzt mal vor, der aber auch sagt so, Erinnerungen über die DNS rekonstruieren, das halte ich aber für unrealistisch. Und er stellt noch andere Sachen über seine Erschaffung infrage, weswegen ich auch schon etwas wirre Theorien darüber hatte. Das ist eine sehr schöne Szene, richtig, wo Mahnmut, ja, ja, genau. Das wird aber auch im zweiten Buch dann erklärt. Also man könnte ja auf die Idee kommen, dass er eben nicht rekonstruiert wurde, sondern tatsächlich so einfach genommen wurde, dass er gar nicht gestorben war und rekonstruiert, sondern eben so genommen wurde, wie er war. Ja, also ich hatte zwei Theorien. Erst anfangs war es von wegen Simulationen, dass es eine Simulation für ihn ist. Und dann war die nächste Idee, weil es immer wieder später kam, Zeitreisen, dass er vielleicht vor seinem Tod rausgemobst wurde. Aber ich weiß es noch nicht. Hm, sein Kling muss man wirklich auf Olympus warten. Wir werden es sehen. Ja, genau, wir werden es sehen. Oder vielleicht, vielleicht ist es ja auch so dadurch, dass er der erste Schuliker wurde oder war, dass man das bei ihm noch gar nicht so installiert hat quasi. Er ist der Prototyp. Ja, also mehr oder weniger, dass man da gar nicht drüber nachgedacht hat, müssen wir da irgendwie so eine quasi Sicherheitsvorkehrung einbauen, dass wir den vielleicht irgendwann sprengen können oder sowas. Vielleicht hat man das da gar nicht so, ja. Jetzt geht es aber auch mit dem Teil los, wo du gesagt hast, wo er sein neues Equipment kriegt. Denn die Muse befiehlt ihn mit ihr auf einen Streitwagen zu kommen, was im Endeffekt ein Fluggerät ist, was auch von holographischen Pferden gezogen wird. Genau. Er bekommt ein eigenes Quantenteleportationsmedaillon und den Helm des Todes oder auch genannt den Hadeshelm, wodurch er für alle Götter außer seiner Göttin, denen er zu Diensten sein hat, und er weiß noch nicht welche, wodurch er von denen nicht gesehen werden kann. Er kann allerdings immer noch gehört oder gespürt werden, er ist nur optisch unsichtbar. Ja, aber ich meine, eine kurze Frage, gibt es da nicht auch in dieser Perseus-Geschichte diesen Helm, den er aufsetzt und dann unsichtbar wird? Genau. Ah, da habe ich doch recht. Genau, also diesen Helm gibt es tatsächlich in der Mythologie und witzigerweise wird er eigentlich nie von Hades verwendet, sondern der wird immer verliehen an irgendwelchen Leuten. So wirkt sie aber doch auch. Hades ist einfach schon angepisst, es wirkte so, als er den wieder sich schnappt. Das Ding hat schon wieder irgendjemand anderes, jetzt gib den endlich mal her. Das war so, ich weiß es nicht. Als ob Hades den brauchen würde. Genau. Ja, stimmt. Das stimmt, ja. Eben. Ja, also, wozu? Und er ahnt auch schon, dass er einfach nur spionieren soll. Und sie begibt sich dann mit ihm in die gigantische Halle der Götter. Und dort ist Zeus quasi, ich würde es mal passend so formulieren, er rast vor Zorn und Blitze kommen aus seinen Augen. Würde passen, allerdings kackt er einfach nur wirklich die anderen Götter an. Vor allem Hera. Seine Frau. Genau. Athene und Aphrodite, weil sie in den Krieg gerne eingreifen und ihre Schützlinge, ihre Lieblinge ein bisschen begünstigen. Hera, naja, als seine Frau und wie wir später noch immer wieder merken, die eine ähnliche Stellung wie Zeus hat, auch von ihrem Wissen scheinbar, tritt ihm halt auch entgegen. Denn sie will die Stadt Ilium brennen sehen. Allerdings ist Zeus ja eher ein Freund von Ilium. Also Ilium ist ein anderer Name für Troja. Einfach nochmal. Genau. Ja. Also auf Griechisch eigentlich Ilios und Ilium ist die englische, also die lateinische Variante und die lateinische Variante, so spricht man das halt im Englischen heute aus. Das fand ich ganz cool, das hat Simmons ja auch im Vorwort erklärt. Eigentlich müsste er ja nicht von Zeus reden, sondern von Jupiter und so weiter, weil man das im Englischen eben Latein ausspricht, während wir im Deutschen die griechischen Wörter benutzen. Also Ilium ist das lateinische Wort für Ilios, was wiederum ein anderes Wort für Troja ist. Und wieder was gelernt. Ja. So. Auf jeden Fall soll Athene jetzt einen Waffenstillstand durch die Trojaner brechen lassen und Hockenberry erfährt, wer seine Göttin ist, denn Aphrodite spricht ihn direkt an. Und dann kommt halt diese beiden Fragen, die ich schon erwähnt habe, warum er so alt geworden ist und warum seine DNS nicht gesprengt werden kann. Aphrodite hat ja auch einen Plan mit ihm. Richtig. Sie fragt ihn halt auch immer weiter, ob er weiß, was der Krieg dort und mit ihm zu tun hat, mit seinen Schriften. Und er sagt eigentlich immer nur wieder, nein, meine Göttin, was sie, ich sag's mal dezent annervt. Und das ist auch so ein Kommentar, den ich mir dick unterstrichen rausgeschrieben habe, was auch mal wieder zeigt, wie bitchy Aphrodite ist, denn sie droht ihm an, aus seinen Gedärmen Strapse zu machen. Ja. Fühl ich hervorragend. Ja, diese Götter sind auch ziemlich modern, was den Umgang untereinander angeht. Also, wenn jetzt nicht unbedingt etwas, auch wenn die Ilias durchaus ziemlich direkt ist in mancher Hinsicht, aber man würde es eigentlich nicht so sehr erwarten, dass sie in dieser Form miteinander umgehen. Nee. Und wir erfahren halt auch wieder, dass Zeus verboten hat, dass sie die Anführungsstrichen Vorhersagen der Ilias mit den Göttern teilen. Sie dürfen das nicht wissen. Nur Zeus darf es kennen, aber Aphrodite will so eine Lücke in der Formulierung des Vertrages nutzen, um Infos von Hockenberry zu bekommen. Und Hockenberry denkt dabei eigentlich nur die ganze Zeit, wie er das Gesicht zwischen ihrer Brüste stecken kann und Motorbord spielen. Sie wird zwischenzeitlich immer wieder als sehr aufreizend beschrieben. Also nicht nur aufreizend, sondern mein Gott, sie ist die Göttin der Liebe und Lust. Ja, ich finde, das ist auch eine sehr schön beschriebene Szene. Also, er kriegt ja währenddessen dann auch eine Erektion und so. Und ihr ist das ja auch völlig klar, dass er eine Erektion zu bekommen hat. Nee, bin ich. Also, sie ist ja auch mit Pheromonen und so weiter ausgestattet und so weiter. Das ist schon sehr, sehr witzig gemacht. Ja, ja, ja. Ja, vor allem, sie macht eben, sie nutzt ja auch Pheromone tatsächlich im massiven Maße, um genau diesen Effekt zu erreichen. Genau, genau. Wir haben auch das Gleiche wie mit den griechischen Helden oder prägriechischen Helden. Es wird alles entmystifiziert. Sie werden auf ein normales Maß runtergebrochen. Sie haben zwar große Fähigkeiten, aber sie sind im Endeffekt Menschen wie du und ich. Ganz genau, richtig. Das passt eigentlich ganz schön zu diesem dritten klagischen Gesetz, wo es ja heißt, dass Technologie, wenn sie nur weit genug fortschrittlich ist, weniger weitentwickelten Zivilisationen göttlich erscheinen muss. Oder wie Magie, ja. Oder wie, Entschuldigung, wie Magie, richtig. Da habe ich gerade falsch gesagt, völlig richtig. Und so ist das in dem Falle ja auch. Einem Achilles oder einem Hector müssen die wie Götter erscheinen, während es eigentlich, in Anführungszeichen, nur sehr fortschrittliche Technologie ist. Ja. Wobei man sich in diesem Fall natürlich bei Aphrodite und Hockenberry fragen sollte, wie soll das klappen, wenn die tatsächlich fast drei Meter groß ist. Ja. Ich glaube, die können die Größe aber ändern. Also Zeus, der kann verschiedene Größen haben. Und ansonsten mit Anlauf und einer Leiter. Ja, aber die ändern schon, glaube ich, die Größe auch. Hinterher, wenn die Götter zum Talien die Schlacht auch eingreifen und sowas, dann erscheinen die genauso wie normale Menschen. Ja, wir erfahren da ja auch noch was von Quantenform und so weiter. Weil dieses Morphen ist ja kein holographisches Morphen, sondern wirklich, wie wurde es gesagt, die Quantensignatur, alles wird verändert. Also die Materie verändert sich wirklich. Es wird ja auch beschrieben, dass dann als Hockenberry mal später eine Frau morft, dass er dann auch wirklich eine Vagina hat. Ja. Das böse Kuhwort. Hä? Ja, es wird alles mit Quanten erklärt. Quantentechnologie kann alles erklären. Quanten, ja. Es ist übrigens in den griechischen Quellen auch tatsächlich so, dass die Göttinnen und Götter, wenn sie unter den Menschen verkehren, oft tun sie das ja heimlich, sodass sie nicht erkannt werden. Dann haben die ihre normale Größe, also die Größe der Menschen, meine ich. Und wenn die sich dann mal als Götter zu erkennen geben, dann sind die ein gutes Stück größer. Ja, oder manchmal sind sie Schwäne. Ja, wollte ich gerade sagen. Oder Stiere. Wie war das noch so schön? Die griechische Mythologie wäre sehr langweilig gewesen, hätte Zeus sein Ding in der Hose behalten. Ja. Wahre Worte, ja. Und die anderen wahren Worte, die Hockenberry hört, sind nämlich sein Auftrag. Er soll die anderen Götter bespitzeln und wenn sie ihnen das Zeichen gibt, im richtigen Augenblick Athene töten. Also mit der hat sie wohl ein Hühnchen zu rupfen, aber wie auch in der klassischen Mythologie, die Götter sind sich untereinander nicht so grün. Und da gibt es Ränkeschmiede ohne Ende. Das ist das Game of Thrones des alten Griechenlands. Auf jeden Fall. Und also an diesen Mordplan an Athene, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass das in der Ilias vorkäme oder so. Aber grundsätzlich ist das ja tatsächlich so. Zeus verbietet den Göttinnen und Göttern sich einzumischen. Kein Mensch hört auf ihn und alle mischen sich trotzdem ein. Und da ist sogar eine schöne Szene. Da verführt Hera Zeus und betäubt den, damit der einschläft, damit ihre Seite sich besser in den Krieg einmischen kann und so weiter. Das ist schon sehr, sehr schön. Eigentlich ist das doch ein armen Schwein. Der ist der König der Götter quasi. Und kein Arsch hört auf ihn. Ja, das ist wie der Chef in so einer Firma. Das ist ja auch meistens so. Ja, aber meistens klappt es auch besser, wenn du das von deinem Chef nur interpretierst. Richtig, richtig. Man fragt sich allerdings wirklich hier, wie soll Hockenberry das schaffen, wenn selbst sie es nicht kann? Ja, ich hatte immer das Gefühl, also generell die Götter scheinen immer für die Attentate andere einzuspannen. Wahrscheinlich, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Götter von Zeus eher kontrolliert werden oder dass er vielleicht wirklich Vorkehrungen eingebaut hat. Ich weiß es nicht. Oder wenn, wir haben ja nachher die Szene, wo Diomedes zum Beispiel Ares und Aphrodite auseinanderhaut. Ja. Also die Götter können ja verletzt werden, die können ja sogar sterben, erfahren wir. Aber vielleicht wüsste Zeus dann, wenn Aphrodite das selber machen würde, wer das war, so weiß er vielleicht nur, dass Hockenberry das war. Oder weil er das mit diesem Helm macht, weiß er gar nicht, wer es war. Ja, was sich ja sagt, er überwacht die Götter wahrscheinlich auch. Ja, genau. Die kann er überwachen. Aber vielleicht weiß Aphrodite auch, dass Hockenberry theoretisch gar nicht dazu in der Lage wäre, einen Gott zu töten. Aber manchmal sind das ja auch nur so vielleicht so Sticheleien gegenüber anderen Göttern, ne, um so ein bisschen, ja. Ne, es wurde ja schon ein paar Mal erwähnt, dass da einiges möglich ist. Also auch, dass es vorher auch schon so einige Geschichten gab. Die Götter können auf jeden Fall verletzt werden. Das ist richtig. Sie müssen sich dem ja auch bewusst sein, weil wir erfahren ja später, die gehen in solche, ähm, Wottische. Ja, ich wollte schon sagen, wie im Star Wars Bacta-Tanks, nur dass es da Würmer sind, die da rumeiern. Ja, ja klar, dass sie verletzt werden können und auch sterben können, ist klar. Aber, ähm, ob das wirklich einen Sterblicher machen kann? Also jetzt in dem Fall der Hockenberry, ob er dazu in der Lage wäre, Athene zu töten? Na, wenn er die Technik der Götter nutzt? Wenn er die Technik, das ist bei, das ist bei Diomedes ja auch später. Der nutzt ja die Technik der Götter und damit kann er das machen, ne? Ja, der wird ja richtig nanotechnisch aufgedotzt. Stimmt, der kriegt ein Level ab. Wobei, was ja noch witzig ist, ähm, ist die Götter, denen ist klar, dass sie verletzt werden können. Denen ist aber nicht klar, dass sie sterben können. Weil, wenn Ares später verletzt ist, erklärt Zeus ihm das ja. Und Ares ist ja ganz perplex. Wie, wir können richtig sterben? Und es ist ihm gar nicht so bewusst, so, ne? Das ist ja eine Drohung von Zeus, insofern, ne? Ja. Wenn du dich nicht benimmst, dann kommt's richtig. Ja. Dann holt dich der schwarze Mann und dann ist Schicht im Schacht. Das ist Real Death. Real Death, ja. Perma Death. True Death. Kein Extraleben. Ja, kein Extraleben gibt es auch auf den Monden des Jupiter, denn dort findet eine Versammlung statt von einigen Moravecs. Und da sehen wir auch schon, die haben unterschiedlichste Formen, je nachdem, wo sie eingesetzt werden. Manche sind humanoid, manche sehen aus wie Mahmut, also eher wie ein Hund. Und manche, äh, wie Orpho, sein Kumpel, wie eine gigantische Weltraumkrabbe. Ja. Denn man hat eine Expedition vor zu Mars, weil man dort seit einiger Zeit eine stark erhöhte Quantenaktivität feststellt und man auch dadurch gemerkt hat, dass der Mars in der letzten Zeit terraformt wurde. Was nach ihren Ansichten der Naturgesetze eigentlich gar nicht möglich wäre. Und zumindest nicht in dieser Form. Ja. Beziehungsweise die sind besorgt, weil sie Angst haben, dass durch das, was da gemacht wird, das ganze Sonnensystem um die Ohren fliegen könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die haben Angst, dass das Raumzeitgewebe durch diese Quantentunnel sowas von perforiert wird. Das ist sowas wie eine Singularität oder sowas geben könnte. Es wird nicht genau ausgeführt. Ich glaube, Sie erwähnten, dass ein Loch in der Raumzeit droht. Ja. Das wäre nicht so gut. Nee. Auch nicht für Sie. Definitiv nicht. Ungefähr so, wie wenn man in die Vergangenheit zurückreißt und sich selber trifft. Pling. Pling. Dann fällst du eine Ohnmacht. Ja. Ja, zwischendurch kabbeln die beiden sich wieder über Shakespeare und Proust, weil Mahnmut ist komplett geschockt. Wie, du bist Proust-Fan? Das tut eigentlich nichts zur Geschichte, aber die beiden bilden so ein Dream-Team, das lockert das alles so schön auf. Das ist so eine kleine Bromanze zwischen den beiden. Ich fand das sehr schön. Es wird aber auch weiterhin auf dieser Versammlung diskutiert, ob die Menschen bzw. die Nachmenschen ausgestorben sind oder fort sind, weil man schon seit Jahrhunderten nichts mehr von ihnen gehört oder gesehen hat. Und was sie auch ein bisschen skeptisch dastehen lässt, auf den Mars-Küsten sind überall so Osterinselköpfe, so 4.250.509 Tendenz steigen. Und die werden von kleinen Grünen nicht Enten, sondern Männchen gezogen. Ja, KGMs. Genau. Schöne Anspielung auf die kleinen grünen Männchen. Die sind jetzt tatsächlich da. Oh ja. Und auch auf dem Mars. Ja, und auf das kommt einem jetzt natürlich schon etwas seltsam vor, weil kleine grüne Männchen ist ja wirklich nur ein literarisches Ding. Davon hat noch nie einer gehört, dass es die wirklich hätte geben können. Also wo kommen die her? Hat die auch jemand erzeugt? Auf jeden Fall wird beschlossen, die Moravex Ripo, Orfu, Koros III und Mahnmut auf den Planeten zu schicken. Und zwar mit dem Raumschiff, mit dem klangvollen Namen Das Raumschiff. Ja, es reicht doch, dass Mahnmuts U-Boot schon einen Namen hat. Die Dark Lady, auch aus The Tempest, der Sturm von Shakespeare. Ja, der Sturm hat ja hier eine Menge Einfluss. Auf der Sturm basiert ja auch, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Alarm im Weltraum. Ich komme gerade nicht auf den Originalnamen, dieser Science-Fiction-Klassiker aus den 50ern. Das ist auch der Sturm quasi. Aber ist egal, tut nix der Sache. Okay, dann muss ich mir den auch nochmal angucken. Und der kommt auch in die Show-Notes, oh, das wird zu viel. Denn mit dieser Dark Lady soll nämlich Mahnmut Koros an der Küste absetzen, während die anderen beiden oben im Orbit bleiben und auf sie warten. Und dort soll er auf dem Olympus-Mons die Quantenverschiebung aufklären. Ja, soweit der Plan, ne? Ja. Das Schiff soll per Schere dorthin reisen, was im Endeffekt nix anders als ein gigantischer Partikelbeschleuniger ist und der sie innerhalb von 2,6 Sekunden mit 3000 G Beschleunigung würde. Kann man nur vorsahen, dass sie Moravex sind. Mhm. Sonst wird's ungemütlich. Hier hatte ich für mich noch eine Anmerkung. Ralf könnte ahnen, worauf ich hinaus möchte, weil die Moravex erinnern mich an jemanden, an eine gewisse Buchreihe. Meinst du? Weißt du, wen ich meine? Ist das nicht direkt vergleichbar, aber irgendwie? Die Navigatoren? Nein. Nein. Ich denke da an das Bobby-Versum. Ach so, ja. Stimmt. Jetzt, wo du's sagst, aber die Moravex, na ja. Ja, grob. Grob, grob, ja. Aber es sind im Endeffekt, ja, beim Bobby-Versum ist es von einer Person quasi der Verstand, der digitalisiert wurde und immer wieder kopiert und die Moravex sind quasi auch künstlich geschaffene, aber teils organische, teils mechanische Wesen, aber können durch diese Modifizierung überhaupt erst, ja, sind sie überhaupt fähig, diesen Weltraumflug zu überstehen? Weil du siehst, bis auf die Quantentechnologie, die da auch schon was Neues zu sein scheint, also das ist für sie auch noch nicht so ganz geheuer, sind die Reisemethoden nichts Großes Neues. Also Quantenbeschleuniger, Partikelbeschleuniger ist im Endeffekt auch nichts anderes als eine Art Katapult. Das ist eine Railgun. Ja, die haben hier noch nicht Warp oder sonst was und man ist eigentlich der Meinung, dass sie eigentlich auf ihr Sonnensystem beschränkt sind. War für mich halt einfach nur so ein Gedanke dabei. Ich hab auch noch so eine kleine Anmerkung und zwar zu Orfu von Io. Der kommt ja eben von Io und das ist ganz witzig, weil dann im Englischen ist irgendwann mal die Rede von Orfu, sie, Ionien, also der Ionier, weil er eben von Io kommt und Ionien, das sind ja die Griechen, die in der heutigen Türkei leben. Also Griechenland war ja damals nicht nur das heutige Festland Griechenland, sondern auch die türkische Küste, die Schwarzmeerküste, Süditalien, Sizilien und so weiter, das ist griechisch und die Ionier, die leben jedenfalls an der Küste der heutigen Türkei in Kleinasien und Homer, wenn es ihn denn gegeben hat, kam von da, war ein Ionier. Ah, okay. Das ist auch nochmal so ein kleiner Querverweis. Interessant. Aber waren die Trojaner da nicht eigentlich auch Ionier? Das ist eine richtig komplizierte Sache, aber Homer, wenn es ihn gegeben hat, der hat die Story ja 800, Entschuldigung, 400 Jahre später frühestens aufgeschrieben, insofern können wir da mal drüber hinwegsehen jetzt. Schwierige Sache. Aber so rein geografisch kann man doch Troja, Ionium eher in die Türkei versetzen. Richtig, 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 genau. Gibt es eigentlich etwas dazu, wo der Name Orfu herkommt? Also ich dachte natürlich immer an Orpheus, aber habe da keine Parallelen gesehen. Nee, habe ich auch keine Idee. Also das ist das Einzige, was mir auch eingefallen ist und gefunden, sonst nichts dazu. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es daherkommt. Also Mahnmut habe ich einiges jetzt halt im türkisch-muslimischen Bereich habe ich da was gefunden, aber da schätze ich mal einfach nur, dass die Namen halt auch dementsprechend so passend zu dem Mittelmeerraum sind im Endeffekt. Ja, das denke ich auch. Weil Mahnmut eigentlich nicht wirklich für diese Reise geeignet ist von seinem Aufbau her, deswegen muss er auch in seinem U-Boot bleiben. Und Orfu ist eher geeignet, weil er ja ein Hochvakuum-Horweg ist. Er kommt mit dem Vakuum besser zurecht. Dafür kommt er auf Planeten nicht so gut zurecht. Ja, und Mahnmut ist halt wirklich für ultrahohen Druck gebaut. Also weil er ja auch in den Meeren von Europa taucht. Der hält Drücke aus, der könnte im Marianngraben rumlatschen und würde nichts merken. Ja, und die ergänzen sich insofern dann ganz gut. Ja, weiter geht's dann auch wieder auf der guten alten Erde. Und dort bereiten ja unsere Old-Style-Menschen nämlich einen Guss vor, nämlich einen Bronzeguss. Sie haben einen, ja, einen Ofen. Sie haben einen Gussofen, haben die selber gebaut und machen quasi den ersten Bronzeguss seit 3000 Jahren. Also sie holen sich jetzt so langsam wieder so Kenntnisse zurück, aber so ganz rudimentär. Aber trotzdem eine nicht schlechte Leistung eigentlich. Dafür, dass sie eigentlich Fissen aus der Steinzeit eher nur haben. Also politisch. Nicht mal das. Eigentlich nicht mal das, weil sie sich nur komplett bedienen lassen. Das ist schon eine ziemlich nette Sache. Also im Prinzip, da sie sich gerade das Bronzegießen wieder neu beibringen, sind sie ja im Prinzip nicht mal auf dem Level der antiken Griechen, beziehungsweise derjenigen, die diesen Trojanischen Krieg geführt hätten. Ja, weiter vor. Genau, genau. Wenn es ihnen denn gegeben hätte. Deswegen glaube ich da auch nicht an 3000 Jahre. Weil wenn du jetzt selbst, wir hatten ja vorhin was von Jahr 3000 gesagt, bei der einen Geschichtsebene, aber selbst wenn du jetzt bei uns, von unserem Zeitalter, 3000 Jahre zurückrechnest, mit erster Bronzeguss, daher ist das nur Zufall, soll das ein Hint sein, man weiß es nicht. Damon interessiert das allerdings kein bisschen. Da kam diese Szene, die ihr vorhin beschrieben habt, mit den T-Rexen vor. Gibt's hier T-Rexe? Nein. Ja. Weil er muss mal pinkeln. Aber wir erfahren, dass das im Dinosaurierwald ist. Da stand bei mir auch nur ganz groß, Dinosaurier? Er will dort Schmetterlinge fallen und geht erst mal pinkeln und ja, dann taucht ein Allosaurus auf und snackt ihn weg. Die Wollnichse machen danach den Allosaurus platt, aber er ist tot. Also das war schon eine Szene, die mich doch ein bisschen überrascht hat, weil das so gar nicht in den Kontext der ganzen Geschichte oder der verschiedenen Handlungsstränge passte. Das war auf einmal so, da kommt dieser Allosaurus und hab's und weg. Ja, Hammer. Ah, okay. Ich fand's auch nur ein bisschen, ich dachte so, oh, ich hatte irgendwie gehofft, dass ich Damon noch länger sehe. Das auch, ja. Scheiße. Nee, was ist das jetzt? Ja. Ja, aber der kommt ja wieder und das ist wahrscheinlich deswegen eingeflochten worden, damit man den Eindruck eben kriegt, dass es nicht so einfach ist, dort zu sterben. Ja, aber da hätte man ihn ja auch irgendwie, sag ich mal, an einem Darmverschluss sterben lassen können. Ja, das war lustiger. Ja, das ist natürlich was lustiger, auf jeden Fall, aber das war auch sehr überraschend, aber auch gut, gut überraschend. Passt aber auch wieder zum Seifen-Opa-Cliffhanger. Ja, ja. Weiter geht's allerdings wieder bei unserem geliebten Thomas Hockenberry, denn er folgt Athene bei ihrer Mission und stellt auch mal fest, das fand ich auch sehr schön, dass dieser Krieg nicht so lange gedauert hätte, würde es nicht die ganzen feste Feiertage und Ähnliches geben. Ja. Ja. Er erfährt aber auch, dass Athene ein Doppelspiel treibt, was wohl auch der Grund ist, warum Aphrodite sie aus dem Weg haben will. Denn sie lässt die Trojaner ihren Eid brechen und rettet trotzdem noch weiter ihre Lieblinge vor dem Thron. Sie lenkt zum Beispiel einen Pfeil ab, aber nicht gut genug, denn Agamemdons Bruder stirbt trotzdem. Nee. Quatsch. Menelaus, nee, Menelaus wird nur verwundet. Ach, stimmt. Ja, ja. Er wird in den Bauch getroffen. Stimmt. Ach, das ist aber, nee, das ist eine sehr schöne Szene, weil Agamemdons hofft ja so ein bisschen drauf, dass der stirbt, damit er den Krieg abblasen kann. Das ist ganz nett gemacht so. Ja, der hat ja auch keinen Bock mehr. Der hat auch keinen Bock mehr, ja. Er wird, ich glaube, es wird sogar beschrieben, er wird in seine Plauze getroffen. Genau. Sehr leidend, glaube ich auch, ne? Weil der Pfeil ist vergiftet. Mhm. Und wird dort auch noch versorgt. Hockenberry stellt wieder einmal fest, dass er fast keine Erinnerung an sein erstes Leben hat. Und dann wird wieder nach ein paar Schlachtbeschreibungen die Zeit wieder angefangen, äh, angehalten. Apollo und Aris kommen nämlich auf Trojas Seite und streiten sich mit Athene und Hera. Aphrodite kommt auch natürlich dazu und wird von ihm beschrieben als George Patton mit großen Brüsten. Das ist mir auch aufgefallen, das passt bei Aphrodite ja eigentlich so gar nicht, aber gut. Ja, wobei, Aphrodite, wir haben da immer so diese Liebesgöttin und so im Kopf, die hat schon noch andere Attribute. Gaius Julius Cäsar rühmt sich ja zum Beispiel von Aphrodite über Eneas abzustammen. Na, also die kann auch anders, ne? Ist sie nicht auch die Göttin der Jagd oder sowas? Nee, das ist Artemis. Ach, das ist Artemis. Ah, okay, habe ich verwechselt. Aber ganz kurz zu dem, was Raphael gerade gesagt hat mit dem Giftpfeil. Das fand ich auch sehr schön, dass Simmons da eben auch wieder eine Forschungsdiskussion einbaut. Die Forschungsdiskussion ist ja, hat man im Trojanischen Krieg Giftpfeile genutzt? Weil das widerspricht ja eigentlich diesem Heldentum und so weiter. Und da sagt Simmons ja eben, also beziehungsweise Hockenberry, doch, haben die gemacht. Und darum sterben halt auch so oft Leute an eigentlich kleinen Wunden. Und das macht ja immer wieder, so Forschungsdiskussionen aufgreifen und lösen. Ja, aber da kann man natürlich auch sagen, dass damals die hygienischen Standards nicht so hoch waren. Ja, das auch. Würde das nicht auch zu achten? Stichwort eher passen. Ja, Stichwort Wundbrand oder Tetanus oder sowas, ne? Auch eine kleine Bauchwunde ist, wenn du die nicht gut versorgen kannst, vor allem infektiös, das kann richtig nach hinten losgehen. Und an der Stelle nochmal ganz kurz, weil ich es eben verpasst hatte, zur Muse, da fand ich das von Simmons auch sehr schön, weil Hockenberry hat ja keinen Plan, welcher Muse er da seit neun Jahren jeden Abend Bericht abstattet. Und er sagt ja dann, also es gibt klassischerweise neun Musen, die sind jeder einem bestimmten Themengebiet zugewiesen, zum Beispiel eine ist für die Geschichte zuständig und so weiter. Und er weiß aber, ursprünglich gab es keine neun Musen, sondern ursprünglich gab es drei Musen. Erst später hat man neun Musen daraus gemacht. Und das ist eben ganz toll, weil das, was wir unter griechischer Mythologie oft im Kopf haben, ist halt so das Gesamtergebnis so aus römischer Zeit. Aber das hat sich ja alles erstmal so allmählich entwickelt. Und das erklärt Simmons hier sehr schön. Und irgendwann kapiert Hockenberry dann ja erst, dass seine Muse Melete ist, die Muse der Meditation, der Übung und Praxis. Eine titanische Muse, also so ne ganz alte Muse. Und die neuen Musen, die gibt's aber parallel auch. Das fand ich auch super cool, dass er das alles so erklärt. Und vor allem die Muse der Meditation. Diese Frau ist sowas von unentspannt. Die braucht mal ne Meditation. Die ist eigentlich die ganze Zeit im Buch immer nur unter Dampf und Agro. Ja, okay, wer weiß, was Aphrodite ja alles aufheißt. Ja, ja, die Aphrodite im Nacken. Die ist quasi so die Assistentin der großen Managerin. Und immer so, jetzt will sie, dass ich ihr mitten aus der Nacht ein Trüffel Eis aus Paris hole. Aus Paris-Krater. Paris-Krater, ja. Genau. Paris-Krater, genau, richtig. Ja, die Zeit wird dann wieder weiterlaufen gelassen. Und wir springen wieder auf die gute alte Erde zu Haman, Hanna, Ada. Die nämlich im eben genannten Pariser Krater Damon besuchen wollen. Und ich dachte mir im ersten Moment so, was? Ja, ja, genau. Und dann steht er so da zwei Tage nach seinem Klinikaufenthalt. Und ich fand sehr schön, wie Paris beschrieben wird. Vor allem ein Detail. Eine riesige Statue. La puta enorme. Ja. Die riesige Hure. Und da dachte ich mir, das passt perfekt zu Damon. Und es gibt dort halt auch neuere Götter-Tempel. Was dann so scheint, dass diese Welten vielleicht doch auch beide verbunden sind. Ja, das ist ja schon bei dem Thorin-Tuch so eine Sache. Ja. Dass die ja eigentlich den trojanischen Krieg dort mit diesen Thorin-Tüchern beobachten. Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass die auch wirklich an diese Götter glauben. Also von daher ... Ja, für die ist das mehr eine Show. Richtig. Kino. Ja. Das ist die moderne Art des Kinos. Die sind quasi wie die Scholiker, nur reines Zugucken. Ganz passiv. Ja. Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, dass die Menschheit einfach nur der Dekadenz anheim gefallen ist. und einfach nur nichts mehr über ihre Herkunft weiß, was sich später alles relativiert hat. Aber da versteht es halt auch Simmons echt gut damit, so ein bisschen zu spielen. Also er gibt die Hinweise nur sehr zögerlich, immer nur so tröpfchenweise. Mhm. Wenn man's dann noch mal liest ... Ich hab's ja einmal so gelesen, hab mal Notizen gemacht und dann noch mal einmal flüssig durch zum Genuss. Da hab ich dann auch gemerkt, beim zweiten Lesen, er gibt dir eigentlich noch viel mehr Hinweise. Du musst es nur bemerken. Also, weil anfangs denkt man so, oh, das kommt so tröpfchenweise, so tröpfchenweise, gib mir doch mal mehr. Danach merkst du eigentlich, er hat dir teilweise direkt von der Nase damit rumgewunken. Ja, das find ich aber auch schwierig beim ersten Mal lesen, dass man so viele Dinge, das sind so ein bisschen im Unklaren bleiben. Dass man zum Teil am Anfang erstmal nicht weiß, ist man da jetzt auf der Erde, ja, spielt das Ganze und so. Und dann fand ich's schon recht schwierig, auch auf solche Kleinigkeiten zu achten. Aber beim zweiten Lesen gewinnt das nochmal richtig, weil du dann viel mehr noch erkennst. Ja, das mag sein. Jedenfalls bei ihrem Besuch öffnet dann Daimons Mutter die Tür und erwähnt noch, dass er seit der Rückkehr von der Klinik halt noch ein bisschen verwirrt ist. Das ist normal, also wie beim Doktor, der seine Post-Regenerationsverwirrung hat. Und man entschuldigt sich für die Unachtsamkeit, dass man nicht auf jeden geachtet hat und dass ja die Wollnixe sonst immer funktionieren. Das hätten die noch nie getan, also sonst beißen die nicht. Und man fängt halt in dem Gespräch mit ihm wieder über Raumschiffe zu diskutieren. Und Daimons erzählt, dass er beim letzten Burning Man, das gibt's also immer noch, sehr geil, was in diesem Fall in der Antarktis stattgefunden hat, dass er dort eine Frau kennengelernt hat, eine ältere, aber sehr interessante Frau, die erzählt hat, sie wüsste, wo ein Raumschiff ist. Aber ist es nicht eher so, dass Harman ihn direkt darauf anspricht, dass er das mal erzählt hätte? Weil ich meine, er konnte sich doch erst gar nicht daran erinnern, oder? Kann sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist doch egal, ist doch egal. Ich hab über das so was gedacht. Nein, nein, das kann sein, ich weiß es nicht genau. War laut gedacht, ja. Nee, das ist so, das ist so, weil die wissen ja, dass sie Damon irgendwie benutzen können, um an ein Raumschiff zu kommen. Und ich glaube, das ist die Verbindung, dass Damon das mal erzählt hat, dass er diese alte Frau getroffen hat. Stimmt, das ergibt auch viel mehr Sinn, warum man ihn dann versucht hat, damit einzubeziehen, obwohl er eigentlich daran gar kein Interesse hat. Ja. Das ergibt viel mehr Sinn, ja. Richtig, richtig. Nur er hat erstmal nur wenig Erinnerung, weil er danach, also auch irgendwie tagelang gesuffen hat, glaube ich, ne? Ja, Burning Man. Und, ja. Ja, damit steht ja das nächste Ziel dann für sie fest. Das Trockental. Ab in die Antarktis. Genau. Und diese Frau, die er auch als Hexe bezeichnet, da fragt mich Harman, ob das Savi sei. Savi ist so eine Art Legende, die letzte Jüdin, eine Frau, die seit 1400 Jahren schon um die Erde wandelt, weil sie das letzte Fax verpasst hat. Was sich auch irgendwie sehr komisch anhört. Ich hab das letzte Fax verpasst. Ja. Ja, das kommt ja dann erst später raus, was das überhaupt bedeuten soll. Ähm, ihr habt gerade, wie habt ihr die bezeichnet als die letzte Jüdin? Ja. Steht das so im Deutschen? Ja, das steht im Deutschen da dran. Ah, weil im Englischen ist das... Oder die ewige Jüdin. Ja, genau, weil im Englischen ist das so Wandering Jew, was, das bezieht sich auf die ewige, also auf den ewigen Juden, was auch wieder so eine mythologische Figur ist. Ja. Ähm, was ich aber jetzt auch nicht vergessen hab, nochmal nachzulesen. Aber, ähm, also im Englischen bezieht sich das immer ganz klar auf diese Figur. Ja, also hier wird's halt immer als die letzte oder als die ewige Jüdin bezeichnet. Okay. Genau, genau. Genau. Das hat im Deutschen, ähm, im Deutschen hat das natürlich einen sehr schalen Beigeschmack, äh, weil es da, glaube ich, so einen ganz schlimmen, ähm, NS-Propagandafilm gibt, der diesen Namen trägt, ne? Darum ist das natürlich in der deutschen Übersetzung so ein bisschen problematisch dann. Ja. Hm. Aber es wird schon eigentlich ziemlich klar, dass das wahrscheinlich gemeint ist, dass das Gleiche gemeint ist. Ja. Was überrascht ist halt auch, dass Damon auch mit will. Also ich schätze mal, die haben wahrscheinlich geplant, der gibt ihnen die Information und dann können sie weiterziehen. Nee, aber er will mit. Ja, aber das wird ja total toll erklärt, warum der mit will, ne? Der hat Schiss zurück zu den Dinosauriern. Das ist ja immer wieder ein Thema. Ja. Gibt's hier Dinosaurier? Ja, genau. Er stellt mir die wichtigen Fragen. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, was ich in Paris-Krater noch witzig fand, also mit 25.000 Einwohnern, ist es ja scheinbar besonders groß als Schad. Und dann, es kann sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber es wird so ein bisschen angedeutet, als hätte man aus Notre-Dame in Anlehnung an die Geschichten aus dem Turintuch einen Apollon-Tempel gemacht irgendwie, wo dann irgendwas steht mit neumodischer Kram irgendwie. Das fand ich noch ganz interessant. Und diese Häuser, die heißen Domi, was der Plural von Domus, also Haus auf Latein sein könnte. Das waren noch so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Okay. Und sie lernen seine Mutter kennen, ne? Damons Mutter zum ersten Mal. Oh ja, das haben wir vorhin gesagt, die hat ihnen ja die Tür aufgemacht. Richtig, richtig, ja. Wodurch man ja das erste Mal überhaupt feststellt, dass es tatsächlich dort Nachwuchs gibt. Richtig, richtig, genau. Genau. Ja, irgendwie müssen sie ja weiter fortpflanzen, aber man weiß ja halt nicht wie. Ja. Ja, auf jeden Fall will Ada Haman, also man hat vorher schon gemerkt, auf ihrem Geburtstag, sie ist ein wenig scharf. Sie findet ihn faszinierend. Er ist so der ältere, abenteuerliche, interessante Mann. Nicht so wie die Buben, die da rumlaufen, die dummen Buben. Und sie will ihn auch diese Nacht verführen. Aber er ist der Held und sagt so, noch nicht. Aber er überredet sie zu etwas, zu dem Turinertuch. Wahnsinn. Wow. Wir gucken uns einen Film an. Wir gehen ins Kino. Haben wir den Hörerinnen und Hörern schon erklärt, was das Turinertuch genau ist? Nein, noch nicht. Aber es ist im Endeffekt, es wird einem aufs Gesicht gelegt. Doch, wir haben es mal ganz kurz angeschnitten. Und du erlebst dann wirklich diese antike Schlacht nach. Genau so, ja. Aber ist es denn eigentlich diesem Turinertuch nachempfunden? Also das ist ja, glaube ich, dieses Turinertuch, was auf dem Gesicht Christi gelegen haben soll. Ist das nicht das? Vom Namen her schon. Vom Namen her musste ich auch sofort daran denken. Ja, ja, genau. Und was natürlich noch ganz spannend ist, das wird sich ja auch später ergeben. Was genau wird denen da eigentlich gezeigt? Also ich möchte jetzt nicht so weit vorgreifen, aber das können wir vielleicht später mal im Kopf behalten. Was genau wird denen da eigentlich gezeigt? Also zum Ende hin offenbart sich sowieso ein gewisser Plan und das ist das Schöne. Im Endeffekt haben wir dann über fast 900 Seiten, wie soll man sagen, das Intro gehabt, die Vorgeschichte. Ja, könnte man so sagen, ja. Es ist noch fieser als bei den Hyperion-Gesängen, da sind es nur 200 Seiten, aber die sind dafür langweilig. Das hier ist gut. Ja, ist Action. Ja, Action. Und mit Action geht es auch wieder weiter auf den Ebenen von Ilium. Ja, natürlich, denn Athene boostet nämlich ihren Günstling Diomedes, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, mit Nanotechnologie. Also der wird förmlich als leuchtend, strahlend, brennend beschrieben und das passt auch. Und Hockenberry erinnert sich, dass Aphrodite von einem Sterblichen, nämlich eben diesen Diomedes, verletzt wurde, was ihr ja vorhin schon erwähnt habt. Hm, das muss ja alles passen. Genau. Und dadurch erkennt er auch, dass sie wirklich nichts von ihrer Zukunft wissen. Ansonsten hätte sie das ja verhindern wollen. Ja, stimmt. Und der letzte Beweis. Und hier tritt genau wieder das auf, was wir eben schon mal angesprochen haben, dass Simmons eben das Übernatürliche hier rationalisiert, weil der Hockenberry sagt ja dann, was in der Ilias da wortwörtlich steht, was Athena mit Diomedes macht, damit er das machen kann. Ich hab's jetzt hier nur auf Englisch stehen, she set the man ablaze und Hockenberry hat sich ja immer gefragt, was heißt das? Und jetzt kapiert er halt, ah, okay, sie hat ihn da halt mit Nanotechnologie und so weiter bearbeitet. Ja, also diese Verletzung ist dann halt auch nur am Handgelenk eigentlich nichts Schlimmes, aber es ist schon ein Schock. Er hat uns verletzt, ein Sterblicher hat einen Gott verletzt, was nachher auch nochmal ein bisschen genauer angesprochen wird. Aris und so weiter greifen auch weiterhin noch in die Schlacht ein und es ist ein einziges Zeit anhalten, Zeit laufen lassen, Zeit anhalten, Zeit laufen lassen. Meine Anmerkung war einfach nur ein Zitat aus Wayne's World, Spiel geht weiter, Spiel läuft. Ja, die ideale Methode, eine Schlacht so zu manipulieren, wie man's gerne hätte, muss die Zeit anhalten und alles so drehen. Dreht die Leute genau in diese Richtung, wie man sie haben will, bewegt irgendwie was. Ich finde an diesem Diomedes so krass, ich meine, was ist das für ein krasser Typ, ne? Okay, die Athene bearbeitet den da so ein bisschen, hilft ihm so ein bisschen nach, aber der zerhämmert da erst die Aphrodite, später noch den Ares und ja unglaublich viele Trojaner, ne? Und das ist ja schon super heftig, was der da macht und da habe ich mich gewundert, weil wir kennen ja heute eigentlich noch Achilles, kennen wir, ne? Hector kennen wir, den großen und den kleinen Ajax, die kennt man alle irgendwie, ne? Ja, aber den kennt man nicht. Ja, das stimmt. Wieso ist der nicht so hochgekommen, obwohl er doch eigentlich sowas reißen konnte? Ja, also ich habe kürzlich mal ein amerikanisches Comic gekauft, da hat ein Fan der Ilias sich genau das gedacht und halt ein Comic draus gemacht. Also der Diomedes lebt dann in unserer Zeit heute noch, der ist eben, weil er Ares und Aphrodite verhauen hat, mit Unsterblichkeit bestraft worden und lebt dann in unserer Zeit und so, da wird das mal aufgegriffen, aber sonst eigentlich erstaunlich. Ja, auf jeden Fall kriegen wir die ganze Zeit mit, wie sie gegenseitig immer da noch eingreifen und ihre günstliche Stärken, ach, den da aus dem Weg ziehen und ich weiß es leider nicht mehr, wer es ist, das habe ich in meinen Notizen leider nicht mehr entziffern können. Es wird ein großer Held getroffen und in der Ilias ist das eine große, epische, ausschweifende Rede, die er dann zu seinem Tod hält. Ja, 40 Zeilen lang, ja. Oh Gott, ja. Und hier ist es einfach nur, es ist im Endeffekt nur ein Scheiße. Fuck. Ja. Und da sagt Hockenberry ja dann auch so schön, ja, das musste Homer halt so ein bisschen literarisch überarbeiten. Das war eine sehr humorige Szene. Ja. Auch sehr schön fand ich seinen Kommentar, was er davon denkt, dass das Handgelenk von Aphrodite aufgeschlitzt wurde, nämlich scheiße geil. Und da kommt ja dann irgendwie so ein goldenes Zeug raus statt Blut, ne? Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie hieß das Zeug nochmal? Ich hab's, äh, vergessen. Du hast doch einen eigenen Namen, glaube ich. Du beschreibst das so ein bisschen wie Ambrosia, glaube ich, ne, oder so, ich weiß es nicht, aber... Wo ich mir auch dachte, es ist vielleicht durch Nanopartikel sehr angereichertes Blut. Ist auch möglich, ja. Ähm, wobei ich glaube, die Aphrodite, wenn die vom Schlachtfeld verschwindet, da zeigt die sich doch kurz in ihrer wahren Form. Kann das sein? Oder hab ich das grad falsch in Erinnerung? Ich hab's so in Erinnerung, dass sie auf jeden Fall klein und fast menschlich dargestellt wird. Ja, ja. Also, da kam eben der Eindruck auf, dass die Götter eben früher was anderes waren, bis sie eben durch diese Nanotechnologie überhaupt aufgerüstet wurden. Und größer geworden sind. Ja, genau. Dass sie aber im Ursprünglichen doch vielleicht doch nur Menschen waren. Ja, aber ich hab in Erinnerung, dass die sich in so eine Art schwarzen Wirbel mit Elektrischen... Nee, das war Aris. Das war Aris, als er in den Rage-Mode gerät. Okay, okay. Also, der verändert seine Form nochmal, wo man auch sieht, die Götter können morphen. Und es ist dann halt nicht eine Illusion, das ist wirklich physisch. Ja, sie wird auf jeden Fall mit dem Streitwagen wieder zum Olymp hochgebracht. Und die Schlacht geht weiter. Wir erfahren auch, dass ein Krieger dort quasi zum Heilen auf dem Olymp gebracht wurde und solange dort einen... Also, der mit dem Pfeil, glaub ich. Und dass er solange einfach durch ein Hologramm vertreten wurde. Also, im Endeffekt wird jegliche Heldentat, alles Göttliche wird wieder einmal komplett entzaubert. Also, ich muss sagen, das war tatsächlich so einer der Teile des Romans, der mir am wenigsten gefallen hat. Weil das einfach nur ein wildes Schlacht hin und her war, was man, wie ich's fand, auch echt kürzer hätte fassen können. Aber das ist halt... Stimmons, der verliert sich gerne in Details. Das ist natürlich die Ilias, ne? Ja. Also, der paraphrasiert die ja teilweise. Da macht Hockenberry ja auch so ein Witzchen drüber. Also, Hockenberry sagt manchmal Sätze und sagt dann so, hm, irgendwie hab ich das Gefühl, ich hab das schon mal gelesen, was ich grad gesagt hab. Das sind halt Sätze, da wird wirklich die Ilias so ein bisschen nacherzählt dann so. Zu diesem Zitat, dass er sagt, hm, das, was ich da grad, ne? Das hab ich doch schon mal irgendwo gehört. Genau, genau. Manchmal hab ich generell das Gefühl, weswegen bei mir auch der Gedanke einer Simulation mal kurzzeitig aufkam, Hockenberry scheint manchmal mit dem Leser zu sprechen. Ja, Hockenberry ist... Also, wir haben ja drei Erzählstränge, ne? Und der Hockenberry-Erzählstrang ist ja auch der einzige, der in der Ich-Perspektive ist. Ja, ich und Vergangenheit. Der Rest ist von außen an allwissende Erzähler und wird im Präsens erzählt. Genau. Und es wirkt manchmal so, wie Raphael schon sagt, dass er so ein bisschen die vierte Wand durchbricht, ne? Als man mit dem Leser sprechen würde. Ja, ja. Das hab ich auch so empfunden. Und er ist ja manchmal auch relativ kritisch gegenüber dieser ganzen Ilias, dass er, ich glaub, an irgendeiner Stelle sagt er auch so, ja, eigentlich hat jeder, der hier vorkommt, jeder, der hier ist, dem hat Omer einen Namen gegeben. Also, das wirkt auch schon manchmal so ein bisschen so, ne? So ein bisschen genervt. Und er ist auch ein bisschen die Stimme des Lesers. Genau, genau. Ja. Ja, wenn da so eben Sachen kommen wie, ich weiß jetzt nicht welchen Namen, ja, das war der und der, aber nicht der, den man bekannt, der Bekannte so und so, sondern der andere, der Kleine oder wie auch immer, ne? Da gab's noch einen von. Ja. Das macht öfter auch. Das macht die Sache halt auch wieder so ein bisschen charmanter. Auch wenn's teilweise trocken ist, macht es die Sache echt, Anführungsstrichen, erträglich. Auf jeden Fall, und in der Ilias ist das ja eigentlich noch schlimmer und das ist auch der Grund, warum ich die Odyssee cooler finde, so, ne? In der Ilias, da geht's die ganze Zeit um dieses Blutgemetze, während in der Odyssee, da haben wir halt so ein bisschen Abenteuer und dieses Schlitzohr Odysseus und so, ne? Ist so mehr mein Ding. Aber den haben wir ja gleich auch noch. Genau. Der kommt noch. Allerdings sind wir vorher wieder um den Mars herum im Orbit, denn das Schiff, das Schiff befindet sich im Bremsmanöver und dies wird ein paar Tage dauern. Es gibt auch ein bisschen Technik-Bubble, es kann aber auch Monate dauern, aber wir machen das ja so und so und so. Wenn da nicht was kommen würde. Richtig. Es soll nämlich erstmal aus dem Orbit auch die Quantenaktivität, die erhöhte, angemessen werden und sie sogar noch höher als vermutet. Und dann wird das erstmal das auch erwähnt, was, glaube ich, Michael vorhin sagte, den Riss im Raumzeitgewebe. Es wird aber auch nebenbei noch angemerkt, wir erfahren jetzt, dass es diese Woi-Nixe schon seit mindestens 2000 Jahren gibt. Also, die sind schon ein bisschen länger dabei. Und Kurus will sich jetzt bei seiner Annäherung der Triebwerke bedienen, weil er will schon einmal auf sich aufmerksam machen und schauen, ob die Bewohner unten reagieren. Die Nachmenschen, wie sie vermuten. Und danach gleich instant wieder in den Tarm-Modus gehen. Sie sind allerdings auch echt verwundert. Sie sehen tatsächlich keine Anzeichen einer technologischen Zivilisation auf dem Mars. Sie sehen diese kleinen grünen Männchen. Sie sehen diese Steinköpfe. Und dass irgendwas auf dem Olympus-Mans los ist. Das hat halt auch diese Quantentechnologie. Aber sie sehen keine Zivilisation dort unten, die Hochtechnologie hätte. Sehen sie da schon die kleinen grünen Männchen? Die haben sie vorher schon. Die haben sie schon vorher gesehen. Ah, okay. Ja gut. Mit den ganzen Steinköpfen, die alle gleich aussehen. Ja, ja, das weiß ich noch. Es wird noch beschrieben, dass auf einem der Monde des Mars auf Phobos, Doom-Spieler werden ihn kennen, dass es dort Reste von Kuppeln gibt zum Beispiel. Aber die sind alle schon alt und kalte Fusions-Mailer. Das ist noch, das ist uralt. Das ist lange nicht mehr in Betrieb. Aber auf dem Olympus-Mans ist von der Quanten-Kartografie her der Teufellos. Absolutes Chaos. Und aus diesem Chaos reißt sie eine Sache raus. Ein Dude mit einem Streitwagen ist plötzlich im Orbit. Also ein Dude und eine Frau und die machen kurz einen Prozess. Es blitzelt und das Schiff der Moravex ist halb kaputt. Also die Vermutung ist natürlich groß, dass das Zeus und ein Blitz von Zeus ist. Wobei das nicht so ganz klar ist, ob das wirklich er war oder einer der anderen Götter. Was aber auch nicht wirklich wichtig ist. Es steht zuerst da, dass das ein Gott mit seiner Freundin wäre. Dadurch dachte ich, es wären Zeus und Hera. Aber später wird aber irgendwann mal klargemacht, es waren Zeus und Athene, die das gemacht haben. Also der Blitz ist natürlich klarer Hinweis darauf, dass es Zeus ist. Ja, aber könnte auch jegliche andere Entladung gewesen sein. Also von daher. Aber Zeus bietet sich halt an. Ja. Weil vor allem Zeus traue ich auch zu, dass er auch tatsächlich von den Moravex weiß. Und später, in einer anderen Szene, ich gehe jetzt noch nicht genau darauf ein, erwähnt ja auch Hera. Hera, genau. Solche wie ihr. Also kurz um, den beiden sind Moravex bekannt. Ja. So welche wie euch habe ich noch nie gemocht. Oder irgendwie so. Genau. 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 Zumindest was sie sind. Richtig. Richtig. Und an der Szene fand ich so schön, das ist ja eigentlich erstmal so irgendwie eine ziemlich abstruse Story. Da ist irgendwie ein Raumschiff und da kommt so ein Streitwagen mit zwei griechischen Göttern und da ballert das Raumschiff. Aber ich glaube, da wird auch noch so irgendwie gesagt, dass Zeus auch noch so irgendwie wütend die Faust schüttelt oder sowas. Also irgendwie ist es dann schon eine lustige Szene. Und ich finde auch sehr schön, diese Streitwagen, die könnten ja eigentlich von selber fliegen. Das sind ja Fluggeräte. Aber des Stils wegen hat man halt diese holographischen Werte da irgendwie noch davor gesetzt. Ist schon cool irgendwie. Ja, alles sehr, sehr stilbewusst. Ja. Also ich sag's mal so, Erich van Däniken hätte seine pure Freude an dem Buch. Sicherlich, ja. Es hat auch eine gewisse Parallelität zu Stargate im Grunde genommen. Denn da zeigen sich die sogenannten Götter ja auch mit Stil, um einfach den Eindruck von Göttern auch zu erwecken. Nach dem Motto, wir haben übernatürliche Kräfte und das machen die Götter hier, die griechischen Götter, eigentlich nicht anders. Wenn sie jetzt da einfach rumfliegen würden, würde jeder auf die Idee kommen, ja gut, dann haben sie eben technologische Maschinen da. Aber so, hier, wir haben einen Streitrösser davor. Hoho, wir sind Götter. Ja, und da stellt sie für mich halt auch die Frage, haben sie das so gestaltet, weil sie nach den Göttern gestaltet wurden? Oder sind sie der Ursprung für die Geschichten der Götter? Boah, Raphael, das ist eine hammer komplizierte Frage, glaube ich, die wir am Ende diskutieren müssen. Weil das ist mit ganz vielen Problemen, glaube ich. Ja, ja, ich sage halt, also ich habe schon so die Vermutung, vor allem wegen Zeitreise, ich sage nur wieder, es ist ein Kreis. Ja. Ja, also, es ist da, weil es schon immer da gewesen ist. Es ist in diesem Fall sogar noch etwas komplizierter. Oh Gott. Wenn man das zweite Buch nimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber lass uns da am Ende drüber reden. Genau, genau, genau. Ja, danach ist große Diskussionsrunde mit Uso und Biv-Teki. So, Uso und Biv-Teki gibt es leider nicht auf dem Platz des letzten Burning Man, das ist ja schon ein bisschen zu lange her. Denn dort befindet sich auch ein undurchdringliches Kraftfeld an dem Fax-Knotenpunkt. Sie wollen allerdings aus diesem geschützten Bereich raus und die Servitoren wollen sie eigentlich nicht so rauslassen, weil von wegen, das können sie sich nicht beschützen. Aber sie kriegen, als sie weiter darauf drängen, wenigstens, ich habe es beschrieben als eng anliegende Nakedye-Thermo-Anzüge. Also wie eine zweite Haut ansitzende Schutzanzüge, die die Temperatur regulieren, auch gegen Stöße helfen und auch helfen, wie wir später merken, sie sind auch raumtauglich. Ja, man kann drin atmen, also mit so einem Tauchanzug so ein bisschen. Die Periroden-Leser würden es wahrscheinlich als Serun bezeichnen. Das mag sein. Keine Ahnung. Ja, da ist Ralf dafür. Spätestens jetzt, ja genau, spätestens jetzt müssten sie eigentlich auch festgestellt haben, dass die Erde eine Kugel ist, weil das wussten sie vorher nicht. Genau, das war vorhin auch noch nicht so ganz klar. Wegen der Zeitverschiebung und dem Klima dort wundert einen das natürlich schon, dass sie das nicht wussten. Aber sie haben eben durch die Fax-Knoten auch überhaupt keine Vorstellung davon, wo sie jetzt jeweils sind, wo sie sich auf der Erde befinden, wie das im Zusammenhang steht. Wie Paris zum Beispiel mit Ardys Hall zusammenhängt, wie in welcher Relation das ist oder zu der Antarktis. Ja, das ist doch, wenn du einfach durch einen Knotenpunkt dich faxen lässt, ist doch egal, ob der Ort ein Kilometer weit weg ist oder 100 Kilometer. Ja. Und deshalb arbeitet der Haarmann ja auch seit 50 Jahren an einer Karte, weil der sich halt Gedanken darüber macht. Aber es ist ja auch bezeichnend, der arbeitet seit 50 Jahren an der Karte und hat ja trotzdem kaum einen Plan. Der muss ja alles zu Fuß ablassen. Wollte ich gerade sagen. Richtig, richtig. Da brauchst du ein bisschen Zeit. Stimmt. If I go walk 500 miles. 500 miles. Hat er wahrscheinlich dabei die ganze Zeit gehört und gesummt. Wäre schön. So stelle ich mir das jetzt vor. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall können sie sich damit ins Eis begeben, tatsächlich. Wo sie dann nach Spuren suchen, aber erst nichts finden. Und Haarmann möchte schon wieder zurück zu einem wärmeren Ort, findet aber an einem Stein seltsame Kratzer, die er für eine alte Schrift hält. Da drauf steht 8849. Und es ist nicht so spektakulär wie eine Stargate-Adresse, aber es ist die Adresse für einen weiteren Faxknotenpunkt. Den keiner kennt. Richtig, ja. Und von dem gibt es keinen Weg zurück, denn dort gibt es kein Einwahlgerät. Das erinnert einen auch wieder an Stargate. Es ist irgendwo verschüttet worden. Ja, ja. Hier liegt jetzt auf. In der Antarktis. Oh Gott. Es sind die Antiker. Das passt. Gut. Es fügt sich alles zusammen. Genau. Ja. Grüße an den Stargate-Podcast. Ja. Aber dort steht etwas. Ein altes Haus. Nicht das alte Haus der Hexe. Von Savi. Und dort finden sie auch ein Fahrzeug. Einen sogenannten... Ich fand so schön... Einen Soli. Aber wird anders geschrieben. Ja. Aber meine Spracherkennung hat immer Sony draus gemacht. Zu der Erklärung für die Hörer. Ich habe irgendwann meine zig Seiten Notizen, weil ich keinen Bock hatte zu tippen, einfach mit der Spracherkennung reingehauen. Es kamen sehr schöne Stilblüten dabei raus. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Aus halb zerstört wurde 9.30 Uhr stört. Was heißt das jetzt noch? Ich dachte so, halb 9.30 Uhr stört? Ach, halb 10 stört. Das ist halb zerstört. Ah. Sie fliegen damit los, kommen bei diesem Haus an und werden von der Hexe oder nennen sie ab jetzt mal Savi mit Essen und einer Pistole empfangen. Die Frau ist auf jeden Fall nicht doof, aber sie schien sie erwartet zu haben. Hat sie vielleicht also auch schon beobachtet. Sie kennt sie nämlich auch alle. Und Harman hat sie, wie sie sagt, sogar definitiv überwacht. Ja, er ist auch das interessanteste Ziel, sag ich mal. Ah, aber ich finde immer, sie hat doch mehr Interesse an Damon. Das kommt ja noch. Ja, aber ich finde, ich hatte immer das Gefühl, dass sie in ihm mehr Potenzial sieht. Vielleicht auch wegen des Alters. Wollte ich gerade sagen, weil er junger ist. Aber weil sie vielleicht auch erkennt, wie er wirklich ticken kann. Also sie, ich hatte das Gefühl, die beiden sind irgendwie sich gar nicht so unähnlich in einigen Punkten. Vor allem, sie sind beides Zyniker. Ja, das stimmt. Bei ihm zeigt sie auch später noch die weiteren Funktionen seines Arms. Stimmt. Schön finde ich an der Stelle noch, wo wohnt Savi im Mount Erebus. Und Erebus, das ist ja der Gott der Finsternis. Und die, die The Terror gelesen haben von Dan Simmons, das Buch, was er 2007 geschrieben hat, was ja kürzlich auch als Serie kam auf Netflix oder so. Da ist das ja der Name des einen Schiffes auch. Ah, das ist das. Das ist also mit, ah, okay, 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 die Liste hatte ich nämlich auch bei mir auf der Liste, ja. Ich habe nämlich noch gar nicht geguckt, was Terror ist. Ich habe von seinen Älteren ein paar Sachen gelesen. Terror habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich glaube, ich habe da zwei Folgen von der Serie gesehen. Das war mit Tom Hardy, glaube ich auch, ne? Genau, genau. Ja, er macht ja auch viel Horror zum Beispiel. Ja. Da hatte ich für mich auch schon so eine Anmerkung, weil ich glaube, sie hatte nicht den Nachnamen Uhr. Nee, hat sie nicht. Da dachte ich auch mal, ist Uhr ein Titel oder ähnliches, aber ... Oder eine Bezeichnung dafür, was sie sind? Eine Uhr. Oder die Zukunft wird dominiert von TikTok. Manche heißen auch Standuhr oder Armbanduhr. Also Standuhr ist es, glaube ich, eine männliche Prostituierte. Kann ich dann die Taluhr heißen? Ja, die dicke Taluhr. Die dicke Taluhr. Ja, genau. Du sitzt in einem Tal. Ja, eine Dünnelberguhr oder eine dicke Taluhr. Dann wäre ich aber gerne eine Smartwatch. Ja. Du bist eine ganz kluge Uhr. Richtig. Ja. Und von Sabi erfahren ... Äh, Sabi, sag ich schon. War Sabi. War Sabi. Von Sabi erfahren sie dann halt auch, dass es wirklich nur diese 300.000 Menschen auf der Erde gibt. Genau. Ja. Und dass ja niemand nachgezählt hätte. Man erfährt, dass sie halt auch schon vor dem letzten Fax da war, dass sie danach auch immer wieder mit Menschen gesprochen hat. Und da zeigt sich halt schon, dass die Frau wirklich über 1400 Jahre schon auf der Erde verweilt. Und sie stellt sich vor eine Wahl. Entweder ihr kommt mit mir, ihr folgt mir, oder ihr geht wieder zurück. Entscheiden muss es jeder für sich. Jeder alleine. Alle wollen mit. Wieder sogar Damon. Allerdings braucht der vorher noch einen schluck starken Wein. Ja. 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 Ja, um das zu verdauen. Also seine Welt stellt sich gerade komplett auf den Kopf. Und dafür schlägt er sich nicht schlecht. Das stimmt. Also die anderen waren ja vorher schon so ein bisschen gefasst drauf. Wenn man überlegt, wie er vorher gelebt hat. Also die anderen? Genau. Genau. Und die hatten ja schon auch einen Plan. Also diese Suche nach einem Raumschiff und sowas. Und er war ja vorher wirklich so dieser, naja, ne? Ja. Ja, er geht da so ziemlich mit trockenem Humor rein. Ich mach mit. Aber ich brauch erstmal einen harten Drink. Ja. Was ich gut nachvollziehen kann. Ich glaub, das wird mir genauso gehen. Wer aber auch noch einen harten Drink gebrauchen könnte, wäre Mahnmut. Weil, äh, der wird erstmal nach 30 Sekunden Bewusstlosigkeit, nach dieser Explosion wieder wach. Und sucht Orpho, äh, und sucht Orpho, der schwer verletzt ist, aber gerade noch lebt. Also der ist jetzt eigentlich nur noch ein Rumpf ohne Augen, ohne Gliedmaßen. Eine riesige schwarze Beule. Ja. Oder so. Ja. Ich bin später als Muschel bezeichnet. Und er schleppt ihn ab und, äh, er arretiert ihn jetzt erstmal im Laderaum seiner Dark Lady, weil er das tatsächlich als beste Möglichkeit sieht, sie irgendwie noch nach unten zu bringen. Das ist das einzig Intakte in diesem Schiff. Sein U-Boot. Und da hatten sie ja richtig Glück, dass sie das Ding mitgenommen haben. Naja, das war ja auch, hatte ja auch schon seinen Zweck. Es sollte ja auch quasi für den Wiedereintritt sein. Aber eigentlich hätte es dann ja, ähm, wie hieß er nochmal? Korus? Der Dritte? Ja, er hätte es eigentlich dann ins Meer steuern sollen. Wassern sollen dann, ja. Genau. Das muss jetzt allerdings, ähm, Orfu übernehmen per Direct Link, weil er kann so nix mehr sehen, aber er kann die Sensoren des Schiffes wenigstens noch einigermaßen nutzen. Was vorher ja auch schon, ähm, Mahmut gemacht hat, das wurde ja beschrieben, dass er sich ja wirklich, als er auf der Flucht vor diesem Riesenkraken war, dass er wirklich ein Teil des Schiffes war und sich danach wieder auf sich selbst reduziert hat. Stimmt, ja. Aufruh hält es für ein komplett unrealistisches Unterfangen, aber er sagt sie auch, hm, warum nicht? Ich meine, sie haben nix zu verlieren. Ja, keine Wahl. Ja. Du hast keine Chance, nutze sie. Ja, es gibt auch keine Alternativen. Sie stürzen ja sowieso ab. Eben. Kann man nur versuchen, es noch wenigstens einigermaßen kontrolliert zu schaffen. Ja. Ja. Weiter unten auf der Ebene von Ilium nimmt Diomedes jetzt Aris aufs Korn und wird von einer getarnten Athene unterstützt. Und dabei passiert das, was Michael vorhin gesagt hat, dass Aris zu einem wild rotierenden Zyklon aus schwarzer Plasma-Energie wird der Blitze verschießt. Aber danach, ja, also ... Er wollte ja nicht mehr das machen, was Aphrodite hatte. Mhm. Darauf hat er keinen Bock. Nö, also geht er komplett in den Rage-Mode. Er teleportiert dann halt auch wieder per Quanten vom Schlachtweg und Hockenberry teleportiert dann von seinem Kollegen weg. Das haben wir nämlich vergessen. Er hat nämlich den Nightenhale ... Nightenhälzer. Nightenhälzer. Entschuldigung, Nightenhälzer. Genau, Kies. Ich hatte meistens auch als Kieschen hier reingeschrieben, also wie der Dudmeister aus Scrubs. Ich weiß nicht, war mein erster Gedanke. Entschuldigung. Jedenfalls teleportiert er von ihm weg und ihm hinterher, dem Aris. Und der Raum, in den er teleportiert, sieht aus wie ein Krankenhaus aus seiner Zeit. Aris wird von fast menschlichen Gestalten operiert und er hat Angst. In den Tanks, die dort rumstehen, mit Flüssigkeit und Würmern, sieht man noch andere Götter. Deswegen hatte ich auch die Anmerkung, Bacta-Tank. Mhm. Und Zeus taucht auch, meckert zwar, der zieht ordentlich vom Leber, aber er wirkt trotzdem besorgt. Also, was denen da widerfahren ist, war dann wahrscheinlich schon doch nicht so klein. Ja. Tatsache, dass sie in die Bottiche rein müssen und regeneriert werden müssen, mit Hilfe von Gerätschaften einem bekannt vorkommen sollten. Mhm. Das ist natürlich für jemanden, der sich für allmächtig hält, schon etwas problematisch. Ja, also sie glauben ja auf jeden Fall schon selber, Fastgötter zu sein. Jedenfalls, außer Zeus und Hera. Mhm. Aber der Rest hält sich wirklich für Götter. Und in diesem ganzen Gespräch mit Zeus, was ja Hockenberry belauscht, stellt er fest, dass sie tatsächlich sich wohl entschieden haben, dafür Götter zu werden. Dass sie sterben können. Und solange sie keine Rekonstruktionstanks oder wir Auferstehungsmöglichkeiten haben per Rekombination, also DNS-Rekombination, dass es halt auch Fälle geben kann, wo das nicht zur Verfügung steht. Ja. Die sind halt auch quasi auf ihren Wirkungsbereich beschränkt. Ähnlich wie unsere, ich nenne sie jetzt einfach Old-Style-Menschen, die halt auch in ihrem goldenen Käfig sitzen, wo es ihnen gut geht, haben da die Götter zwar Macht, aber wenn sie aus dem Bereich raus sind, sind sie genauso anfällig und sterblich wie jeder andere. Ja, da kannst du dann auch mal brenzlig werden. Und in diesen Tanks, da sind ja diese grünen Würmchen, die du eben schon mal angesprochen hattest, Raphael. Und draußen läuft aber irgendwie noch so ein großer Tausendfüßler rum irgendwie, oder? Ja, so ein Roboter. So ein Roboter-Tausendfüßler, ne? Ja. Der ist der Arzt sozusagen, ne? Mhm. Okay. Und es sieht auch so aus, als ob da wollen nix so rumlaufen. Ja. Ganz dort auch zu gehen. Aber das ist wieder eine Verbindung zur Erde, die hier reingeschmissen wird. Was machen die da? Ja, so eine Verbindung zwischen Altmenschen und Nachmenschen. Also da wird wieder eine Verbindung zwischen diesen aufgebaut, dass man auf die Idee kommt, sind das wirklich vielleicht Nachmenschen? Ja, diese Frage bleibt auch bis zum Ende von diesem Buch, wird es schon so ein bisschen angedeutet. Aber ich traue es dem Roman zu, dass er dann im zweiten Teil das auch wieder auf den Kopf stellt. Spoilern wir noch nicht. Nein, aber wir seien das für nichts. Ja, das ist gut. Ich habe noch nichts gelesen vom zweiten Teil. Also bitte nicht Spoiler. Nee, nee. Wir beschrecken uns auf Ilium. Genau. Unser geliebter Hockenberry will jetzt aber auch verschwinden und würde am liebsten zu seiner alten Uni teleportieren, zurück ins Wohnheim. Aber es geht nicht. Also geht es wenigstens in ein anderes Wohnheim, nämlich in das am Rand des Olympos Mons. Das ist der Scholiker. Dort taucht auch quasi sehr schnell die Muse auf und will zu ihm. Aber er ist noch getarnt mit dem Helm und sie findet ihn dort nicht. Und wer hätte gedacht, sie ist stinkig. Wie immer, ne? Ja, genau. Wie immer. Also er fürchtet um sein Leben. Ja, er möchte ja eigentlich nur noch fliehen. Aber wohin? Wohin? Verstecken? Aphrodite kann ihn ja noch sehen. Und die wird ihn bestimmt, sobald sie aus dem Tank kommt, suchen. Aber unter Garantie. Also geht er eigentlich davon aus, dass sein Leben so gut wie beendet ist. Ja, er entscheidet jetzt quasi schon, wohin er gehen wird. Aber das erfahren wir später. Denn erstmal wird gespeist. Savi erzählt halt auch, dass sie im Eis war, als das letzte Fax ohne sie geschah. Die Altmenschen waren damals auch nicht eine Million. Es waren quasi nur noch 9000 Jahre. Und das waren primär Juden wegen ihrer Immunität des zu dem Zeitpunkt noch relativ unbekannten, jeweils für den Laser unbekannten Rubikon-Virus. Genau. Du hast gerade aus Versehen 9000 Jahre gesagt. 9113 Menschen, meintest du. Oh, Entschuldigung. Die haben überlebt, genau. Kleiner Versprecher. Ja, aber das fand ich auch so ein bisschen krass. Also einmal dieser Rubikon-Virus. Das spielt ja klar auf Julius Cäsar und den Rubikon überschreiten irgendwie an irgendeiner Weise. Keine Ahnung, ob man dadurch genetische Experimente oder sowas irgendwas hat überschritten hat, was man nicht hätte überschreiten sollen. Aber was ich dann eben auch krass fand war, die Savi sagt ja selber an irgendeiner Stelle, dass Jüdin und Jüden, wie sagt sie, dass das eine fiktive Rasse sozusagen ist, weil das ja mit der Religion zusammenhängt und so weiter. Darum habe ich das hier nicht verstanden. Da kann ich was zu sagen. Super. Weil es ist doch eigentlich so, dass du dann auch nur jüdisch bezeichnet wirst, wenn deine Mutter auch Jüdin war, wenn dein Vater jüdisch war, aber deine Mutter nicht, bist du quasi nicht jüdisch. Du kannst vielleicht hebräischen Glauben sagen, aber du bist kein Jüdin. Verstehe. Weswegen, das ist so ein Anteil, den ich so ein bisschen kritisch sehe. Ja, weil das dann halt auch wieder darauf eingeht, dass die Juden sich quasi darauf nur definieren würden, dass sie in einer Blutlinie quasi zurückverfolgbar sind, mütterlicherseits. Anmerkung, dies gilt jedoch nur für das orthodoxe und konservative Judentum, bei dem lediglich ein Kind von einer jüdischen Mutter auch als jüdisch gilt. In anderen Gruppierungen ist es egal, welches Elternteil jüdisch ist. In manchen ist es sogar egal, ob man überhaupt jüdische Eltern hatte, sondern dass man nur dem Glauben beigetreten ist und nach diesen Regeln lebt. Dies stellt jedoch eine stark vereinfachte Zusammenfassung dar, die nicht alle Strömungen umfasst. Sollte hier noch weiteres Interesse bestehen, empfehle ich euch selber darüber zu recherchieren. Ihr könnt euch zum Beispiel bei den jüdischen Gemeinden in eurer Nähe informieren, die auch oft eine Internetseite haben. Oder einfach über die Internetseite des Zentralrats der Juden, in dem es ein sehr schön aufbereitetes FAQ gibt, in dem viele grobe Fragen schon abgedeckt werden. Und ansonsten sucht das Gespräch. Das passt in der Hinsicht aber auch, weil die Nachmenschen ja angeblich alles Frauen waren. Jedenfalls nehmen sie die Form von Frauen an. Die Form von Frauen. Naja, sie werden zumindest als Frauen dargestellt. Stimmt. Ob sie jetzt alle Frauen waren, ist eine andere Frage. Aber allein diese Tatsache geht in dieselbe Richtung. Ja, da dachte ich halt auch wieder so ein bisschen an Juden und die Bene Gesserit. Oder in den späteren Büchern sind ja halt auch noch Juden quasi die Letzten, die sich noch als eigenständige Gruppierung erhalten haben. Und auch da halt darauf sehr viel Wert gelegt haben, auf die zurückverfolgbare Blutlinie. Das war halt so das, wo ich auch gesagt habe, das hat so ein bisschen Geschmäckle. Ich weiß, was er damit sagen will, aber es hat ein bisschen Geschmäckle. Das ist natürlich für uns, aufgrund unserer speziellen deutschen Prägung, ist das irgendwie alles so ein bisschen unglücklich so. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Amerikanerinnen oder so wirkt. Also auf mich hat es auch so wie auf dich gewirkt. So ein bisschen, ich dachte so, muss das jetzt so sein? Was meint er damit? Will er damit irgendwas andeuten, was so toll ist? Richtig. Nee, aber es wird halt einfach, das habe ich jetzt gar nicht mal so stark, sondern einfach, dass sich darauf wieder reduziert wird. Aber da kriegen später andere Religionen, die eher was gegen die Juden zu haben, scheinen, eher was ab. Oh ja. Und das muss man jetzt natürlich auch noch klar sagen, damit das jetzt nicht für die Hörerinnen und Hörer falsch rüberkommt. Die Savi ist als Charakter ja auch ganz klar ein positiver Charakter. Oh und wie. Ja. Sie ist der weise und coole Meister Yoda. Ja. Stimmt, ja. Ja, die ist die Einzige auf der Erde, die einen Plan hat. Das ist Jodi. Jodi, Jodi. Ja, sie fliegen jetzt auf jeden Fall weiter mit dem Sony und man fragt, ob sie weiß, wo ein Raubschiff ist. Mhm, weiß es. Sie fordern auch eine Aufklärung über die Veränderung der Welt, weil sie hat ja einiges mitbekommen. Für sie ist das ja alles neu. Und ich meine mal, für den Leser ist es ja halt auch eine Informationsquelle, weil wir stehen davor, es gibt da Dinos, es gibt Terroristen. Kindervögel und die sind nach den Menschen da, obwohl sie eigentlich vor den Menschen da waren. Das ist erst mal so ein bisschen verwirrend, aber sie hält sich halt auch immer angenehm ominös. Mhm. Joda-Style. Sie macht halt den weisen Kung-Fu-Lehrer. Ich spreche in Rätseln und streicht sich dabei den nicht vorhandenen Bart. Aber sie gibt Ihnen noch eine ganz wichtige Information. Wir sind hier außerhalb des Wirkungsbereichs der Wollnichse. Ihr könnt hier sterben. Und man kann euch nicht zurückfaxen, dass ihr wieder ins Leben kommt. Hier ist es. Scheiße. Und ich glaube, sie landen dann auch in so einem Wachsfiguren-Kabinett, ne? Aber sag mal, das ist doch eigentlich im übertragenen Sinne, im doppelten Sinne, das wahre Leben, ne? Ja. Also die erleben hier mal wirklich was und man kann sogar sterben. Ja? Ja. Es ist dann halt auch wertvoller, wenn du weißt, dass du, egal was passiert, dass du da immer wieder gerettet wirst. Ja, mein Gott, dann wird dir jedes Risiko, jeder Nervenkitzel ist weg, weil du genau weißt, ich gehe jetzt hier hin. Ja, der Tiger kann mich zerfleischen. Danach wache ich wieder auf, weiß von nix und bin glücklich. Das nimmt auch, glaube ich, ein bisschen die Freude am Leben. Was ich mich frage, ist, ob Harman wusste, als er den atlantischen Graben da durchquert hat, dass er da ebenfalls außerhalb des Faxbereichs war, dass er hätte sterben können. Glaube schon. Denn du brauchst, dafür brauchst du die Nähe der Faxknoten. Ich glaube schon. Aber woher hätte er das wissen sollen? Das hat er mir ja nicht erzählt. Das hat er einfach nur Glück. Naja, er hat ja schon mitgekriegt, dass dort keine Wollnix und Servitoren sind. Und sie haben ja auch mitgekriegt, die waren ja nicht überrascht, dass jetzt der Körper von Damon von Wollnix zurückgebracht wurde. Also schätze ich mal, sie haben das oft genug gesehen. Die Wollnixe bringen sie zurück, dann werden sie gefakt und dann kommen sie wieder aus der Klinik. Er weiß ja, dass die Klinik wichtig ist. Und sie wussten ja auch, dass man nach der Klinik, wenn man dann wieder zurückkehrt, erst mal verwirrt ist. Also kurzum, ich schätze schon, dass sie das gewusst haben. Die Wollnixe bringen dich dann weg und wenn die nicht da sind, hm. Oder dass er zumindest die Idee im Kopf hatte, dass das passieren könnte. Ja, okay, wissen tut's keiner. Aber sie ahnen es ja. Ja, ja. Und was auch nur einer ahnt, ist Orpho, denn wie gesagt, er macht fast einen Windflug. Und sie stürzen ab im Tethysmeer, glaube ich, war das, ne? Ja. Die ja wiederum die Mutter von Achilles ist. Genau. Stimmt. Die passt. Und Orpho muss erst mal im gefluteten Lagerraum bleiben, weil oben fliegen die ganzen Götter und suchen sie in ihren Streitwagen und naja, das Beste, was sie machen können, ist gerade mit dem U-Boot unten auf dem Grund bleiben, außerhalb ihrer Reichweite. Das Problem ist nur so ein bisschen, der Direktlink stirbt ab, also weiß Mahnmut auch nicht, was mit seinem besten Freund los ist. Ich meine, ab und zu lässt er eine Periskop-Proje hoch, um zu gucken, was ist und dadurch weiß er halt auch, dass sie sie suchen und er weiß halt auch noch, okay, wir haben jetzt ungefähr für 80 Stunden Sauerstoff und dann beschließt er, dass sie 73,8 Stunden warten sollen, was ungefähr drei Sohls sind, also drei Erdentage. Drei Mars-Tage. Mars-Tage, Entschuldigung. Dieses ganze Gewechsel zwischen Mars und Erde macht mich kirre. Das ist echt, ja, ist schwierig, ja. Ja, das ist ja hier besonders übel. Der Direktlink kann halt auch wieder hergestellt werden und er versucht halt auch, ja, jetzt Orphu zu beruhigen, der natürlich, ja, er kann nichts machen, er ist ihm ausgeliefert. Der Mann ist nervös, also, in Anführungsstrichen, Mann. Es wird ja nie ein Geschlecht genannt für sie. Und sie führen dann zur Ablenkung ein Streitgespräch über Prust. Damit kann er ihn so ein bisschen rausholen, zum Ende hin, wo es dann aber knapp wird. Ja, Mahnmut sagt jetzt auch so, scheiß drauf, trotz aller Gefahr, wir müssen jetzt hoch und holt das Boot aus dem Schlick und es geht Richtung Wasseroberfläche. Ja, irgendwann musst du da halt auch mal raus. Ja, irgendwann wird die Luft knapp. Mhm. Ja. Und dann erfahren wir nämlich auch den Anführungsstrichen-Plan von, in diesem Fall betone ich es bewusst sehr speziell, Ockenberry. Ja. Denn Ockenberry hat mit Helena von Troja gepimpert. Ja, er war sein, er wusste ja, dass sein Leben nichts mehr wert war. Ja, dann mach ich das doch. Was machst du denn? Die schönste Frau der Antike. Ja. Wenn schon dann richtig. Man muss an der Stelle dazu sagen, dass der vorher ja sehr schön erklärt, wenn er zum Beispiel bei diesem Streit zwischen Achilles und Agamemnon dabei ist, muss er sich ja immer in eine Person morfen, die wichtig genug ist, um dabei zu sein, aber nicht so wichtig, dass sie was sagen muss, damit er halt nicht eingreift in die Situation irgendwie. Und deshalb kann er halt normalerweise sich auch nicht in Figuren wie Hector oder so verwandeln. Also kann er schon, sollte er nicht, weil die ja handlungstragend sind. Und hier an der Stelle sagt er dann, ach, Paris, der hat jetzt eh nichts Wichtiges zu tun, da passiert jetzt, glaube ich, nichts Schlimmes, ich mach das jetzt einfach mal. Wobei sich da ja nachher auch ausstellt, ist ein Denkfehler. Ja, vor allem ist das, was du eben gerade nicht erwähnt, das ist ja auch so, dass er nicht nur aussieht wie sie, er nimmt wirklich ihren Platz ein, in der Zeit verschwinden die. Ja, richtig, richtig, richtig. Und er hat jetzt halt in Form von Paris mit ihr dreimal gepimpert. Aber Helena von Troja ist alles andere als doof. Sie hat mitgekriegt, dass er das nicht ist, aber sie hatte Spaß dran. Er war zwar nicht sonderlich gut, aber wie war's doch so, eine Sache konnte sich wenigstens drüber freuen, sein Penis ist größer. Ja, wobei, das ist ja nicht unbedingt ausschlaggebend. Er sagt ja, das hab ich gemerkt, sie sagt, das hab ich gemerkt, aber es war die Art und Weise, wie wir halt Sex hatten. Ja, aber ich find trotzdem, es wirkt sowas von hochgradig menschlich. Also, kein hochgestochener Held, er freut sich einfach, mein Penis ist größer als der von Paris. Aber was sagt sie nochmal, es war ehrlicher oder was war es? Irgendwas sagt sie doch. Erwärmlicher. Nee, intensiver. Intensiver. Intensiver war es. Und sie sagt ja dann auch so schön, was bist du? Also sie kapiert, es ist nicht ihr Mann, es ist nicht Paris und sagt ja dann, und du bist aber auch kein Gott. Und dann fragt er ja, warum bin ich denn kein Gott? Ja, du machst nicht Liebe wie ein Gott. Also das hat sie dann auch erkannt irgendwie. Ja, sie hat aber auch so ein bisschen durchschalten lassen, er war nicht so gut. Ja, das war ja der Punkt. Aber er war quasi liebevoller. Also ich hatte hier so ein bisschen als Theorie stehen, auch warum sie sich, sie lässt sich danach ja auch noch ein paar Mal öfter auf ihn ein. Er ist der Einzige, der sie nicht wie eine Kriegsbeute sieht. Ja, stimmt. Weil für die anderen ist sie eine Trophäe, eine Kriegsbeute und beide sind sie ein Spielball der Götter. Und vielleicht sind sie dadurch irgendwie verbunden. Vielleicht hat sie deswegen eine gewisse Beziehung zu ihm, weil, naja, wie gesagt, die kommen sich ja noch ein paar Mal näher. Ja, ich glaube ein Spielball der Götter ist in dem Fall Paris ja auch. Aber es wird ja da schon, was du mit der Kriegsbeute sagst, weil es wird ja auch gesagt, dass die schon auf dem Rückweg von Sparta, glaube ich, dann an irgendeiner Insel anhalten mussten, wo Paris es nicht mehr ausgehalten hat, sich da über sie herzumachen. Also ich glaube, dieser Aspekt der Kriegsbeute, das ist, glaube ich, entscheidender. Und das hat sie bei Hockenberry halt, Hockenberry, nicht so gespürt. Ja, er ist halt jemand, der sie wirklich verehrt, der sie begehrt und wo das nicht so ist. Also ich stelle mir bei Paris und so weiter eher vor, dass die sich draufstürzen wie ein Stier, am besten noch nebenbei ihren eigenen Bizops küssen und grunzen, als wenn sie mit irgendwelchen Tiersteroiden vollgeballert sind. So. Und er hat, wie man so schön sagt, Liebe gemacht. Ja, es wird an der Stelle ja auch noch darauf hingewiesen, die Helena, die hat ja auch schon eine krasse Story hinter sich. Oh ja. Dann stellt sich jetzt auch die Frage, ob sie auch aufgepimpt wurde von den Göttern. Garantiert. Dass sie eben als die schönste Frau der Antike gilt. Ich denke schon. Vielleicht nicht so groß. Aber sie wurde vielleicht vor ihrer Geburt irgendwo so hin manipuliert, dass sie auf jeden Fall optisch ansprechend ist. Ja gut, wenn sie natürlich die Tochter von Zeus ist, hat sie ja auch wahrscheinlich gewisse Attribute, die sie dann auch einfach so attraktiv machen. Ja. Das denke ich wahrscheinlich auch. Also Entschuldigung, das Sperma von Zeus dürfte hochkarätig sein. Ja. Stopp. Es ist ja, also in dieser Unterhaltung zwischen ihm und Helena, ich glaube, es ist auch in der ersten schon so, dass sie ihn ganz viele Sachen fragt. Sie kommt ja dahinter, dass er nicht Paares ist natürlich. Er verwandelt sich, glaube ich, sogar auch. Und sie stellt ihm ja ganz viele Fragen. Ja. Sie fährt im Grunde genommen alles über ihn. Genau. Was passiert? Nein, nein. Er verwandelt sich nicht. Er zeigt sein wahres Ich. Ja, das meinte ich. Und sie ist trotzdem nicht abgeneigt von seinem normalen Körper mit einem Bäuchlein und so weiter. Ja. Und das führt aber auch dazu, dieses Morphen, dass er tatsächlich auch Theorien anstellt, ist das Morphen. Und auch die Frage, könnte er sich theoretisch an einen Gott morphen und hätte er vielleicht auch ähnliche Fähigkeiten dann, weil er nimmt ja wirklich diesen Körper dann ja an. Und was würde vor allem mit dem Gott passieren, wenn er sich morph? Weil bei einem Sterblichen wissen wir ja, der verschwindet dann. Ist das aber auch mit einem Gott so? Das wird auch später nicht offengelegt, weil einmal wird's ja passieren. Ja. Aber wir erfahren es nicht. Richtig. Es wird nicht erwähnt, was mit dem Gott passiert, sondern nur, dass er morpht. Ja, also genau bei einem Gott ist das ja nicht so, bei einer Person, in die er morpht, ist das ja nicht so dramatisch. Aber bei der anderen, da müssen wir uns gleich mal drüber unterhalten. Auf jeden Fall morph der jetzt wieder zu Paris. Ja. Und Hockenberry freut sich aber ja auch so ein bisschen, weil Helena ist, abgesehen von Nightinghalser, ja der einzige Mensch auf der Welt, der gerade weiß, wie er eigentlich richtig heißt. Thomas Hockenberry, beziehungsweise Nightinghalser wird das erst später erfahren, wie der richtig heißt. Und der ihn auch wirklich versteht, weil sie nimmt das alles gut auf. Ja. Wir erfahren später auch warum. Also die Frau ist alles andere als dumm. Ja, ja. Das ist ein ganz pfiffiges Mädel, sag ich mal so. Ja. Und er erzählt ihr auch alles bereitwillig, ne? Ja. Also sie fragt, was ist mit dem und dem? Stirbt. Ja. Was ist mit der und der? Wird geschändet. Ne? Also er. Du merkst einfach schon, das ist eine erfahrene Strategin. Er denkt zwar immer, das darf ich jetzt nicht sagen, du kannst dich da nicht einmischen. Ich darf das nicht sagen. Strategin schrägstrich Intrigantin. Ja. Ja. Und er sagt ja dann, ach ich bin jetzt einfach mal ehrlich. Ja, genau. Aber wird diese Ehrlichkeit nicht auch so ein bisschen gefördert dadurch, dass Helena dazu neigt, aus dem Nichts sozusagen immer einen Dolch herbeizuzaubern irgendwie? Erstmal das und wahrscheinlich auch, dass das Blut woanders hinschießt bei ihm. Ja, das auch. Sowohl als auch. Also wir haben ja jetzt oft genug gesehen, dass er ein bisschen rallig ist. Ja, wahrscheinlich in den neuen Jahren ist auch nicht viel passiert. Gar nicht. Das ist wahrscheinlich. Er fühlt sich, glaube ich, dort aber auch einfach verstanden von ihr. Das ist, sie ist sein Ruhrpol. Um es mal so ein bisschen, naja, schön zu formulieren. Sie ist die Person, wo er den Kopf mal in ihren Schoß legen kann und von der Welt Abschied nehmen und einfach nur durchatmen. Das hast du schon doppeldeutig gesagt. Ja. Nee, aber es ist richtig. Doppeldeutig, aber richtig. Ja, ja, ja. Es war halb beabsichtigt. Hut ab. Hut ab. Hut ab können wir auch nehmen vor der Golden Gate Bridge. Die steht nämlich immer noch. Aber woanders. Aber woanders. Ja. Und man fragt sich, ob dieser Odysseus der echte Odysseus ist. Also, der Odysseus aus der Geschichte. Nicht der Odysseus jetzt, den wir jetzt in der anderen Erzähl-Ebene sehen. Ja, das hat mich verwirrt. Das wird auch erst im zweiten Band geklärt. Genau, okay. Deswegen gehen wir da jetzt nicht drauf ein. Da wird schon eine Sache schon erwähnt. Da greife ich mal vor. Es wird immer gesagt, es ist der Odysseus, aber nicht der Odysseus. Es ist aber trotzdem der Odysseus. Und da dachte ich mal so, wie die Erklärung war. Das ist wie für alle, die die Serie Loki gesehen haben. Es ist eine Variante. Es ist eine abzweigende Möglichkeit. Quasi ab dem Punkt wurde er gedoppelt. Und beide laufen in unterschiedliche Richtungen. Ja, beziehungsweise es wird sogar noch ein bisschen konkretisiert. Es wird gesagt, es ist der richtige Odysseus. Aber es gibt eben, wie soll man sagen, mehrere Ebenen, in denen es einen Odysseus gibt. Und dieser Odysseus, der jetzt hier ist, ist nicht hundertprozentig identisch mit dem, den man im Turintuch sieht, auch wenn die sich optisch ähneln. Also die stammen aus unterschiedlichen Ebenen. Ja, okay. Also man kann ihn auch nicht direkt mit dem vergleichen, der jetzt gerade im Koreanischen Krieg kämpft. Weil er ist, wenn er der wäre, wäre er schon in der Entwicklung wesentlich weiter. Und älter auch. Sie haben einfach an einem gewissen Punkt unterschiedliche Entwicklungen genommen. Und es ist auch Zeitreise im Spiel. Aber es ist natürlich der Odysseus, der die zehn Jahre Troja schon hinter sich hat. Das ist der Odysseus, der sich jetzt auf seinen zehn Jahren Richtung Heimat, Richtung Penelope befindet. Und ja, dabei ist ihm halt was Blödes passiert. Ja, und da wurde er nämlich, sag ich mal, aus seiner Zeit gezogen. Da bleibt einer und er ist quasi ein neuer Odysseus. Aber ab dem Punkt wahrscheinlich einfach ... Ja, ja. Aber ich glaube, Loki passt ganz gut. Ja. Bleiben wir bei Variante. Ich glaube, das kann man auch am einfachsten verständlich. Und Odysseus stellt sich auch einfach als so ein totaler Pragmatiker raus. Und als die Frage war, was sind das so für Tiere, die wir da jagen? Und er sagt einfach nur, essbare. Ja. Ja, genau. Dieser Satz charakterisiert ihn so schön. Das ist ihm kein Mann vieler Worte. Er ist ein Pragmat. Das ist scheißegal, die sind essbar. Ja, aber zu seiner Zeit galt das wahrscheinlich schon als Listenreich. Was ja Odysseus auch einfach nachgesagt wird. Weil man sagt, ja gut, der hat das erkannt. Das ist jetzt nichts, was ich mir an die Wand hänge, sondern das kann ich essen. Das macht ja Sinn. Ja, und trotzdem geht die Jagd aber fast schief. Ja. Aber trotzdem, es klappt. Aber auch wegen ihres Verhaltens jetzt der Old-Style-Menschen, bezeichnet Savi, wie du es ja vorhin schon sagtest, als Eloy. Bezeichnet sie als Eloy. Das fand ich sehr schön. Es sind immer mal wieder so kleine Verweise auf die Popkultur drin. Tatsache, dass sie hier auch mit Terrorvögeln arbeiten, sagt einem auch, dass sie in Südamerika sind. Es wird aber auch erwähnt, dass die Terrorvögel erschaffen wurden, aber auch zum Beispiel in Afrika auch ausgesetzt wurden. Aber es kommt natürlich noch dazu, die Golden Gate Bridge, in der sie sich ja befinden, ist bei Machu Picchu. Ja. Das ist das eher was. Eindeutig. Nicht so ganz Afrika. Ja, aber es ist halt deswegen nur das mit den Terrorvögeln. Es wurde auch erwähnt, dass die auch woanders ausgesetzt wurden. Also das ist dann nicht der Hinweis. Aber Machu Picchu ist natürlich sehr deutlich. Ja, aber wieder ein Hinweis darauf, dass dort wirklich massiv verändert wurde. Ja. Auf der Erde. Es ist, glaube ich, die Rede von RNA-Künstlern oder so ähnlich, die diese Wesen erschaffen hätten. Nee, sie werden als Arnis bezeichnet. Abkürzung für RNA-Artists. Genau. Ah, okay. Dass sie einfach jetzt die, genau wie jetzt Hockenberry, dass das alles durch DNA-Rekombination erschaffen wurde. Auch wenn das, das wird jetzt nicht wirklich tiefgehend beschrieben. Nee. Ich glaube, da hat er sich einfach nur auf das Grundsätzliche ... Ein paar Schlagworte. Ja, die Schlagworte beschränkt. Und nach dem Motto, ja, hier wurde jetzt durch Gen-Manipulationen so etwas gemacht, Jurassic Park-mäßig. Genau, Quanten. Ja, so ungefähr. Auf der einen Seite haben wir Jurassic Park und auf der anderen Seite haben wir Quanten. So wie bei den Star-Trek-Kino-Reboot. Wieso hat jetzt Kirk eine andere Augenfarbe? Quanten. Wieso riechen seine Füße so seltsam? Quanten. Genau. Es wird aber auch jetzt beim Essen darüber später diskutiert, wie das Fax funktioniert. Da sagten wir, es ist ja ähnlich wie ein ... Beamen. Genau, wie ein Transporter bei Star Trek. Es ist halt wirklich so, nicht der Körper kann transportiert werden, sondern nur die Quanteninformation wird transportiert. Also wird es wahrscheinlich auch ähnlich funktionieren wie beim Beam, dass der Originalkörper zerstört wird und auf der anderen Seite ein neuer erschaffen wird. Also, ja, ich hatte dann den Eindruck, das ist ähnlich wie bei Timeline, falls euch das Buch was sagt. Nope. Doch. Der Film war gruselig. Denn dort wird nichts anderes, als dann klar wird, also da geht es quasi um Zeitreise, die aber in Wirklichkeit eine Reise in ein anderes Universum ist, in dem die Zeit anderen zu einem anderen Zeitpunkt liegt. Und als dann erklärt wird, was sie wirklich tun, ist, ja, wir vernichten den Körper und auf der anderen Seite wird er quasi aus dem Nichts wiedererstellt. Das heißt, ihr bringt die Leute um. Ja, also wie bei Star Trek. Genau. Richtig. Und bei Star Trek werden die Leute genauso umgebracht. Deswegen ist O'Brien ja auch der Massenmörder schlicht hin. Ja. Ja. Und so viel zu der sichersten Transportmethode überhaupt. Die bringen Leute ständig um. Ja, natürlich. Und es wird halt auch der Plan gefasst. Das hatte definitiv Savi schon geplant, dass Odysseus jetzt wieder nach Ardus Hall mitgenommen werden soll. Er soll nämlich dort Besuch empfangen und die Leute lehren. Genau. Ja. Der Rest soll mit ihr zusammen im Mittelmeer nach einem Raumschiff suchen. Im trocken gelegten Mittelmeer, wie wir ja schon hatten. Genau. Ja. Aber, äh, naja, Ada will mal wieder Sex. Er lehnt wieder ab. Dafür, äh, naja, hat Odysseus Spaß mit Hannah. Ja, die sich, naja, sie ist sehr jung, gerade 20, noch nicht mal ganz 20, die sich natürlich sofort unsterblich verliebt. Scheiße. Und der Einzige, der keinen Sex hat. Ist Damon. Ja, und Savi. Ja, okay, gut. Wie sie dazu steht, ist ja eine andere Sache. Richtig. Aber er, wir wissen ja, wie er da drauf steht. Das muss ein echtes Problem sein. Ja, äh, auf dem Mars ist es jetzt so, äh, passiert es nicht so viel. Im Endeffekt beschließen die beiden jetzt eigentlich nur unsere beiden Mora wegs, dass sie jetzt an Land gehen und kriegen mit, dass die kleinen grünen Männchen, die KGMs, sie bemerkt haben und jetzt zum Strand kommen. Und danach wechseln wir schon wieder die Handlungsebene. Ja. Das war ein kurzes Kapitel. Ja. Und da hatte ich das erste Mal aufgeschrieben, ob Hockenberry tatsächlich schon länger mit dem Leser redet. Weil da ist mir das das erste Mal ganz bewusst aufgefallen. Und da hab ich mir halt auch aufgeschrieben, ich fand's sehr schön, auch wie Helena beschrieben wird, dass sie halt auch wieder komplett entzaubert wird. Also, sie ist im Endeffekt genauso ordinär wie jeder andere. Und auch verdammt arrogant. Ganz. Das trifft ja eigentlich auf alle Trojaner und Achäer dazu. Ja. Definitiv. Sie halten sich auch für einen Barbaren. Ja. Das ist aber auch sehr schön, weil Hockenberry halt, ja, wahrscheinlich mit englischem Akzent halt griechisch redet. Und die waren, die haben, die sagen ja dann sogar irgendwie bra, bra, bra würde er machen. Und daher stammt ja das Wort Barbar. Ah. Also, das Wort Barbar heißt einfach nur nicht griechisch reden. Also, wir würden sagen bla, bla, bla. Bla. Also, jemand, der bla, bla, bla redet eine Sprache, die ich nicht verstehe. Daher kommt unser Wort Barbar. Ah. Das ist ja spannend. Ja. Ich sag doch, ich find's immer so schön, bei Podcasten lerne ich immer viel Neues. Das find ich klasse. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, die beiden unterhalten sich auch etwas intensiver. Und Helena denkt halt auch wirklich schon, dass sie den Tod seit über zehn Jahren verdient. Und denkt halt auch immer wieder darüber nach. Aber nach dem Leben, was sie bisher geführt hat, ist das doch echt kein Wunder. Und er erzählt ja auch, dass er jetzt halt etwas ändern will. Dass er sein Schicksal ändern will. Aber sie sagt ja auch, wenn er das machen will, dann muss er den Angelpunkt finden. Da, wo er ansetzen kann, um das zu verändern. Okay. Um das zu verstärken, gibt's gleich danach wieder Sekt. Wieso auch nicht? Ja, aber sie weiß das ja auch gut einzusetzen. Ja. Ich sag mal halt, ich glaub schon, dass sie ihn irgendwo mag. Aber sie macht das auch zur Manipulation. Absolut. Absolut, ja. Hockenberry ist dann auch wieder draußen auf den Straßen unterwegs. Und auf einem Frühstück. Und ich höre Kinder im Hintergrund. Und Frühstück dort mit seinem schuliger Kollegen Kies. Mhm. Das find ich eine tolle Szene. Ja. Irgendwie, wie die dich da so treffen und so. Na und? So nach dem Motto, wie war dein Tag? So, sagen sie nicht. Aber ich finde, das ist diese Szene, dieser Dialog. Ja, hat sowas von so einem Mittagspausengespräch. Genau, richtig. Ja. Ja, und der steckt ihm halt auch, dass die Muse nach ihm suchen lässt. Mhm. Und er kriegt mit, dass durch seinen Beischlaf mit Helena Panisch halt verschwunden ist und bei einem wichtigen Punkt nicht dabei war. Und das ist die erste größere Abweichung aus der Ilias. Genau. Ja. Jetzt geht's im Grunde genommen los. Hockenberry teleportiert nach dem Gespräch mit seinem Kollegen auf den Olymp und rast mit einem Streitwagen mitten in Aphrodites Heiltank. Also Selbstmordattentat würde ich es mal bezeichnen. Allerdings Zeus hat das natürlich bemerkt. Götterkönig, der taucht auf und Hockenberry macht das einzig Richtige. Er fällt in Ohnmacht. Das tut er gelegentlich, ne? Das passiert später nochmal. Stimmt, stimmt. Man sollte sich mal fragen, ob er vielleicht Narkolepsie hat. Ja. Aber das ist ja auch eine sehr schöne Szene, wenn Hockenberry das macht und dann da liegt. Da wird ja so schön beschrieben und das kommt später noch ein oder zweimal, dass Zeus so auf die Stelle guckt. Und man weiß als Leserin oder Leser, man weiß nicht, kapiert Zeus, was da gerade passiert oder kapiert er es nicht. Sehr schön gemacht, finde ich. Ja, weil er einfach wirklich als allwissend dargestellt wird. Ja. Ja, ist halt der Göttervater. Und später kriegen wir ja mit, dass er ihn sehen kann. Ja, genau. Der kriegt das sehr wohl mit. Ja. Lässt es aber laufen. Ja, er weiß aber wahrscheinlich auch, dass das wirklich dazugehört. Also, ähm, der weiß mehr. Der weiß definitiv mehr als alle anderen. Auch als Hocken. Ja. So, Hockenberry ist zwar ohnmächtig, aber träumtut Mahnmuth und er führt in diesem Traum ein Gespräch mit Shakespeare in der Themse. Er hätte Orpheus sterben lassen und nennt Mahnmuth Kalibane aus dem Sturm, aus The Tempest. Und er beschreibt, wie er Orpheus umgebracht hat. Aber aus diesem Albtraum erwacht zum Glück Mahnmuth direkt. Und ich sag mal, wie er damals zu dem Zeitpunkt noch denkt, der Chef der kleinen grünen Männchen legt seine Hand, wenn man das so nennen möchte, auf sein Herz. Und dadurch entsteht irgendwie so eine Art telepathische Verbindung. Hat nur so einen kleinen Haken. Die kleinen grünen Männchen scheinen dadurch irgendwie aufgezehrt zu werden und sterben. Zumindest der, bei dem man die Hand in den Körper reinsteckt. Was aber eigentlich dann doch kein Problem ist. Ja, auf jeden Fall belastet das Mahnmuth deutlich, weil eigentlich ist das für sie eine wunderbare Möglichkeit der Kommunikation. Und die kleinen grünen Männchen, die drängen richtiggehend darauf, für die scheint das nichts Schlimmes zu sein. Aber er kommt darauf überhaupt nicht klar, dass dafür jedes Mal ein Leben geopfert wird. Ist ja auch heftig. Ja, in dem Moment ein Problem, das wird ja erst später dann erklärt, dass das eben doch kein solches Problem ist. Ja, zum Beispiel Orfu denkt, dass sie vielleicht ein Kollektivwesen sind oder ähnliches. Aber in der Kommunikation wird halt jetzt auch gefragt, wie sie jetzt auf den Olymp kommen. Und ja, also eine Idee ist halt, dass sie mit einer Feluke, also mit einem Küstenschiff, der, wie wir dann erfahren, Sex, so heißen sie, genau, das erfahren wir eigentlich erst ein bisschen später, aber das ist ja egal, nennen sie jetzt mal Sex, weil ich hab keinen Bock, immer kleine grüne Männchen zu sagen, dass sie damit zum Noctis-Labyrinth fahren müssen. Und ja, das können sie eigentlich gleich abschreiben. Aber Orfu lässt sich halt jetzt noch von Mahnmuth die Steinköpfe per Direktlink genauer beschreiben. Und das Gesicht ist ihnen allerdings aus keiner Datenbank bekannt, weil die haben erst gedacht, okay, vielleicht ist das ja ihr Herr, ihr Meister. Es muss ja irgendwo ein Chef geben und vielleicht ist es das Gesicht von dem. Aber es ist halt nicht dieses klassische Osterinsel-Gesicht. Ja, weiter geht's auf der Golden Gate Bridge beim Frühstück. Ada, Harman und Adishuis werden jetzt abgesetzt. Und eine Pause wird eingelegt und Hannah spoilert Odysseus mehr oder weniger jetzt den Kriegsverlauf. Obwohl er es gar nicht hören will, aber sie will sich bei ihm irgendwie, sie will ein Draht zu ihm aufbauen. Sie will zeigen, dass er ihr wichtig ist. Sie ist halt komplett verliebt. Sie liebt ihn nicht, sie ist einfach verliebt. Sie schwärmt, das passt besser. Und sie schwärmt. Sag mal, ein kleiner Einschub dazu, über den ich eben schon mal nachgedacht habe. Es wird ja so der Eindruck erweckt, als hätte sie und Odysseus, als hätten die miteinander geschlafen. Das wird aber immer nur von anderen Leuten so wahrgenommen. Das wird von Damon so wahrgenommen und das wird von Ada so wahrgenommen. Von den beiden wird das eigentlich nie gesagt, dass das wirklich passiert ist. Das fand ich auch sehr spannend dargestellt. Also man kriegt so, ich sag mal, zu 75 Prozent so den Eindruck, da war was. Aber so wirklich sicher ist man sich eigentlich nicht. War mein Eindruck beim Lesen. Stimmt, also eigentlich sagen die einzigen Personen, die es wissen müssen, sagen nichts dazu. Genau, genau, genau. Also ich hab's geglaubt. Ich auch, aber stimmt, eigentlich wird es nicht so gesagt. Odysseus ist eben der perfekte Gentleman. Der sticht in See. Ja, der schweigt. Der nicht so schweigt. Ich kann mich aber jetzt auch tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wie es in Buch 2 erklärt wird. Aber das werden wir dann ein andermal sehen. Ja, ja. Was ich noch interessant fand, dass Hamann auch wirklich fragt, warum die Stadt auch manchmal von ihm, Troja und manchmal wieder Ilium oder Ilios genannt wird. Ja, Damon fragt das, ja. Okay, dann hab ich das falsch aufgeschrieben. Aber es ist auf jeden Fall ein verdammt guter Punkt, weil eigentlich von ihm würde man ja erwarten, dass er den gängigen Begriff nutzt zu einer Zeit. Ja, das ist eine sehr schöne Stelle, die ich auch sehr lustig fand, eben auch wegen Odysseus' Reaktion. Und der sagt ja einfach nur, äh, und antwortet gar nicht drauf. Und also die Frage ist ja im Prinzip mit verbunden, warum heißt eigentlich das Buch, über das wir gerade reden, Ilium? Warum heißt das nicht Troy? Und da hab ich mir gedacht, dass Simmons das wahrscheinlich sehr klug so entschieden hat, weil Troy, also Troja, da hätten viele Leute direkt irgendwie so eine Idee im Kopf und würden auch nicht gerade unbedingt an einen Science-Fiction-Roman denken. Während der Begriff Ilios, beziehungsweise Ilium im Lateinischen, der ist ja wesentlich unbekannter. Also der kann diesen Titel, glaube ich, einfach wesentlich besser benutzen für sein Buch. Und dann hängt sein Buch ja auch noch sehr eng eben mit der Ilias zusammen. Und im Englischen Ilium und Iliad sind halt auch relativ dicht beieinander, denke ich. Okay, ich hatte halt das Gefühl, dass das vielleicht noch irgendwas zu bedeuten hat, dass gerade Odysseus beide... Namen benutzt. Eigentlich eine Person, die es wissen müsste. Ja, aber im Griechischen gibt's ja beide Namen. Ilios und Troy. Also Troja, nicht Troy, Entschuldigung. Ich dachte, Troja war erst ein später verwendeter Name. Puh, ich... Puh. Ich meine, sowas gelesen zu haben, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wobei, also das ist grundsätzlich ein bisschen schwierig, also im Buch jetzt, weil Odysseus erklärt den anderen den Beinamen der Pallas Athene, indem er auf Latein zu sprechen kommt. Na? Mhm. Woher zur Hölle kann Odysseus denn Latein? Das wird also später nicht aufgelöst. Ich hatte das alles so ein bisschen als Mysterium, was dann vielleicht im zweiten Band Sinn ergibt. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Es kann sein, dass es Sinn ergibt. Das werden wir dann sehen. Nicht spoilern. Ich kann mich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall werden wir darauf nochmal, da mache ich mir eine Notiz, dass wir da beim nächsten Band drauf zu sprechen kommen. Das kann ja auch einen ganz banalen Grund haben. Nämlich zu dem Zeitpunkt war quasi der Film in Produktion von Wolfgang Petersen. Über den sprechen wir jetzt mal nicht. Aber vielleicht hat er sich auch gedacht, wenn ich das jetzt auch Troja nenne. Keine Ahnung. Also weiß ich auch nicht. Witzig finde ich auch, dass Ilium ja auch im medizinischen Sinne der Begriff für das Damenbein ist. Ah. Warum auch immer. Aber den Punkt, den du gerade sagst, ist, das ist genau das, was ich glaube. Also der konnte das Buch nicht Troja nennen, weil das ja ganz andere Assoziationen weckt. Also Ilium ist schon ziemlich clever, finde ich. Finde ich auch. Wobei ich sehe gerade... Wenn du es schon genauer nimmst, dann musst du noch Os davor setzen. Ilius. Ja, okay. Os Ilium. Ach so, gut. Da spricht der Mediziner. Also wenn ich mir das richtig sehe, ist Ilius zwar die Stadt, aber Troja das Gelände drumherum. Ist das Gebiet drumherum eigentlich die Troas? Also insofern, genau, müsste er tatsächlich beide Begriffe eigentlich gekannt haben. Genau, definitiv. Ja. Spannend. Okay. Weiter geht's für uns allerdings auch spannend auf dem Olymp, nur ist es für Hockenberry nicht so entspannt. Und er ist nur nicht entdeckt und der pennt. Der döst einfach. Er kommt erst mal zur Ruhe. Naja, also er hat zwar bei Helena geruht, aber auf andere Art und Weise. Ich meine, das schlaucht ja auch. Ja. In der Zwischenzeit hat auf jeden Fall auch die Muse alle seine Kollegen in der Kaserne gekillt. Ja. Bis auf einen. Ja. Bis auf Leitnil so. Ja, genau. Und mit dem will jetzt Hocken... Hockenberry habe ich hier stehen. Hockenberry. Hockenberry. Ja, Hockenberry wollte ja auch stiften gehen. Ja, der wollte ja auch stiften gehen. Passt doch. Hockenberry... Hockenberry, Mann! Will ich jetzt mal sagen, Freund, Kies, stiften gehen einfach. Er will mit ihm per Quantenteleportation einen Blindensprung flüchten, das macht er auch, und zwar zur Erde, nach Indiana, USA. Wo er herkommt. Genau. Allerdings. Ein sehr ursprüngliches Land, ja. Wie wir später auch erfahren, zu einer sehr komischen Zeit, also was mich auch dazu führt, die Quantenteleportation geht wohl nicht nur durch den Raum. Richtig. Definitiv. Aber, nee, Moment. Der ist doch an die Stelle gehüpft, also zu der Zeit, zu der auch der Trojanische Krieg stattfindet. Das wird ja mehrfach gesagt. Aber woran das denn? Ja, ja, klar. Aber 1200 vor Christus. Ja, aber wir wissen auch, dass die Götter aktiv sind zur Zeit von den Moravex. Aber auf dem Mars. Auf dem Mars. Die Götter, die haben ja Verbindungsportale. Ja, aber zum Schluss sind ja auch die Moravex-Truppen auch auf der Erde. Und die sind ja definitiv in einer späteren Zeit dort zum Mars geflogen. Wo sie nämlich schon gesagt haben, dass die Erde seit ein paar Jahrhunderten nicht mehr besiedelt ist. Äh, ja, aber, ähm, Atrokles wird ja auch ausgesetzt bei Knightenhelser, ne? Ja. Und der schwimmt ja dann zurück nach Troja. Ja, über den Atlantik. Aber das ändert doch nichts daran. Das ist jetzt passend die Zeit von Troja, wo er jetzt hingesprungen ist. Aber wir wissen ja, weil ja auch die Moravex quasi, ja, mehr oder weniger, wir spoilern jetzt mal kurz, auch später Kontakt mit ihren Truppen zu den Göttern haben. Die ja quasi da auch angreifen wollen. Der Punkt ist ja, dass das Quantenportal zwischen Mars und Erde eben einen Zeitsprung hat. Das muss auch ein Zeitsprung sein. Genau, das tut es auch. Ansonsten können diese beiden Ebenen nicht zusammenlaufen, weil wir definitiv wissen, dass die Moravex-Zeitebene weiter in der Zukunft ist und nicht in unserer Vergangenheit. Da bin ich mit allem einverstanden. Aber dieser Punkt, Indiana, 1200 vor Christus, ist der wirklich auf der Erde oder ist der eben auf dieser Ebene, in der wir auch gerade im Trojanischen Krieg sind? Also haben die den ganzen Planeten rekonstruiert oder? Okay, wir gehen jetzt erstmal einfach davon aus, dass es, weil da zu viel Überschneidung gibt, dass es wirklich die Erde ist. Okay. Also jetzt von dem Wissen, was ich jetzt hier habe und sie reden ja halt auch schon von den verfallenen Ringstädten und die verfallenen Ringstädte haben wir halt auch bei den Geschichten mit Daemon und so weiter. Also ansonsten müssten wir jetzt davon ausgehen, dass es noch, könnten wir eigentlich sagen, dass jegliche Handlungsebene ein eigenes Universum ist vielleicht. Das könnten wir auch machen, weil es wird hier auch erwähnt, dass teilweise das Erschaffen von irgendwelchen Leuten und das Beam dann vielleicht einfach das Holen von diesen Charakteren aus einem anderen Paralleluniversum ist. Könnten wir auch nehmen. Greifen wir das vielleicht am Ende nochmal auf? Das passt ja ganz gut zu dem, was wir eben schon mal angesprochen haben. Eben, aber das meine ich halt. Da würde ich dann auch nochmal drauf eingehen. Aber da gibt es jetzt noch sehr, sehr viele Theorien. Aber ich sage mal, momentan ist für mich noch die einfachste, dass es wirklich bei der Quantenteleportation auch durch die Zeit gehen kann. Aber okay, da kommen wir dann zum Ende nochmal drauf. Das haben wir zu weit rausgegriffen. Jedenfalls wird Nightingale auf der Erde, im Indianer dieser Zeit, gehen wir mal davon aus, ausgesetzt. Ja. Damit er sicher ist. Damit die Bötter ihn nicht erwischen kann, vor allem nicht die Muse. Ja, und vor allem der Witz ist, in Indianer sind Indianer. Ja, ach nein. Wo kommt denn der Name wohl her eigentlich? Hätte ich vielleicht auch gedacht, weil sie gedacht haben, das ist Indien. Wo auch der Name für die Indianer herkommt. Ja. Aber trotzdem muss es ja nicht heißen, dass er ihn in Indianer auf Indianer trifft. Das meine ich halt. Es war einfach nur der, es war ein kleiner Schmunzler, ja. Ja, ja, ja. Interessant ist, dass er danach tatsächlich zurückkehrt. Mhm. Er hätte sich auch retten können. Was ich da noch schön dran finde, das ist ja die Person, von der ich eingangs gesagt habe, dass es eben ein real existierender Professor für klassische Philologie ist, der eben ein Schulfreund von Dan Simmons war. Und ich finde so manchmal eben auch so in diesem Verhältnis zwischen Hockenberry, der wiederum auch ein Schulfreund von Simmons ist, und Nightenhälzer, da sind, glaube ich, so sehr viele so Feinheiten drin, die so auf die wahren Charaktere rückschließen lassen. Wahrscheinlich. Was man so, also es wird natürlich nur so angedeutet, aber finde ich ganz schön gemacht. Ja, auch ohne, dass da viel gesagt wird, wirken die beiden so, als ob sie schon eine längere Freundschaft verbindet. Sehr gut, genau. Auch wenn sie nicht wissen, wie sie mit Vornamen heißen, aber spielt auch keine Rolle. Genau. Ja, mein Gott, manche Leute sprechen sich halt nur mit Nachnamen an, ne? Ja, Herr Netzer oder Herr Deling, ja, genau so. So, du hast ja schon gesagt, Hockenberry teleportiert halt auch wieder zurück, und dort kriegt er noch mit, wie Zeus einfach die ganzen restlichen Götter förmlich zusammenfaltet, der einfach mal zeigt, ich bin hier der Chef, und ihr haltet euch jetzt mal verdammt nochmal aus diesem gottverdammten Krieg raus. Ansonsten gibt es richtig Stress, da kreist der Hammer. Ja, dann kann es auch passieren, dass ihr nicht regeneriert werdet. Ja. Das war die Drohung. Geht's ohne Abendessen ins Bett? Also hat er da auch die Hand drauf, ne? Also definitiv. Ja. Ich glaub, er ist auch der Einzige, der wirklich weiß, wie alles funktioniert. Die anderen sind ähnlich vielleicht wie die OS-Menschen, wie ich sie jetzt einfach nur abkürze. Die wissen, dass es da ist, sie wissen, wie sie es bedienen, aber sie wissen nicht, wie es funktioniert. Mhm. Die können wahrscheinlich auch nur ihre göttlichen Fähigkeiten nutzen, weil sie wissen, wir haben Nanotechnologie, aber er weiß, was dahinter steckt. Wie es zu erschaffen ist, zu programmieren. Wieder weiter auf der Erde. Wir haben ja schon vorhin gesagt, es wurde ja auch das Faxen erklärt. Und diese Information macht Damon noch ein bisschen fertig, dass er im Endeffekt bei jedem Fax gestorben ist. Ja. Ja. Er ist da so ein bisschen der Pille. Zynisch und kein Bock auf Beam. Ja. Richtig. Aber Savi, das war dann wieder so ein Moment, wo ich dann wirklich dachte, sie sieht was anderes in ihm, weil vielleicht er vergöttert halt auch diese Altmenschen nicht so. Ne? Er war im Endeffekt auch ein Pragmatiker, bloß er hat alles in den Arsch geschoben gekriegt, um es mal so zu sagen. Sie zeigt ihm halt nämlich auch ein paar Sonderfunktionen seines Arms, die da drin implementiert sind in seinem Körper, unter anderem das Allnet, was im Endeffekt ihm Informationen in Realzeit von jedem Atom und allem in der Welt um ihn herum zeigt und das miteinander in Verbindung setzt. Es ist wunderschön, es ist beeindruckend und es schmilzt ihm halt das Hirn weg. Es ist zu viel für ihn. Das ist ein Overkill an Informationen. Ich würde es mal sagen, das ist so, als ob quasi jegliche Informationen, die wir wahrnehmen, nicht durchs Unterbewusstsein gefiltert wird, sondern direkt auf unser Bewusstsein einbrennt. Dass wir wirklich spüren, wie unser Herz schlägt, dass wir es steuern müssten. So ungefähr stelle ich mir das vor, wie ein kompletter Overkill an Lichtreizen und allem. Er spürt quasi alles auf einmal. Das muss mega intensiv sein, ne? Ja. Ja. Da hat Simmons wohl das gerade entstehende Internet eben entsprechend zum Allnet ausgeweitet, das nach dem Motto, man hat irgendwann alle Informationen über alles. Das gerade entstehende Internet nach 2000? Naja. Da hatte ich schon eine Flatrate. Nicht für alle Leute, ne? Also, wir reden hier nicht davon, dass einzelne Personen oder sonstige kleinere Gruppen schon solche Möglichkeiten haben. Entschuldigung, also das ist jetzt, nach 2000 hattest du schon, also ich hatte 2003 Abi, ich hatte vorher eine Flatrate. Da gab es schon so einen Scheiß wie Chat City und das war gut befüllt. Es gab einiges, also das war da wirklich nicht mehr im Entstehen. Also wenn du das Ende 80er, Anfang 90er ansetzen würdest, ja. Aber nicht nach 2000. Na gut, dann sagen wir mal nicht entstehendes Internet, sondern das Internet an sich, so wie es damals war. Und er hat es weiter gesponnen. Ja, er beschreibt das ja auch, er beschreibt das ja auch, dass sich das Internet quasi entwickelt, erstmal zu diesem Proxynet, ne, glaube ich, oder nochmal in eine andere Form und irgendwann zum Allnet wird oder so, glaube ich, so habe ich das verstanden. Es wird mich halt auch, wird nochmal bezeichnet, das ist eine Nu-Sphäre. Ja. Und das ist hier ein Konzept, das, wie kann man es mal sagen, es ist ein philosophisches Konzept, was, glaube ich, von dem, genau, von dem russisch-ukrainischen, sowjetischen Bio-Geochemiker, was für eine Bezeichnung, Vladimir Vernatzkisch, hoffe ich, richtig ausgesprochen, und dem französischen Philosoph und Jesuitenpriester Pierre de Chardin in die Welt gesetzt wurde. Und die Nu-Sphäre ist quasi, ja, wirklich die, man könnte sagen, die Weiterentwicklung des Internets, in dem wirklich jegliche Information komplett in Echtzeit übermittelt wird. Also quasi, wo man schon sagen kann, was man bezeichnen würde, als das Internet entwickelt ein eigenes Bewusstsein. So ungefähr habe ich es verstanden. Ja, das ist vielleicht einfach wirklich so die Kurzform davon, weil, was man dazu lesen kann, ist schon ein bisschen umfangreich und da sollte man sich auch schon ein bisschen mehr auseinandersetzen und darüber könnten wir, glaube ich, alleine eine Folge machen. Aber ich würde es halt einfach mal so verstehen, auch gerade im Kontext dieses Buches, dass dadurch quasi wirklich durch diesen kompletten simultanen Energie-Quatsch-Informationsfluss, der quasi die Realität selbst abbildet, förmlich eine Art Entität entsteht. Also dass das Ding wirklich wie eine eigene Realität ein eigenes Lebewesen zu behandeln ist. Ja, ich glaube, Nors heißt auf Griechisch ja auch Verstand. Das ist irgendwie so eine Entität, die sich da entwickelt. Ja, würde ich auch so sehen. Weil, wie gesagt, der Text dazu, ich habe versucht, so reinzulesen, es ist ein bisschen, es ist nicht einfach geschrieben, muss man so sagen. Es ist philosophisch halt. Also Philosophie ist viel Interpretation. Da könntest du, das ist halt auch eine relativ kurze Fassung, da sind zig Werke darunter angegeben, die man da wahrscheinlich wirklich noch lesen sollte, um es wirklich zu verstehen. Aber, also das, was Ralf vorhin sagte, man könnte es wirklich so bezeichnen, eine Weiterentwicklung des Internets. Ja. Da erfahren wir auch das erste Mal wirklich, dass davon, von dieser Schwangerschaft mit Samenspeicher und mit den Nachtfalter gehen. Und auch die Frage, ob das eventuell von den Nachmenschen eingebaut wurde, um sie mehr oder weniger zu kontrollieren. Ada reagiert relativ eifersüchtig und kindisch auf die Aufmerksamkeit, die Harman Savi schenkt. Naja, Savi ist halt auch für ihn eine interessante Persönlichkeit und der Schlüssel zu seinem Ziel. Bezüglich des Sex, es wird ja auch mal erwähnt, dass Odysseus Hanna jetzt sein Zauberschwert zeigt. Bei mir ist ein Zauberschwert ein anderes Schwert. Also da habe ich das definitiv so verstanden, dass er jetzt sein Einmast daraus geholt hat. Weil er hat ja auch ein Zauberschwert. Hat er, ja. Ja, ein echtes Zauberschwert und nicht die Einmaster. Aber das ist so schön doppeldeutig. Komm, komm, schon was Simmons da sonst geschrieben hat. Ich sage mit dem Motorboten und so weiter. Also wenn das jetzt nicht ein deutlicher Hinweis drauf ist, dass er sein Ding rausgeholt hat. Wir werden sehen. Ich habe das Schwert, du die Schwertscheide. Komm, gucken wir mal, ob sie zusammenpassen. Warum muss ich nur gerade an eine Szene aus der nackten Kanone denken? Schöner Bibe? Ja, egal. Ja, mach weiter. Ja, mach weiter. Hat sie, glaube ich, auch gesagt. Aber dafür hat Sabi etwas gesagt. Nämlich kommt mit, Zeit für den Aufbruch. Klavitterbus. Ein ticklikler Klavitterbus. Auf dem Mars ist es jetzt allerdings so, dass die Moravex und die Zags schon seit zwei Wochen mit der Faluke unterwegs sind. Und Mahmoud ist schon nicht gut drauf. Er ist schon ziemlich niedergeschlagen. Und Paorfu, der sonst eigentlich trotz seiner Lage immer noch einen flotten Spruch hat, immer am Aufmuntern war, langsam ziemlich depressiv. Und auch sowas wie, kann man sagen, Klaustrophobie hat. Weil er ist ja einfach von allem anderen abgeschnitten, ne? Der ist ja quasi nur mit seinen Gedanken alleine und kann ab und zu noch ein bisschen was durch Mahmoud erfahren. Wenn wir jetzt mal vor, man könnte das auch als Zustand der Kontemplation bezeichnen. Er ist, er kann sich halt wirklich nur auf sich und seine Gedanken konzentrieren. Aber das klingt auch so ein bisschen wie Folter für mich. Ja, es gibt ja auch noch ein zusätzliches Problem für die beiden. Die haben keine Ahnung, was sie eigentlich dort tun. Ja. Richtig. Also, was, sie haben zwar etwas dabei und so weiter, aber sie wissen keine Ahnung, haben keine Ahnung, was das tun wird, wenn sie das denn machen. Der Apparat, den sie auf den Olympus Mons bringen müssen, sie wissen nicht, was es ist. Ja. Sehr interessant finde ich allerdings diese Frage, die sie sich stellen, warum die kleinen grünen Männchen, die sechs grünen sind, ob sie vielleicht vom Sonnenlicht leben. Ah, Photosynthese. Ja, genau. Wie die Orks bei Warhammer. Ich glaube, die Zombies leben auch von Photosynthese. Diese Theorie haben wir mal entwickelt, weil wie sonst sollen sich Zombies bewegen? Photosynthese. Weil ansonsten haben sie ja keinerlei Stoffwechsel. Aber scheuen die nicht das Licht eher? Das sind Vampire. Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Aber trotzdem dachte ich, dass sie sich nicht unbedingt gerne auf die Sonnenbank legen. Vielleicht sind sie auch Vampir-Werwolf-Zombies. Ja, auch möglich. Sehr cool. Kann gut sein. Ich sag mal, für zu viel Hitze wäre für einen Zombie, glaube ich, schon ziemlich nachteilig, weil sie ja ihre Temperaturen des Körpers nicht regulieren können. Ja. Wenn es zu heiß wird, so über 40 Grad, könnten dann einfach mal ganz dezent die Eiweiße etc. gerinnen und dann wäre Schicht im Schacht mitbewegen. Da ist was dran. Wir schweifeln ungünstig. Ja, genau. Das kennt man ja gar nicht von uns. Nein, gar nicht. Nein. Die Sechs. Genau. Sechs, ja. Orfu vermutet, wie gesagt, bei den kleinen grünen Männchen, bei den Sechs, ein Kollektivbewusstsein. Und diese ganze Situation lässt Mahnmuth halt auch immer zynischer werden. Also so sieht er auch plötzlich diese Sonette von Shakespeare. Also noch weniger positiv als vorher. Also der Stellte hatte gerade alles in Frage. Der ist richtig am Arsch. Und ja, sie sehen dann halt auch schon wieder die Streitwagen über sie hinwegfliegen, die sie aber zum Glück nicht bemerken. Ich glaube, Orfu stellt die Theorie auf, wie diese, Anführungsstrichen, telepathische Kommunikation mit den Sechs funktioniert. Nämlich, dass sie quasi über die Berührung und den Blutstrom Daten-Nanopakete austauschen. Ja. Boah, okay. Klingt schön. Nano ist auch so ein schönes Zauberwort. Ja. Quanten. Quanten. Nanokanten. 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 Kleine Füße. Ja, das ist halt wie das, was ich meinte. Also er schmeißt in geschichtlich Literatur, da hat er sich unglaublich reingelesen. Aber was Technik angeht, schmeißt er nur mit Schlagworten um sich. Aber das ist halt auch schwieriger zu verstehen, denke ich. Da kann man sich, wie gesagt, nicht reinlesen. Ja. Könnten auch von einer anderen Erde kommen. Eine Parallelwelt. Da sind wir wieder bei den möglichen Parallelwelten. Multiversen. Das wird auch später von ihnen gesagt, dass sie von einer anderen Erde kommen. Das sagen die Sechs auch später direkt. Und da kommen wir wieder zu weiteren möglichen Parallelwelten. Genau. Allerdings geht es jetzt erstmal wieder nach Ilium und Zeus macht das, was er den anderen Göttern verboten hat. Er schummelt. Und Hockenberry sucht immer noch seinen Angelpunkt. Nein, das ist jetzt nicht zweideutig gemeint. Okay, auf den Gedanken kam ich gerade nicht, aber schön. Und er überlegt, was er jetzt machen könnte. Wie kann er das Schicksal ändern? Und er weiß jetzt, wie er auf Achilles einwirken kann. Er übernimmt die Rolle von Phönix. Da würde ich mal denken, das ist jetzt ganz praktisch, wenn Michael uns mal kurz was zu dem erzählt. Ja, das ist auch eine super spannende Szene, weil da gibt es auch so eine Forschungsdiskussion drum. Es kommen nämlich Ajax, Odysseus und Phönix zum Zelt des Achilles, um Achilles zu besänftigen, damit Achilles wieder mitkämpft. Nachdem Achilles sich am Anfang mit Agamemnon zerstritten hat, läuft es ja super schlecht für die Griechen. Da funktioniert ja nichts mehr. Die müssen gucken, dass sie Achilles wieder in den Krieg einbeziehen. Und da ist es halt ganz erstaunlich, dass der Phönix dabei ist, weil Ajax und Odysseus sind halt sehr, sehr bedeutende, wichtige Männer. Phönix aber eigentlich nicht. Das ist ein alter Lehrer von Achilles. Achilles und deshalb ist das halt so komisch, warum der dabei ist. Und es wird noch so ein bisschen komplizierter, weil Homer oder wer auch immer die Ilias geschrieben hat, an dieser Stelle ein Verb benutzt, das man im Griechischen nur benutzt, wenn zwei Akteure da sind. Ja, also im Griechischen gibt es ein Verb für eine Verbform für zwei Akteure und also irgendwie wird der Eindruck erweckt, es gehen zwei Leute ins Zelt des Achilles. Es sind aber de facto drei. Und hinzu kommt dann eben dieses Problem, warum ausgerechnet Phönix? Und das ist ja auch wieder eine super Stelle, mit der Simmons spielt. Simmons ist dieses Forschungsproblem bewusst, er kennt die Stelle und er erklärt mit seinem Buch, mit Ilium, warum in der Ilias diese komische Szene vorkommt. Weil Hockenberry kapiert ja, ja komisch, nur Odysseus und Ajax werden zum Zelt geschickt, warum wird den Phönix nicht dahingeschickt, in den er sich ja verwandelt hat. Und dann greift er ja aktiv ein, indem er hinterherläuft und behauptet, Agamemnon hat mich noch nachgeschickt, ich soll mitkommen. Und dann nehmen die den ja so ein bisschen zähneknirchend mit. Das heißt, vorher ist Hockenberry ja die ganze Zeit ein passiver Beobachter, aber jetzt greift er eben aktiv in die Handlung ein und Simmons erweckt hier und auch an anderer Stelle eigentlich ganz klar den Eindruck, dass sein Buch Ilium eben erst Dinge erklärt, die in der Odyssee passieren, beziehungsweise Ilium wird zur Voraussetzung für bestimmte Szenen in der Ilias und der verwebt diese beiden Werke dadurch auf das Äußerste und das ist auch ein sehr bemerkenswerter Kunstgriff, finde ich. Auf jeden Fall. Vor allem, weil das ja auch die Stelle ist, wo er dann tatsächlich den Angelpunkt hat und die Besprechung ändert, die ja gar nicht so wie in der Ilias abläuft. Richtig, denn plötzlich hat mich Achilles Lust nach Hause zu segeln. Ja, wobei das eigentlich dann noch gar nicht so der richtige Knackspunkt ist, der Knackspunkt eigentlich ist Patroklos. Ja, aber das ist das erste Mal, wo er dann wirklich entscheidend eingreift. Also auch bewusst, ich sag mal, das mit Paris hat er gemerkt, es geht, aber das war Zufall. Hier hat er es tatsächlich mit einem Plan getan, dass er danach etwas macht, was wieder genau das Gegenteil bewirkt und eigentlich irgendwie mehr sein ursprünglicher Plan ist. Ja. Also, das muss man ja sagen, Hockenberry wechselt seinen Plan ja gefühlt 15 Mal. Er entscheidet sich immer wieder neu. Aber der Witz ist ja eben dadurch, dass er sich entscheidet, hier einzugreifen, hinterherzulaufen, diese Lügen-Story zu erzählen und so weiter, passiert ja im Prinzip eben erst das, was in der Ilias steht. Dass Phönix bei diesem Treffen dabei ist, das ist halt total ineinander verwoben. Self-fulfilling Prophecy. Ja, genau. Von diesem schönen Thema geht es jetzt wieder weiter auf die Erde, denn sie bringen jetzt Hanna, Odysseus und Ada wieder zurück nach Aris Hall und Savi kann nicht mit. Sie hat ja vorher schon erwähnt, sie kann nicht gefaxt werden. Ihr Code ist bekannt und quasi gesperrt. Odysseus tötet, glaube ich, auch noch an dem Faxpunkt einen Wollnix, weil er ihn sonst erkannt hätte. Also er scheint kein Unbekannter zu sein für sie. Er scheint ein größerer Störfaktor zu sein, was sich ja später auch bewahrheitet. D. überlegt jetzt sich auch mal wieder von den Leuten zu trennen. Allerdings, er macht das nicht, der Damon, aus einem Grund. Wie immer, er hat Angst und es ist unbequem. Das entspricht zumindest seinem Charakter. Ja, allerdings findet schon diese eine Veränderung in ihm statt. Er empfindet die Erinnerung an sein altes Leben als unscharf und die Erinnerung an die letzten Tage dieses Abenteuers. Die sind unglaublich intensiv, die sind scharf. Also ich glaube, Michael hat es gesagt, es ist das wahre Leben, was er gerade spürt. Ja. Und wieder einmal zeigt sich das, weil Savi dachte sich das schon. Sie scheinen wirklich eine Antenne füreinander zu haben. Und man stellt ihr jetzt auch einige Fragen über Jerusalem. Denn dort geht es nämlich als nächstes hin. Und was ihr vorhin schon erwähnt habt, dass die Wollnixe ja erst auf die ja auf die Erde kamen. Und hier ist es halt vor 200 Jahren. Also nee, Quatsch. Vor 200 Jahren vor dem letzten Fax kamen sie aus der temporal-klastrischen Wolke als unbewegliche, rostige Eisenstatuen. Waren sie plötzlich da? Ja, einfach so. Genau. Flipp. Aber da haben sie überhaupt nichts gemacht. So wie die ewige Armee des Kaisers. Wie die Terrakotta-Armee. Einfach dargestanden. Nur aus rostigem Metall. Wer weiß. Was jetzt nochmal positiv anzumerken ist, dass, so wie es Simons beschreibt, solche Begriffe wie Judenhass für die Menschen, die wir dort beschrieben sehen, einfach komplett nicht nachvollziehbar ist. Das ist für die einfach in ihrem Denken nicht drin. Und das fand ich recht angenehm, nachdem das vorher mit dieser, naja, ideologischen Rasse, wie es bezeichnet wurde, so ein Geschmäckel hatte. Das fand ich, das war wieder so ein bisschen versöhnlicher. Auf dem Mars wird es allerdings sehr stürmisch. Riesige Wellen peitschen sich hoch und bringen das Schiff in Gefahr. Die Theorie bezüglich der grünen Männchen und ihrer Haut und der Sonne scheint sich zu bestätigen, weil jetzt ohne Sonnenlicht sind sie unglaublich matt und eigentlich fast bewegungslos. Und durch ein tollkühnes Manöver können sie eigentlich von Marmut gerettet werden. In einem Anführungsstrichen sicheren Bereich erfahren wir dann halt auch das, was ich vorhin schon sagte, dass die kleinen grünen Männchen sich selbst Sex nennen. Und das ist ein Begriff für Häftlinge eines früheren russischen Arbeitslagers. Das sind Arbeitsgefangene. Ach. Aus dem Gulag. Aus dem Gulag. Ja, so in der Richtung. Und wir erfahren, dass sie von einer anderen Erde kommen. Und das ist noch nicht alles. Die Steingesichter scheinen nämlich den Magus darzustellen. Den Herrn des Sohnes von Sykorax. Und diesen Namen kennen wir auch irgendwoher. Shakespeare. Ja. Ja, aus dem Sturm. Korrekt. Nämlich da der Herr Zauberer, quasi. Diese hat sie nämlich dorthin gebracht. Der Magus ist sogar Herr über Seteboss, den Gott der Mutter unseres Herren. Und die Götter werden von einem verbitterten Herz, das abwartet und beißt, in Bann gehalten. Alles sehr ominös. Und wir haben jetzt definitiv einen Shakespeare-Bezug. Ja. Ja, definitiv. Und ein deutlicher Hinweis auf Kali-Bahn. Über Seteboss von Browning, der auch nochmal darüber schreibt. Generell ist Kali-Bahn eine Figur von Shakespeare, die sehr oft in anderen Werken mitverwendet wird. Er ist ein sehr schönes Bildnis. Kali-Bahn repräsentiert ja wirklich so das Wilde, das Ungestüme, das Ungebändigte. Und ist auch mit seiner Wildheit schon fast Animalität, ist er ja wirklich ein sehr starkes Bild. Was hier in dem Roman auch nochmal sehr interessant interpretiert wird. Aber dazu kommen wir noch später, wenn wir wirklich auf ihn, ich spoiler, mal treffen. In The Expanse kam er auch vor. Ja. Okay. Das Schiff. Das war ein Schiff. Die Kali-Bahn. Okay. Das hab ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Ich hab das erste Hörbuch. Ich schlafe immer wieder dabei ein. Ich hab die Serie gesehen, aber noch nicht komplett. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Da ist irgendwo, da findet so ein Kampf statt gegen so ein grünes Wesen irgendwie. Da spielt das eine Rolle. Aber ich will dich jetzt auch nicht spoilern. Ja, okay. Und es wird sich ja die Frage gestellt, ob der Magus wirklich identisch ist mit Prospero aus der Sturm. Also das Gesicht der Steinmenschen ist das von Prospero. Ja, aber dass er keine echte Figur ist. Woher willst du wissen, dass das Gesicht das Richtige ist? Generell ist dem Orfu auch so ein bisschen eher aufgeschlossen. Orfu scheint so ein bisschen eher an was Übernatürliches, Abgedrehtes zu glauben, während dessen ja Mahnmut wirklich im Hier und Jetzt verhaftet ist. Ja. Der ist realistischer. Und Prospero taucht ja noch auf. Richtig. Aber das passt ja auch irgendwie. Orfu ist ja, wie ich ja schon sagte, er ist von abgeschnitten. Er ist nur mit seinen Gedanken alleine. Dass er sich dann mehr mit sowas befasst, vielleicht dann auch so ein bisschen ins, das hört sich so negativ an, esoterische abgleitet. Er ist ja quasi von der physischen Welt mehr oder weniger abgeschnitten. Also von daher würde ich das als gar nicht so unwahrscheinlich erachten. Er kann ja nichts anderes als alles durchdenken. Richtig. Ja, richtig. Er sieht ja auch nichts. Also mehr als denken ist es gerade nicht. Was dann jetzt in Ilium wieder passiert, ist das, was wir schon gesagt haben, dass Hakenberry jetzt halt in der Rolle von Phönix Achilles dazu bringt, dass er flieht. Auf der Erde erfahren wir dann halt aber jetzt auch vom blauen Strahl, der da in der Nähe von Jerusalem da ist. Und das ist das letzte Fax, das in dem wohl die knapp über 9000 Juden, ich sag mal mehr oder weniger gespeichert sind. Genau. Die sind gespeichert worden, weil die Posthumens, die Nachmenschen, gesagt haben, das müssen wir machen, damit wir dann, während ihr da gespeichert seid, die Welt wieder in Ordnung bringen können. Da ist ja ziemlich viel durcheinander geraten mit den Dinosauriern und so weiter. Und dann ist aber halt irgendwas scheinbar passiert, dass die Leute eben in diesem Energiestrahl geblieben sind und nicht eben wieder zurück auf die Erde gekommen sind. Man unterstellt es erst den Fehlern, irgendwelchen Absichten der Nachmenschen, aber da kriegen wir später auch noch andere Sachen mit. Aber erstmal gibt es eine ganz andere Reaktion, nämlich aus einer der Moscheen, aus einem Lautsprecher der Moscheen. Stopp, Raphael, mal ganz kurz vorher. Ich bin so ein bisschen geschlolpert und fand das recht krass, diese Ausdrucksweise. Man hat denen gesagt, dass sie da sich faxen lassen sollen und alle sind da hingegangen. Also ich hatte da schon so ein bisschen so eine Assoziation auch zu, wir haben die alle zum Duschen geschickt, um das jetzt mal so ganz krass zu sagen. Oh nee, faxen war ja zu dem Zeitpunkt was ganz Normales. Nee, das stimmt. Safi benutzt das Wort Genozid in diesem Zusammenhang, weil sie Absicht unterstellt. Die weiß ja nicht, was oben passiert ist. Ja, das hat sie jetzt da vielleicht dann auch unterstellt. Aber dass der Rest das einfach mitgemacht hat. Ja, faxen, Quantentechnologie war zu dem Zeitpunkt normal. Ja, duschen damals auch. Das ist jetzt ein bisschen sehr zynisch, der Kommentar gewesen. Ich weiß, das war zu zynisch. Ja, aber trotzdem, so eine Parallelität habe ich da schon ein Stück weit gesehen. Ja, dass die vielleicht ... Eben auch, weil Sabi ja auch von dem Genozid spricht. Ja, dass das so gemeint ist. Aber du hast ja auch gefragt, worum sie da reingegangen sind. Und ich denke halt mal nicht, weil sie gezwungen wurden, sondern für die war das jetzt ganz normal. Das war jetzt für die Möglichkeit, da wegzukommen. Es waren nur noch 9000 Menschen und dieser Planet musste jetzt erst mal in Ordnung gebracht werden. Ich glaube, die haben da nichts unterstellt, dass Sabi scheint generell ein misstrauischer Charakter zu sein. Und die ihre Nase halt auch immer an Sachen gesteckt hat, die sie vielleicht nichts angingen. Ja. Und das sagt Sabi ja sogar selber, dass sie glaubt, dass sie deshalb bestraft worden ist, weil sie sich ständig in Sachen eingegangen hat, die sie nichts angeht. Nee, und Raphael, du hast natürlich recht. Die Menschen haben sich nichts dabei gedacht, sich darauf da einzulassen. Das negativ zu bewerten, das ergibt sich ja erst aus dem Umstand, dass die halt nicht zurückkommen. Richtig. Weil halt irgendwas schiefgelaufen ist. Eben, das ist ja nur durch das Wissen über die Umstände danach. Ja, also ich wollte da jetzt auch keine Parallele zum Genozid oder zum Holocaust-Vexin, aber irgendwie hatte ich das so im Kopf, als ich es gelesen habe einfach. Nee, ich war halt nur der Spruch vor mit, dass es duschen auch, das war mir ein bisschen zu zynisch. Sorry, nein, das habe ich auch nicht so gemacht. Alles gut, alles gut, ja. Bei einer Anmerkung hier wird dann nochmal ein typisches physikalisches Schlagwort einfach verwendet. Ein Neutrinotorus, ohne auch nur im Geringsten darauf einzugehen, was das heißt. Klingt aber toll. Wenn du da was Neues. Ja, es klingt toll. Ein Neutrinotorus, dass die Altmenschen in diesem gespeichert sind und dass die Erde wahrscheinlich immer wieder in diesen Torus eindringt und deswegen die regelmäßig dort auftauchen, ist natürlich wieder so ein netzes Schlagwort, das nicht weiter erklärt wird. Also im Endeffekt, wir streifen immer wieder den Strahl. Ja, genau. Um es mal ganz vereinfacht auszudrücken. In einem regelmäßigen Tonus, genau. Jetzt zu dem, was ich vorhin noch sagen wollte. Es erklingen dann nämlich gewisse Worte aus einem Lautsprecher einer Moschee, nämlich ich weiß nicht annähernd, ob ich es richtig ausspreche. Habach al-Jahoud. Was bedeutet, tötet die Juden. Mhm. Und dann fangen an, sich so gewisse Massen am Horizont abzuzeichnen. Äh, boi nix. Arschkarte würde ich das mal nennen. Ja. Bei der Menge auf jeden Fall. Ja. Aber natürlich, er ist der König des Cliffhangers. Es geht jetzt weiter wieder auf der Ebene von Ilium. Und Hockenberry hat seinen Plan ja wieder geändert. Denn er will sie jetzt doch in den Krieg treiben. Hockenberry erkennt, dass er Patrokläs töten muss. Denn nur so kann er Achilles davon abhalten, die Stiften zu gehen. Er hat also seinen Plan schon wieder geändert. Er fragt sich halt auch noch, ob er auch Agamemnon, äh, Odysseus auf seine Seite ziehen kann. Denn, aber für ihn ist er ja auch nur ein Barbar. Aber er legt sich darauf fest, Patrokläs muss sterben. Und das macht er auf eine gewisse Art und Weise. Er dringt getarnt in das Zelt ein und sieht die beiden da, ich sag's mal so dezent, kuschelnd auf dem Bett. Sehr dezent gesagt. Ja. Auch unbekleidet. Und er hinterfragt mal kurz die Sexualität von den beiden. Ich würd allerdings auch mal sagen, die haben das damals, wenn man sich das auch mal betrachtet, wie später die Griechen drauf waren, die haben das gar nicht so gesehen. Die haben da, ja, mein Gott. Damit spielt Simmons wieder auf eine Diskussion an. Und zwar in der Ilias sind Patrokläs und Achilles verwandt oder Freunde, was auch immer. Und in der späteren Überlieferung sind die ein schwules Paar quasi. Oder, nee, Entschuldigung, falsch gesagt, die pflegen Nebenbeziehungen zu Frauen, pflegen die auch eine homosexuelle Beziehung zueinander. So muss man sagen. Aber ich glaub, das war doch bei den Griechen generell gar nicht so ungewöhnlich. Also, das war es nicht verpönt. Nee, das kam vor, richtig. Aber hier wird diese Szene natürlich ganz konkret eingebaut, weil es eben besonders auch den beiden nachgesagt wird. Darum hat das hier Sinn. Und da geht Hockenberry aber dann ja auch relativ schnell drüber hinweg, indem er irgendwie sagt so, ja, aber das interessiert mich, was die für ein Sexualleben haben. Richtig, ist auch scheißegal. Genau. Ist ja in diesem Fall auch nur deswegen wichtig, weil Patroklos für Achilles eben sehr wichtig ist. Ja, er liebt ihn auf eine gewisse Weise. Ob diese Liebe jetzt romantischer Natur ist oder platonischer, das ist scheißegal. Genau. Gute einfach ein guter Freund sagen. Genau. Quasi wie ein kleiner Bruder, wie auch immer. Und dieser Gedanke, der beruht jetzt natürlich auch wieder auf dem Wissen Hockenberries über die Ilias, weil Achilles kämpft ja nicht mehr mit, erlaubt Patroklos dann aber in seiner Rüstung an den Kriegen weiter teilzunehmen. Patroklos macht das, wird dann aber übermütig und durch seinen Übermut wird er von Hector getötet und das bringt Achilles ja zum Ausrasten. Das bringt Achilles zum Ausrasten und das ist der Moment, wo Achilles sich eine neue Rüstung besorgt, in den Krieg wieder eingreift und das Blatt wendet. Das ist der entscheidende Moment. Und da kapiert Hockenberry halt, hey Moment, wenn ich das nicht gegen die Trojaner, nicht gegen Hector, sondern gegen die Göttinnen und Götter richte, das ist der Moment. Ja, und er macht das, indem er zu Athenemorft, was ihn unglaublich viel Energie kostet und auch etwas instabil ist, was er aber da quasi so nutzt, dass er wie eine geisterhafte Erscheinung wirkt. Achilles motiviert ihn auch damit, indem er sich einfach Patroklos packt und tasert und dann auch verschwinden lässt. Ich meine, er ist nicht tot, aber es soll erstmal so aussehen. Genau. Und für Griechen ist es ja sehr wichtig, dass die Totenrieten durchgeführt werden, sonst kommt man nicht ins Totenreich. Und da sagt Hockenberry in der Form von Athenia auch noch, ja, wenn du den Leichnam haben willst, dann komm und dir holen. Ja, komm auf den Olymp und hol ihn dir. Was noch wichtig ist, er stellt danach fest, ich glaube, er hat da nur noch 12, 13 Minuten Energie fürs Morphen. Das wird später noch wichtig. Wir kehren jetzt wieder zurück nach Jerusalem. Dort flüchtet man vor diesen anrauschenden Wollnixmassen in die Untergewölbe von Ruinen. Und Savi behauptet, dass sie nicht ihr folgen, obwohl es heißt, tötet die Juden, sondern dass sie ihnen folgen, weil sie ist im Proxnet nicht sichtbar. Proxnet ist auch wieder sowas ähnliches wie das Allnet. Also da gibt es definitiv mehrere Abstufungen, was auch noch zu weiteren Dingen führt. Das ist im Grunde genommen eine kleinere Variante, eine Teilvariante. Oder wie so ein Vorgänger, habe ich verstanden, glaube ich. So ungefähr, eine Unterstufe, ja. Genau. Dadurch ist sie halt für sie unsichtbar. Aber das Problem ist halt auch, warum sie angegriffen werden. Sie befinden sich schlichtweg in einem Sperrgebiet für die Menschen. Ja klar, das ist halt der Punkt, wo dieser Strahl ist und wo wohl auch in der Nähe ursprünglich die Wollnixe aufgetaucht sind und dass die da nicht wollen, dass die da dann rumschnüffeln. Wir haben ja schon so langsam gemerkt, die Wollnixe führen was Eigenes im Schilde oder werden von jemand anders gesteuert. Sind auf jeden Fall, gehören, sind sie nicht einfach nur die Beschützer der Menschen, sondern wahrscheinlich doch eher Aufpasser, Wächter. Aber nicht, dass sie auf sie aufpassen in der Hinsicht zu schützen, sondern dass sie keinen Scheiß anstellen. Ja. Ja, sehr schön fand ich, als sie sagt, sie sollen fliehen, dass sie Damon als Meisterin des unnötigen Imperativs bezeichnet. Es war nicht möglich, es war nicht nötig, dass sie da den Befehl erteilt. Es war klar, das musste ich. Also da wächst mir jetzt Damon schon wirklich immer mehr ans Herz. Unter den Ruinen finden sie dann halt noch einen versteckten Crawler. Ich bin, glaube ich, nicht direkt darauf eingegangen, was es ist, aber ich habe es wie so eine Art Räum- oder Bergbaufahrzeug, habe ich es mir vorgestellt. Wie so ein großreifiger Buggy oder sowas, der da rumfahren kann. Also alle, der relativ unebenes Terran gedacht ist. Der Crawler kriecht, also wirklich etwas, was, ja, das passt schon. Also riesige Reifen gedrungen, gepanzert, so hatte ich das irgendwie. Ja. Der muss ja relativ schnell sein, wenn er den Wohenixen entkommen will. Naja, entkommen, der rammt sich da durch. Aber trotzdem muss er jetzt mal weg. Ich habe hier so stehen, sie rammt sich den Weg frei im Stil von Klaus Kinski. Und danach geschrieben, Savi hätte den Crawler genommen und ihn durch die Fresse gezogen, du dumme Sau. Ich weiß nicht, warum ich das geschrieben habe, aber ich finde es gut. Du warst im Kinski-Modus gerade. Vielleicht habe ich gerade wieder Kinski gemalt, das kann sein. Ich habe auch Pferde-Jesus-Kinds hier, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall kommen sie damit zu den Feldern des ausgetrockneten Mittelmeers. Und dort sehen sie schon überall in den Feldern Gekreuzigte hängen, so wie Vogelscheuchen. Was für mich so ein leicht creepy Anblick ist. Interessanter ist ja vor allem, was an den Kreuzen dranhängt. Das sehen sie ja anfangs noch nicht. Naja, aber das kommt ja. Kommt gleich noch. Jetzt sind wir wieder bei Hockenberry. Hockenberry ist erstmal stolz darauf, dass er wirklich mit dieser dramatischen Glanzleistung ihn motiviert hat und nimmt auch noch die Form seiner Mutter an, um ihn noch weiter zu motivieren. Also er klopft sich schon so ein bisschen selbst auf die Schulter. Da wird auch noch ein ganz cooler Gag eigentlich eingebaut, weil in der Ilias haben die Personen ja alle so Attribute. Der Schnellfüßige. Genau, genau. Und Achilles ist ja eben der Schnellfüßige Achilles. Und Hockenberry provoziert den ja, indem er dann das Schnellfüßig als Leichtfüßig auslegt. Du machst ja immer, dass du wegläufst oder so. Das ist das schon sehr cool gemacht. Da hatte ich jetzt mir noch so notiert, dass Hockenberry mittlerweile wirklich anfängt, mit den Anführungsstrichen Sterblichen genauso zu spielen wie die Götter. Dass die Macht ihn auch so ein bisschen dazu verführt. Das habe ich mir an der Stelle auch gedacht, weil ich meine das, was der da mit Athene macht und so. Er versucht ja sein Leben zu retten. Er versucht die Trojanerinnen und Trojaner zu retten und so. Aber was der jetzt macht, ist eigentlich schon heftig. Der verkleidet sich als Achilles Mutter, beziehungsweise schlüpft in ihren Körper und manipuliert den auf das Krasseste in Form seiner Mutter. Das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig. Das ist so dieses Prinzip, ultimative Macht korrumpiert ultimativ. Ja, das ist schon heftig. Und es wirkt für mich wirklich so, als ob er schon so langsam anfängt, das auch so nicht als selbstverständlich zu sehen, aber dass er sich auch das Recht ausnimmt, draus nimmt, für seine Ziele mit dem Leben anderer Menschen, die definitiv existieren, zu spielen. Ja. Er sieht sie tatsächlich mehr als Schachfiguren anstatt als Menschen. Wobei er immer noch der Amateur ist. Das sieht man dann später. Ja, natürlich, aber... Wenn die Profis rangehen. Aber es geht mir einfach nur schon darum, die Wandlung vollzieht sich weiter, finde ich. Ja, und danach teleportiert er jetzt wieder nach Indiana und will Kies suchen. Nightingale. Hieß er noch mal? Hälsa. Hälsa. Hälsa, genau. Ich will mal Nightingale oder Nightingale sagen. Danach geht's auch jetzt wieder weiter mit unseren beiden geliebten Moravex. Die befinden sich nämlich zwölf Kilometer über dem Perseus-Plateau und sind... In einem Ballon. Ja, in einem selbstgebauten Ballon. Stimmt. Richtung Olympus Mons. Und stellen weiterhin jetzt auch Überlegungen über die Zacks an. Und vor allem Orfu, ob es wirklich Prospero ist. Orfu fragt sich auch langsam, ob die Götter vielleicht auch echt sind. Da war für mich die Anmerkung, der Blinde sieht mal wieder mehr als der Sehende. Ja, ja. So ein klassisches Motiv. Die spekulieren ja, ob die Quantenteleportation Tore zu Paralleldimensionen aufstoßen. Genau. Und deswegen überhaupt die Leute, also die Götter zum Beispiel, da so auftauchen können, dass die eben, wie du sagtest, echt sind. Aber das ist doch dieses klassische Motiv, dass der Held, der erblindet, plötzlich mehr sieht als vorher. Um auch mal jetzt die Kinowelt zu nehmen. Matrix. Was sich ja auch teilweise sehr deutlich gewisser Mythologien bedient. Und wo Neo ja auch plötzlich mehr sieht, nachdem er blind wurde. Dem er dann plötzlich die Welt sieht, wie sie wirklich ist. Das ist ja ganz klassisch eben auch in der griechischen Mythologie mit Sehern. Ja. Also Seher sind oft blind. Und wer ist noch blind? Der Überlieferung nach Homer. Der Dichter der Ilias. Der soll auch blind gewesen sein. Ah. Ja. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr klassisches Motiv. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie hieß der noch, der von den Harpien gefangen wurde? Da gibt es doch auch so einen Seher, der blind ist. Heresias haben wir noch, der ist blind. Der wird von Jason, wird der doch, glaube ich, dann befreit oder so. Oh, den kenne ich gerade nicht. Aber Theresias ist noch einer, aber da gibt es mehrere auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Und mir fiel gerade noch ein, wegen einer eurer letzten Sendungen. Paul Muadip wird ja auch blind. Stimmt. Kann der dann mehr sehen? Das weiß ich gar nicht mehr. Er hat auf jeden Fall eine andere Einsicht. Ja, eine andere Einsicht. Allerdings, er ist ja so, dass er im Gegensatz zu seinem Sohn Angst vor dem hat, was kommt. Und er will es abwenden, weil er Angst hat, seine Menschlichkeit zu verlieren. Und Litu gibt ja bewusst seine Menschlichkeit zum Wohle aller auf. Ja, ja. Zu hören in unserer letzten Folge, ne? Eine sehr schöne Folge. Ja, war so eine spontane Nummer. Aber über Dune kann man immer reden. Ja. Ja, Mahmoud denkt jetzt, wie ich schon erwähnt habe, jetzt eher, dass das einfach nur Menschen oder Nachmenschen sind, die einfach verrückt geworden sind. Und fragt sich auch langsam, ob sein Freund verrückt wird. Und ob vielleicht auch diese Verrücktheit dieser Menschen und auch ihre Macht ein Effekt der Quantenteleportation sind. Das, was du auch schon sagtest, quasi mit Paralleldimensionen etc. Und es gibt auch einen sehr schönen Gag auf die Fliege. Ja. Auf jeden Fall. Ja, so ein alter Film. Ja, ja, auch alt, neu. Gibt ja auch das Remake auf jeden Fall. Wer es tatsächlich nicht kennen sollte, ein Wissenschaftler experimentiert mit Transporter-Technologie zwischen zwei Kabinen. Und bei dem Versuch ist es so, dass eine Fliege mit in die Transporter-Kabine reinkommt und sich ihre Gene, ja, vermischen. Es ist beides Horror. Der Schwarz-Weiß-Film ist auf eine andere Art und Weise sehr bedrückend. Der Moderne mit Jeff Goldblum. Ich sag nur eins, Cronenberg. Und mehr muss ich nicht sagen. Und Body-Horror. Genau. Auf jeden Fall, ja. Es werden halt auch noch weiter philosophische Theorien aufgestellt, nämlich ob das durch das Teleportieren auch wirklich neue Universen erschaffen werden. Ob das dann jedes Mal eine neue Realität entsteht, ein paralleles Universum zum Beispiel. Und auch, ob der, dass der Geist nichts anderes ist als eine stehende Quantenwelle. Und ob vielleicht besondere Geister wie zum Beispiel Shakespeare, Proust oder eben Homer durch ihre Vorstellungskraft eigene Universen erschaffen haben, dass sie durch quasi ihre Fantasie dem Form gegeben haben und das dann in einer anderen Realität erschaffen wurde. Ja, finde ich eine ganz interessante Ansatzweise. Das ist eine ganz zentrale Stelle, glaube ich. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir besser ja nichts nicht eingehen. Ja. Ich ahne auch, dass es da auch später so weiter drauf hinausläuft, aber es ist sowas, wo ich sage, oh, das wurde mir so ein bisschen zu schwurbelig. Da dachte ich mir so, es wird mir ein bisschen zu esoterisch gerade. Ich würde wahrscheinlich genauso reagieren wie Mahmut, denn der hält das einfach für dumm. Ja, kann man ja verstehen. Er ist relativ rational, was das angeht. Und nicht so philosophisch, auch wenn er ein Shakespeare-Fan ist, ist er nicht so philosophisch, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Er stellt sich eher die Frage, ob Corso vielleicht kein Spion war, wie er dachte, sondern eher ein Aggressor, dass sie vielleicht so die, wir sagen, der Scout sind die Leute, die den ersten Angriff durchführen. Ja, aber anstatt, dass sie angreifen, werden sie angegriffen. Nämlich ein Gott erscheint mit seinem Streitfagen und zerfässt ihn einfach mal direkt den Ballon, aber anstatt sie abstürzen zu lassen und in den Tod fallen, packt er sie und fliegt sie erst mal im Schlepptau mit zum Olympus Mons. Beeindruckende Demonstration. Ja, Apollon ist es, glaube ich. Genau, der ist Apollon. Für uns geht es jetzt allerdings erst mal weiter im Mittelmeerbecken, in dem trockengelegten. Laut Savi sind die Gekreuzigten, die wir vorhin erwähnt haben, Kalibani. Also definitiv eine Anspielung auf Kalibani. Und das sind quasi schwächere, kleinere Nachzüchtungen, man könnte sagen, Sprösslinge vom Kaliban. Den man in diesem Fall noch nicht kennt. Richtig, aber wie gesagt, der Sturm ist ja schon die ganze Zeit sehr präsent auf mehreren Erzählebenen. Und Damon hat, wie ich es hier formuliert habe, Hunger, Pipi, Durst. Ja, stimmt. Er verzieht sich in eines dieser gigantischen Maisfelder auf dieser Ebene. Und ich fand es sehr schön, also er hat Odysseus ziemlich gefressen. Und als er sich mit dem Blatt den Arsch abwischt, stellt er sich vor, dass er sich das mit Odysseus abwischt. Fand ich sehr kreativ. Hätte nicht sein müssen, aber es charakterisiert schon seinen Hass auf ihn ganz gut. Ziemlich unrealistisch. Ja. Findest du? Ja. Wer da sich den Arsch mit wem abwischt, dürfte dann wohl klar sein. Ja. Das denke ich auch. Ja, aber es ist eine Wunschvorstellung. Ja, genau. Ein Traum für ihn, ja. Auf dem Rückweg her verranzt der Gute Mann sich ein wenig und kommt jetzt nah an so ein Kreuz ran und kann sich so ein Kalibani aus der Nähe ansehen. Und die sehen nur aus der Nähe bedingt menschlich aus. Das ist üppig. Ich hatte immer so eine hellenistische Statue vor mir, wenn ihr wisst, wie das in der Kunstrichtung ist. Wir haben ja bei der griechischen Statue erst welche, die so sehr statisch aussehen, wie die aus Ägypten. Ihr wisst schon, ne? Gerade stand. Genau. Dann haben wir eine Phase, wo dann der idealisierte Mensch dargestellt wird. Das, was wir alle kennen, immer so diese Sportlerbilder, ne? Alles perfekt gemeißelt. Und zum Ende hin haben wir die hellenistische Phase. Da sind die Körper sehr üppig. Es gibt auch, es ist nicht immer alles perfekt. Da ist auch mal ein kleiner Speckring. Du siehst Adern und es ist sehr viel Emotion. Es ist Drama drin. Und das hatte ich irgendwie bei den Kalibani am Kreuz drin. Auch ohne, dass ich vorher wusste genau, wofür Kaliban eigentlich steht. Was für mich einfach nur zeigt, dass der Mann durch seine Beschreibung das wunderbar wiedergegeben hat. Und generell diese, heutzutage wird man sagen, diese Beschreibung dieser Kreatur, ich würde einfach das bezeichnen als ein Reptiloiden. Ja. So mit einer langen, lüsternden Zunge. Ja, in diese Richtung hatte ich mir das auch vorgestellt. Reptilienes Gesicht. Es ist allerdings weniger schuppig. Und ja, der ist wohl doch nicht so tot, wie er dachte. Da fängt sie nämlich an zu bewegen. Ein bisschen wie ein Gorn. Ein Gorn. Okay, jetzt müssen wir uns gucken, ist da ein Stein und ist da ein Holzstumpf. Aber statt Captain Kirk taucht dann der Crawler auf, fäht sie quasi durch und nimmt ihn noch rechtzeitig auf, weil ja, das Ding wäre wohl wahrscheinlich runtergekommen. Und Safi soll dann erklären, was die Kalibani sind. Macht sie aber nur nicht so direkt. Außer, dass es halt Zöglinge sind. Sie möchte aber lieber, dass Damon Hermann, äh, Hermann, Hamann, das Farnet beibringt. Und ihm das Allnet zeigt. Aber Damon verweigert das einfach. Er meinte, das wäre jetzt zu viel für ihn. Erstmal für ihn, das zu zeigen, das nochmal zu erleben. Und auch die Überlegung, nee, es wäre auch erstmal Hamann zu viel. Die brauchen wir jetzt noch. Also er überlegt schon ein bisschen mehr. Er wird schon ein bisschen praktischer. Ja, aber ein Charakterzug bleibt wieder. Er hat Schiss und will gar nicht mehr raus. Aber das kann ich hier auch völlig verstehen. Ja, auf jeden Fall. Dafür erklärt jetzt mal Savi komplett das Allnet. Und, ähm, das, was wir schon gesagt haben. Den Begriff, es ist eine super No-Sphäre oder No-Sphäre, welches hier ein Bewusstsein entwickelt hat und sich selber Prospero genannt hat. Somit war dann die Verbindung zum Kalibaren hinten. Richtig. Und auch wieder mit dem Mars. Ja, das ist der Kopf, der dort abgebildet wird. Richtig. Wichtig, was dann auch in einem Nebensatz fällt, weswegen ich auch da an einer Verbindung glaube. Es wird wieder mal erwähnt, dass die Nachmenschen mit Zeitreisen experimentiert haben, dass sie förmlich davon besessen waren. Es wird aber nicht gesagt, dass sie es geschafft hätten. Nein. Nein, richtig. Nur, dass sie fasziniert waren besessen und haben damit experimentiert. Aber nicht, dass sie es geschafft hätten. Genau, aber es ist halt schon wieder so ein kleiner Hinweis, der sein könnte, aber nicht muss. Wird nicht sogar auch gesagt von Savi, dass die Nachmenschen es zugelassen haben, dass Prospero entsteht, ein eigenes Bewusstsein bekommt und so weiter. Woraufhin sie dann sagt, ja, war vielleicht nicht so klug, das zuzulassen. Kann das sein? Ja, aber es wird auch noch die Biosphäre erwähnt, die sich auch daraus entwickelt hat. Ja. Quasi auch diese Vernetzung von allem Wissen, was wirklich in der Natur ist, hat quasi sich auch eine Art Naturgeist entwickelt. Wird nur nicht Gaia genannt, sondern Ariel. Genau. Und mit dieser Ariel erschuf er die Kalibani. Als sein Helfer. Genau. Und als Gegenspieler gegen die Wojnixe. Richtig. Du hast gerade schon gesagt, der heißt nicht Gaia, sondern Ariel. Aber Ariel, Prospero und Kaliban werden als Gaia-Trinität zumindest genannt. Genau. Also die drei spiegeln die Gaia wieder sozusagen. Und mit dieser Ariel hat Savi quasi ein Deal zur Rettung der Erde geschlossen. Sie darf dafür unbehelligt passieren, also die Kalibani, weil sie ihr hilft, alles wieder in Ordnung zu bringen. Ja, genau. Wobei du jetzt gerade schon immer richtig sagst, feminin, sie. Weil Savi denkt ja eigentlich, es wäre ein R. Und der Prospero erklärt das ja komisch, dass Savi immer dachte, das ist ein R, obwohl es ja eigentlich meistens als Frau auftritt. Ich glaube, das liegt dran, dass Ariel ist, glaube ich, ein Engel aus dem Alten Testament, oder? Kann das sein? Ja. Deshalb hat Savi halt dieses männliche Bild im Kopf, wobei uns Prospero nachher aufklärt, nee, ist eigentlich mehr weiblich. Aber ich habe sie halt immer mehr so als Gaia gesehen. Aber es ist auch so, wenn wir das schon so nehmen mit den Engeln, eigentlich sind im Alten Testament die Engel allesamt Hermaphroditen. Stimmt. Die sind androgyne Gestalten im besten Fall. Also entweder kannst du sagen, du kannst es nicht festlegen, oder sie haben wirklich beide Geschlechter. Oder sie sind teilweise gar nicht menschlich von ihrem Äußeren. Von daher, die Darstellung der Engel in Neon Genesis Evangelion ist gar nicht so abwegig, weil die wirklich auf Beschreibung basiert, wie sie teilweise dargestellt werden. Also nicht so der Engel mit den Flügeln, das sind so gewisse Leute wie die Seraphim und so weiter. Aber es gibt genügend andere Engel, die ziemlich abgedreht aussehen. Ja, die Beschreibung, wenn man schon mit den Flügeln anfängt und den Augen, ist abgedreht, ja. Ja, aber es gibt auch viel Abgedrehter. Ja, viel, viel Abgedrehter. Damit fängt es ja schon an. War das nicht auch so ein Dogma von Kevin Smith, wo die gar keine Geschlechtsteile haben? Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist ja noch menschenähnlich. Es gibt da wirklich noch bei einigen Sachen die Beschreibung, die halt wirklich dicht an das rankommen, was wir in Neon Genesis sehen. Also das ist auch wirklich eher, wie abstrakte Formen aussieht. Weil Engel gibt es ja nicht nur im christlichen oder im jüdischen. Engelgestalten sind weit verbreitet. Und ja, die menschliche Gestalt mit Engelsflügeln ist halt noch die gebräuchlichste. Wobei einige zum Beispiel auch sechs Flügel haben. Oder mehr. Mein Namensvetter, der Erzengel Raphael, hat drei Flügel. Ja, ob er das gehen soll. Ja, vielleicht ist das eine ein Flügel, auf dem er spielt. Ich weiß es nicht. Du müsstest es doch wissen. Ja, eben. Naja, es passt bei mir nur, weil Raphael heißt Heiler Gottes oder Gott heilt. Und ich musste in die Medizin gehen. Das war, ne? Ich hatte keine Wahl. Ja, ja. Wer allerdings eine Wahl hat und sie auch trifft, das ist Hockenberry. Denn er hat die Wahl getroffen, Hectors Kind zu töten, um ihn in den Krieg gegen Götter zu treiben. Aber so weit ist er dann doch noch nicht. Er manipuliert Menschen schon sehr deutlich. Aber vor unschuldigen kleinen Kindern, da hat er noch Respekt. Ja, das ist so krass. Er ist kein Killer. Er ist noch nicht ganz entmenschlicht. Er nicht. Naja, eben. Aber Uriana sind da ganz hart. Ja, denn er teleportiert wieder zurück zu Helena. Und ja, Entschuldigung, ihre Meinung dazu ist Weichei. Denn er wird dort gepackt und gefesselt. Und seiner, naja, er wird mit einem Messer an den Eiern verhört. Ja. An den Testikeln, wie er so schön schreibt. Ja. Nämlich von Helena und wie ich es dann später genannt habe, dem Rat der Ladies. In Anspielung auf eine gewisse Serie. Er muss ihnen jetzt alle bisherigen Geschehnisse schildern. Und auch ihre Zukunft. Er kommt dadurch frei. Weil eine von ihnen ist halt auch eine Seherin. Und der offenbart er ein ziemlich abgefucktes Schicksal. Aber sie bleibt relativ ruhig. Sie hat das für sich schon gesehen. Und das macht diesen Charakter auch irgendwie so ganz beeindruckend. Sie weiß, dass sie ein richtig beschissenes, das ist noch untertrieben ausgedrückt, ein beschissenes Schicksal hat. Aber sie hat sich damit abgefunden. Sie tritt dem Tapfer entgegen mit erhobenen Haupt. Fand ich toll. Wenn man Kassandra heißt. Ja. 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 Sind wir jetzt schon bei Kassandra? Okay. Weil das ist ja eben das Drama dieser Frau. Und Hockenberry ist ja eigentlich so eine Art Erlösung für sie. Weil in der Elias ist Kassandra ja eigentlich einfach nur eine besonders schöne Tochter des Priamos, des König von Troja. Aber in der späteren Überlieferung ist sie ja eine Seherin, die von Apollon damit, ich glaube Apollon war was, damit verflucht worden ist. Sie kann zwar die Zukunft sehen und das immer vorhersagen, aber kein Mensch glaubt ihr, was sie sagt. Das heißt, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, die läuft also den ganzen Tag durch Troja und erzählt denen, was passiert und kein Mensch glaubt es. Und daher haben wir ja diese Redensart. Du Kassandra, du kommst immer nur mit schlechten Sachen. Kann ich die Redensart nicht. Ach so, kannst du nicht. Ach so, nee, nee, das ist eine Redensart. Ja, ja. Du Kassandra. Und das ist halt jetzt für sie, das ist ja eine total bizarre Situation eigentlich. Wie Raphael gerade schon gesagt hat, Hockenberry beschreibt ja dann alles Schlimme, was mit ihr passieren wird. Und die, boah, endlich glaubt mir das mal einer. Das ergibt sogar noch viel mehr Sinn. Aber das ist schön. Sie erzählt das ja schon. Das glaubt ihr ja keiner. Sie könnte Troja retten, aber es glaubt ihr keiner. Und das hängt eben damit zusammen, dass sie von, ich meine, Apollon aus verschiedenen Gründen eben verflucht worden ist. Okay, das macht die Situation noch besser, wie er es beschrieben hat. Das ist ja richtig geil. Ja. Ja, nee, das war tatsächlich ein kleines Stückchen später, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Stimmt, das kommt später. Deshalb war ich gerade verwirrt. Ja, den hab ich jetzt aber auch übersprungen. Ich hab jetzt so ein bisschen aus dem Kopf. Ja, ja, ist okay. Irgendwas, die lassen ihn auch frei, aber behalten seine Technologie und sind mal wieder jetzt, wie eigentlich oft, so typisch arrogant und herablassend zu ihm, weil er ist ja dumm, feige und ein Barbar. Aber diese Ladies, die haben ihr eigenes Ziel. Die haben jetzt gesagt, was der Rest nicht schafft, das machen wir. Wir wollen diesen Krieg beenden. Und sie sehen in Hockenberry die Möglichkeit dazu. Er soll sie unterstützen und soll aber erst mal beweisen, dass die Technologie, der hat funktioniert. Und für sein Medaillon soll er halt beweisen, das funktioniert, indem er auf den Olymp teleportiert und Aphrodites Kamm stiehlt. Mein Programm hat daraus ihre Cam gemacht. Oh mein Gott. Kamera, hast du schon eine Kamera dabei? Aphrodite, das Camgirl. Dort oben angekommen, sieht er, wie Zeus mit einem kleinen Roboter spricht. Wir sehen Mahnmut. Zusammenführung der Ebenen. Ja, zum ersten Mal jetzt, ne? Ja. Dadurch kann man es schon so langsam zeitlich einordnen. Weiter geht es allerdings wieder mit unseren drei beiden, mit Savi, Harman und Damon. Die kommen nämlich in Atlantis an. Ja. Und es gibt dumme, platte Witz über Plato und Pluto. Entschuldigung. Also da habe ich wirklich nur so gedacht, so. Haha, was haben wir doch gelacht. Ja, ne? Der Rest war immer ganz nett, aber das war wirklich so. Plato, Pluto, hihihihi. Wir erfahren auch, dass Savi in diesen 1400 Jahren effektiv in Anführungsstrichen nur 300 Jahre aktiv war. Den Rest war sehr eingefroren, hat Berichte aus zweiter Hand. Und zeigt immer trotzdem, dass sie als Altmensch deutlich älter wird als sie. Okay, was auch ein paar andere Faktoren noch begünstigen. Aber jeder fängt es auch an, zu offenbaren, warum er da wirklich dabei ist. Und Harmans Grund ist, er will hoch zur Klinik, um sich noch mal weitere 20 Jahre abzuholen oder mehr. Ja. Nicht nur ein weiteres Jahr. Genau, er hat schlicht und ergreifend Schiss zu sterben. Es ist rein egoistisch, seine Motivation. Er will nichts retten. Er will die Leute nicht in die Weisheit führen und zum Wissen Nein. Er wollte, Anführungsstrichen, einfach nur weiterleben. Ja. Es wird auch noch erwähnt, dass Atlantis aus exotischer Materie besteht, aus sichtbaren Molekülen. Ja. Was auch immer das heißen soll. Obwohl ich gerade sagen soll, wenn man das sagen mag. Wobei, hier könnte man vielleicht noch mal so einen kleinen Einschub bringen. Das ist ja jetzt nicht ein Atlantis, das aus der Antike wirklich existiert hätte oder so, sondern ein Atlantis, das die Nachmenschen erschaffen haben. Und das finde ich ganz spannend. Also die nennen diesen Ort ja Atlantis. Bei den Säulen des Herakles hier bei Gibraltar, da machen sie ja so einen Staudamm, den sie die Hände des Herakles nennen. Also scheinbar schon lange, bevor die angefangen haben, wenn sie sich denn in diese Götter auf dem Master verwandelt haben, haben die auf der Erde schon diesen, wie soll man das sagen, so diesen Anflug gehabt, sich irgendwie immer so mit mythischen oder göttlichen Figuren zu identifizieren. Naja, wenn du selber schon deine Macht ins Göttliche geht. Ja. Und es auch später auch angedeutet wird, dass die Nachmenschen ja eigentlich nicht auf ihren Körper angewiesen waren. Ja. Ja, das kann schon sein. Ich wollte nur was sagen zu dem trockengelegten Mittelmeer. Es gab ja wirklich früher mal die Idee, das Gedankenspiel, das Mittelmeer über Staudämme etc. trocken zu legen und daraus eine gigantische Agrarfläche zu machen. Ja. Um wirklich Europa zu ernähren. Okay. Da war gestern oder vorgestern zufällig nochmal ein Artikel im Spiegel drüber. Da musste ich auch direkt dran denken. Es ist ja auch so, dass das Mittelmeer vor mehreren Millionen Jahren tatsächlich trocken lag. Ja. Und dass dies auch in der Zukunft wieder passieren wird, weil sich Afrika natürlich nach Norden schiebt. Und also ursprünglich war es trockengelegt, war im Grunde genommen eine Art Salzwüste. Und dann ist das allerdings eingebrochen durch was auch immer. In manchen Geschichten ist es eine Atombombe, aber es ist wahrscheinlich einfach nur erodiert. Und sobald sich Afrika eben wieder auf Europa draufgeschoben hat, wird es wieder trockengelegt werden und die haben das einfach nur künstlich vorgezogen. Ja, um das als Agrarfläche zu nutzen. Ja. Für was auch immer. Genau. Verrückt. Ja. Der Weg jetzt hoch zu der Ringwelt, wollte ich schon sagen, zu den Ringen, ist jetzt kein Raumschiff. Es ist etwas, was ich ... Ich hatte einfach das Bild von so einem Freefall Tower im Kopf. Ja. Ja. Da sind drei auch wirklich ... Ich finde es ja auch sehr witzig. Es könnten sonst wie viele Sitz sein, aber es sind natürlich nur genau drei. Da dachte ich mal so, ja, stimmt. Ja, stimmt. Vielleicht haben sie auch deswegen nur so viele mitgenommen. Aber ich dachte mal so, es wirkt jetzt so ein bisschen zu ... Naja. Ja, ich musste so ein bisschen an Frank Schätzing denken. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie der rum ... Lift. Man, hieß Next oder so, wo ist zum Mond ... Lift, genau. Da habe ich so dran gedacht. Das war so meine Assoziation dazu. Ja, ja. Aber Savi sagt ja an einer Stelle, dass sie schon mal mit jeweils zwei Leuten da irgendwie gewesen ist und das versucht hätte. Und die sind ja alle umgekommen. Also jedes Mal ist die da mit einer Dreiertruppe aufgetaucht. Also ich denke, sie wusste schon, dass es drei Stühle sind. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Drei Holzstühle. Ja. Und keine Stehplitze. Holzklass. Holzklass. Ja, genau. Holzklass ist gut. Nämlich ähnlich unbequem ist möchte auch die Fahrt damit. Ja. Aber trotzdem geht's jetzt weiter mit Hockenberry, denn der mobst nämlich aus Zeitdruck nicht den Kamm, sondern den Schönheitsspiegel. Und das finde ich sehr charmant. Er vergleicht ihn davon. Er vergleicht ihn nämlich mit einer Schönheits-App auf dem Handy, weil er im Endeffekt nichts anderes macht. Er zeigt ein idealisiertes Bild von sich selber. Hm. Und da sind wahrscheinlich irgendwelche Chips eingebaut und die Projektionsfläche da drauf. Das ist wie eine Handy-App. Ja, kennen wir ja alles, ne? Instagram. Ja. Kannst dir heutzutage keinem Profilbild mehr trauen, weil es ist ja alles gefiltert. Ja. Oder Snapchat oder so ein Gedöns, ne? Hat er vorausgesehen. Genau. Also es war schon ziemlich gut. Ja. Stimmt. War ja damals noch gar nicht so. Hm. Genau. Wieder angekommen ist halt das passiert, was wir schon erwähnt haben mit Cassandra. Und der Plan von den Ladies ist es jetzt, Achilles zu entführen und zu ihn zu bringen. Ja, aber Hockenberry will jetzt erstmal schon aus purer Neugier, weil es hat ja auf den Olymp und sehen, was mit den beiden Robotern, die vor Zeus gestanden haben, auf sich hat. Und ja, dort wütet Ares ziemlich herb und Agamemnon ist tot. Und Achilles ist damit der neue Anführer. Er ist der neue König. Er ist Kalif anstelle des Kalifen. Genau. Wobei wir denken, dass Agamemnon tot ist. Ja. Das ist eine falsche Information. Ja, aber das ist die Information, die da noch weitergegeben wird. Ja, richtig. Es ist auf jeden Fall Chaos und die Ilias ist jetzt definitiv nicht mehr wie früher. So eine Scheiße. Ähm, da sagt er doch so schön, we are not in the Ilias anymore, Toto. Ne? Eine Anspielung auf den Zauberer von Oz. Okay, die ist im Deutschen nicht drin. Das ist ja geil. Doch, ist die nicht drin? Doch, ist drin. Hat er also auf mich mit Toto gesagt? Er hat das mit Toto gesagt. Und dann musste ich jetzt überlegen, Toto, Toto? Und dann, ach ja, Zauberer von Oz. Ja, okay, das hab ich dann überlesen. Ja. Cool. Es wird auch so angedeutet, dass die Moravex von Hera zerstört wurden. Und die Szene endet einfach damit, dass Hockenberry den Auftritt von seiner Göttin Aphrodite und ihrer Muse sieht. Und dazu kann ich nur eine Sache sagen. Oder mit einem Wort, Scheiße. Ja, genau. Verdammt. Denn sie kann ihn sehen. Oh ja. Ja, auf den Ringen oben ist Damon irgendwie enttäuscht vom Look. Er hat sich was Paradiesisches vorgestellt. Und das ist irgendwie alles kaputt im Arsch. Alt, staubig. Und es hängen überall konservierte Leichen rum. Oder schweben. Weibliche Leichen. Nee, ich glaub, da ist alles noch dabei. Ja? Ja. Ich glaub, es waren nur weibliche. Ich meine primär weibliche, aber es sind ... Ja, okay, später sehen wir noch andere, die aus den Tanks. Auf jeden Fall wirkt alles beschädigt und kaputt. Und Sabi bemerkt, dass bei allen Leichen etwas aus dem Hals und dem Bauch rausgerissen wurde und gefressen wurde. Man hat wohl auch ihr Herz gefressen. Und dann kommt wieder Simmons, der Meister des Cliffhangers. Es bewegt sich etwas. Jetzt wird es noch mal einspielen. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, bitte. Züge den Knaller. Irre. Ich brauch das Soundport hier anders gelagert. Das verschwindet immer, wenn ich weitermache. Wir setzen jetzt wieder ein bisschen weiter vorne an. Denn wir sind jetzt noch an dem Punkt, wo ein Streitwagen die Mora weg zum Olymp schleppt. Und da Mahmut kein Altgriechisch kann, lässt er sich per Direktlink quasi von Orfu das synchron übersetzen. Weil die Übertragung der Daten würde zu lange dauern. Und da erfahren sie halt auch, dass der Gott, der sie gefangen genommen hat, Apollo ist. Oder wie ich ihn jetzt nur noch nenne, Bogenbernd. Das ist ja aber dein Hawkeye eigentlich, oder? Ja. Wie gesagt, ich hab's. Stimmt. Letztens schon in der Folge von Die dritte Macht, wo wir jetzt unser Format Two Guys One Cap haben. Auch über Hawkeye gesprochen. Und ein Patient von mir nennt ihn immer Bogenbernd. Und das find ich total geil. Ja. Deswegen hab ich das für mich übernommen. Und Apollo ist für mich jetzt auch Bogenbernd. Ja, das ist genauso gut. Das ist der Götterbogenbernd. Ja. Und aufgrund der Daten, die sie halt von den Göttern wahrnehmen, denkt Orfu halt, dass die Götter definitiv von der Erde kommen müssen. Und ja, irgendwie droppt Toys gleich den nächsten Schock. Denn er versteht Englisch und kann es auch sprechen. Ja. Er weiß mal wieder mehr als alle anderen. Also ich hab immer mehr, hatte da schon immer mehr den Verdacht, dass er der Einzige ist, der wirklich weiß, wo sie herkommen. Was später sich ja auch noch so ein bisschen bewahrheiten wird. Wir erfahren's noch nicht, aber wir wissen definitiv, dass er's weiß. Ja. Und man sitzt jetzt dort über sie, ähm, vor Gericht. Das Problem ist auch, sie haben ihren Apparat nicht und sie können ihn auch nicht fernsteuern. Also sie müssen direkt da dran sein und können dadurch überhaupt nix machen. Nach dem Gericht kommt jetzt halt Hera auf sie zu und beleidigt sie auf Englisch, das was sie ja vorhin schon gesagt haben, solche wie ihr. Ja. Sie muss also wissen, was sie sind. Und dann blitzt es und Mahlmuth hat den Blackout. Vorher war's jetzt auch schon so, also der Anfang des Buchs, den fand ich, der hat gut gezogen. In der Mitte hat sich so ein bisschen abgesackt und ab jetzt nimmt die Geschichte so kontinuierlich Fahrt auf. Jetzt tritt er richtig aufs Gas, finde ich. Denn, äh, Hockenberry schleicht sich jetzt raus und er kriegt noch mit, wie Aphrodite ihm alles in die, in die Schuhe schiebt. Er hat die Technologie geklaut und er führt nur Böses im Schilde. Was schon peinlich genug ist, dass ein Sterblicher den Göttern die Technologie klaut. Diese dumme Bitch, Hockenberry will Hera jetzt alles verraten, weswegen ihr folgt. Dazu komm ich gleich noch. Weil das führt dann nicht nur dazu, dass er jetzt zu dem Moment kommt, wo es sich dann richtig überschneidet, wo sie mit den Moravecs spricht. Und ich hab nicht verstanden, warum will er Hera alles stecken? Warum meint er, dass sie die richtige Person dafür ist? Das fand ich so ein bisschen konstruiert. Er hat es jetzt nur gemacht, weil es die Möglichkeit ist, damit er zu den Moravecs kommt, elegant. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass er das wollte, hab ich überlesen. Ja, es wird auch nur kurz erwähnt und ich fand das auch echt so, er will ihr das stecken. Und ich dachte mir nur so, warum, warum will er ihr das verraten? Wieso vertraut er ihr? Ich würde eher Zeus vertrauen als ihr. Naja, vielleicht, weil er Zeus eben nicht vertraut und die sterbste Opposition zu Zeus ist dann immer noch Hera. Das ist richtig. Ja, aber mein Gedankenbergang war zum Beispiel, weil Aphrodite vor allem was gegen Athene hat, mit Athene zu sprechen. Ja, aber gerade nachdem sich Hera ja auch so übelst über die Moravecs ausgelassen hat, wäre ich auch nicht als erstes zu Hera gegangen. Ähm, also zu Athene wäre er vielleicht auch, hätte er vielleicht auch nicht gehen sollen, weil er hat sie gerade erst, äh, dargestellt. Das, ja. Und das ist die Frage, er kann ja gar nicht wissen, was ist mit Athene in dem Moment gewesen. Vielleicht weiß sie das sogar. Also, da wäre ich vorsichtig. Ja, aber da glaube ich ganz ehrlich, da hat einfach Simmons nicht dran gedacht. Also, das wirkt tatsächlich so nach dem Motto, es ist nur ein kleiner Punkt und damit habe ich das geregelt. Ja, wahrscheinlich. Ja, wirklich. Hätte man ein bisschen eleganter machen können, aber das war jetzt der schnelle Weg. Ja, ja, genau. Sodass er sie dann jetzt tasert. Mhm. Mit einem Götter-Taser, natürlich. Genau. Den er ja von ihr bekommt, äh, ja, eigentlich die Standardausrüstung der Scholiker. Ja. Dass das Ding auch bei ihr funktioniert, wusste er eigentlich gar nicht so wirklich. Das war einfach Brumm. Das war der Blitz, den nämlich auch Mahnmut gesehen hat. Mhm. Puh. Aber schön an der Szene ist doch, warum er sie tasert, ne? Ja, also du sagtest ja gerade, dass er erst überlegt, ihr die Wahrheit zu sagen und so. Und dann sagt sie halt diesen Spruch, solche wie euch konnte ich noch nie leiden. Und da sagt er ja, das habe ich im 20. Jahrhundert zu oft gehört. Mhm. Und rastet halt aus. Und das ist ja eigentlich eine schöne Szene, finde ich. Ja. Also, äh, sie ist schon eine kleine Rassistin, ja. 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 Ja, der verhält sich dann nur noch Folge, richtig. Richtig. Ja, ne, du fressst auch einen. Sehr passend, finde ich auch. Ja, er kloppt sie. Ja. Er macht das Känguru. Ja, genau. Wenn du einen Nazi siehst, dann musst du ihn boxen. Ja. Wahre Worte, weise Worte. Ja. Ja. Und genau das tut er. Ja, auf Götterart. Jedenfalls kommt Hockenberry mit den beiden ins Gespräch und er möchte als erstes Mahnmut teleportieren und dann Orfu, weil beide zusammen wären zu viel Masse. Und da weiß er nicht, er weiß generell nicht, ob das gut funktionieren würde mit dem Teleportieren, aber lieber möchte ich das erstmal mit dem kleineren probieren, weil das nochmal ein bisschen weniger Masse ist. Dann könntest du überhaupt erstmal testen, als dass das gleich mit dem großen Dicken macht. Und ne, dann geht's vielleicht schief. Nach einer Diskussion mit Mahnmut ist es dann allerdings so, dass er überzeugt wird, es andersrum zu machen. Er bindet sein Antigravitationsgeschirr, was vorher meines Wissens nicht erwähnt wurde, oder? Bin mir nicht sicher, ob mit dem Fliegen reicht. Vielleicht gehört das einfach zur normalen Ausstattung. Weil Stoßpanzer und so weiter wurde erwähnt, das jetzt aber nicht, aber das lassen wir mal beiseite. Das montiert er quasi um Orphus Restkörper, um ihn ein bisschen schweben zu lassen und teleportiert dann mit ihm. Denn Mahnmut ist einfach viel zu loyal. Es ist ihm wichtig, dass sein Freund der Hilflose als erstes gerettet wird. Außerdem hat er noch was vor, er will nämlich noch die Ausrüstung holen und deswegen besorgt er sich vorher noch von Hockenberry den Hadeshelm, mit dem er unsichtbar wird. Und nach keinem Moment zu früh geht das alles los, nachdem er Hockenberry halt weg teleportiert ist, denn draußen scheint irgendwas los zu sein. Und Hera scheint direkt wieder zu erwachen, weil, naja, der Taser wirkt bei ihr wohl nicht so lange. Aber er kann halt auch von ihr nicht mit dem Helm gesehen werden. Spioniert eben. Gott sei Dank, nur nicht bei Aphrodite. Ja. Auf jeden Fall sind sie für ihr Treffen danach am Kaldersee, am Ufer des Kalder, äh, ne, Kalderasees, so. Es ist spät. Zur Info ist es kurz vor Elf für die Hörer. Haben sie dann verabredet und die Teleportation war auch für Hockenberry erfolgreich. Die sind nämlich jetzt in dem alten Lager von Agamemnon. Und, äh, damit die Soldaten, ja, sie in Ruhe lassen, behauptet er, dass diese schwebende große schwarze Muschel den Göttern geweiht ist. Also lassen die normalen Soldaten schön die Finger davon. Fiffige Idee. Ja. Aber momentan auch etwas gefährlich, wenn sie sich doch gegen die Götter wenden sollen. Aber es reicht ja für die normalen Soldaten. Er sucht jetzt ja Achilles direkt auf, weil er will, äh, er weiß, dass er jetzt den Angriff gegen die Götter plant. Er hat ihn ja dazu aufgehetzt. Äh, äh, und für die damaligen, äh, Menschen, beziehungsweise die Menschen in diesem Mythos, äh, sind solche Roboter ja auch nix allzu schräges, weil sie kennen es ja aus der Ilias, ne. In der Ilias hat der Gott Hephaistos, äh, ähnliche Wesen, also künstliches Leben geschaffen. Das heißt, so die Grundidee künstlichen Lebens ist denen schon geläufig. Aus ihrer eigenen Story sozusagen. Genau, darauf wollte ich dich ansprechen. Das habe ich mir auch geschrieben. Das kommt erst später, aber das war so ein Punkt. Michael-Fragen. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das wäre damals für unser Themenjahr der künstliche Mensch eigentlich ideal gewesen, aber davon hatte ich keine Ahnung. Ich habe da einen längeren Artikel drüber geschrieben, auch in Bezug auf künstliche Frauen und so weiter. Den können wir vielleicht einfach in den Shownotes verlinken. Ja, machen wir. Ich sage, es werden jetzt eh so viele Links, also von daher. Das wird ein, oh Gott, das werden so lange Shownotes. Ich habe, oh Gott. Es geht wieder auch weiter auf dem Ring, denn Damon bemerkt nämlich etwas, was Hamann angeht. Der ist in den letzten Stunden, Tagen doch schon sichtlich gealtert. Und wir erfahren wieder einmal, dass die Menschen, die Nachmenschen wirklich von Zeitreisen besessen gewesen sein müssen. Es wird auch so angedeutet, dass die Nachmenschen vielleicht auch die Moravec erschaffen haben. Und während ihrer Erforschung dieser Station finden sie halt auch diese Reparaturtanks. Ähnlich wie es halt auch die Götter hatten. Und die sind sogar aktiv. Und noch besser. Da drin sind Faxportale. Weil mit diesem, nennen wir es mal Freefall Tower Lift, kommen die nicht mehr runter. Sie sind in der Klinik. Genau. Richtig. Ja. Und diese Klinik sieht dann doch nicht so toll aus. Also in den Tanks läuft alles gut. Ein paar sind vielleicht kaputt. Und draußen sieht man überall man könnte sagen Ersatzteile rumfliegen. Und man sieht irgendwo ein paar mehr. Das ist ein Buffet für den echten Kalibarn. Der treibt sich da oben rum. Und frisst Menschen. Ja. Früher hat er nur die bekommen nach ihrem fünften Zwanzigern. Aber das hat ihm irgendwann nicht mehr gereicht. Dann hat er auch angefangen die Nachmenschen anzuknuspern. Und alle möglichen Leute, die auch manchmal so hochgebeamt werden. Also es kommt wohl nicht jeder mehr nach seinem Zwanziger wieder zurück. Aktuell. Dann immer weniger Menschen. Vielleicht deswegen. Sie sind ja halt auch vor von einer Million ausgegangen. Wollte ich gerade sagen. Ja. 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 Ist ja gerade mal noch ein Drittel davon. Er hat halt kontinuierlich geknuspert. Genau. Hat es sich gut gehen lassen. Mhm. Knusper Knusper Knäuschen. Mhm. Und der fängt sie dann auch ein. Ja. Mit dem Netz. Und schon geht's wieder weiter auf dem Olymp. Denn ja. Jetzt geht's halt wirklich Schlag auf Schlag. Jetzt werden die Kapitel auch immer kürzer. Ja. Und ich sehr begrüße. Ja. Ich finde das gut. Ja. Ja. Es ist jetzt halt wirklich wie im finalen Film. Der Schnitt auf Schnitt auf Schnitt auf Schnitt auf Schnitt. Mhm. Genau. Denn Mahnmut bricht jetzt auch in das Lager ein, in dem er seine Ausrüstung weiß und findet dort alles, was er da gelassen hat. Doch jemand kommt und sein Helm macht halt auch nur ihn unsichtbar. Also vorher hat er schon gedacht, muss doch jetzt komisch aussehen, wenn einer kommt und da ist mal ein Laserstrahl, der schneidet und der kommt mitten aus der Luft. Und leider ist es aber auch so, er hat jetzt den Apparat, aber der Helm macht den auch nicht unsichtbar. Und der Sender braucht, muss Kontakt herstellen, um aktiv zu werden. Das ist drin schwierig, weswegen das mehr Zeit braucht. Es klappt zwar und auch Mahnmut lädt alle Daten hoch, doch es kommt, was kommen muss. Es klopft an der Tür. Und in genau diesem Moment ist die Sendung fertig und das Ding schmilzt ein Strahl durch die Decke. Also ordentlich Saft hinter. Das ist mal ein starker Sender. Ja, für die Entfernung brauchst du das auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht eine Funkwelle, die geschickt wird, das ist ein Energiestoß. Oder wie wir es auch aus manchen Sci-Fi-Büchern und Sendungen kennen, dass dann über einen Laserstrahl punktgenau kommuniziert wird. Ja. Mahnmut nutzt jetzt das Chaos und flüchtet und taucht mit diesem Apparat im Kaldersee ab. Der ist zwei Kilometer tief und dadurch ist er erstmal geschützt vor den, ja, vor den Göttern, die jetzt garantiert auf ihn aufmerksam geworden sind und ihn jagen. Wie macht dieser Druck ja nichts aus? Richtig, er ist ja ein Tiefseemodell. Für den sind zwei Kilometer. Pille-Polle. Ja. Das ist wie für uns in die Badewanne steigen. Man bedenkt, wie wir sehen, dass mehr auf Europa ist. Ja, Hockenberry will jetzt Achilles auch überzeugen, mit Hector und den Trojanern Frieden zu schließen, um den Olymp zu stürmen. Odysseus zeigt sich halt auch als ein weiser Berater für Achilles. Also egal in welcher Form, Odysseus ist ein kluger Kopf. Ja. Da war auch schon meine erste Frage, hängen diese Odysseus und der Odysseus bei Damon zusammen? Darüber haben wir aber schon diskutiert mit Wissen von später. Und dann gibt es eine episch lang und toll ausgeschriebene Ankleidesequenz von Achilles. Und ich hatte nur etwas im Kopf, nämlich ich bin Iron, äh, Entschuldigung, Bronzemann. Diese Ankleidesequenz aus dem ersten Teil. Weil es wird wirklich so zelebriert wie jede Armschiene, der Brustpanzer, dass es genau festgezogen wird, dass er locker genug sitzt, um sich bewegen zu können, aber auch fest genug, damit es nicht scheuert und er Schutz hat. Das ist aber auch eine ganz klassische Darstellung. Das wird traditionell so gemacht. Und zwar normalerweise eben auch vor dem Zweikampf mit Hector. Da machen die das beide und dann wird das so abwechselnd dargestellt. Und das wird lustigerweise in der Verfilmung von 21 Jump Street, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber im ersten oder im zweiten Teil wird genau diese Szene durch den Kakao gezogen. Ein bisschen so dargestellt wird es ja auch in Two Towers in der Verfilmung. Ah, stimmt. Jetzt habe ich die Szene, die du meinst. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Theoden lässt sich ja auch entsprechend ankleiden. Da reden sie noch so. Also das stimmt. Aber es ist ein sehr klassisches Heldenmotiv. Ja, ja. Dieses Bereitmachen für den Kampf. Das siehst du auch im modernen Film, wenn sie erstmal alle ihre Ausrüstung überprüfen und dieses Vorbereiten auf den Kampf in sich gehen. Das wird immer gerne zelebriert, ob im Film oder in antiken Geschichten. Aber es zeigt sich halt, das ist ein altes Erzählmuster, was seit Jahrhunderten verwendet wird und nie alt wird. Und es gibt es tatsächlich, ich muss ja gestehen, dass ich gestern Abend wirklich nochmal diesen Troja-Film geguckt habe, diesen Elendigen. Aber auch da wird es genauso dargestellt. Gerade, was Michael gesagt hat, in der Zwischen Hector und Achill kurz vorher, wobei die ihre Rüstung anlegen, genau im Wechsel dargestellt. Also da gibt es diese Szene auch. Genau. Und ich überlege gerade, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, sie steht womöglich sogar so in der Ilias drin. Aber bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ah, okay. Ich habe da mal einen Aufsatz drüber geschrieben, auch in die Show Lones schreiben. Aber das ist zehn Jahre her, ich erinnere mich nicht mehr. Sehr berührend. Hockenberry macht das einzig Richtige. Er packt ihn und teleportiert mit ihm zu Hectors Haus. Und dort ist Hectors Kind angeblich von Athen und Aphrodite förmlich zerfetzt worden. Wie wir später mehr oder weniger indirekt erfahren, es war die Mutter des Kindes. Sie hat es zum Zweck getan, um ihn in den Krieg zu treiben. Und wow, die Frau hat ihr eigenes Kind geopfert, um das höhere Ziel zu erreichen. Dazu gibt es später noch, also im nächsten Band noch mehr Informationen. Ja, ja. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, aber es zeigt halt, also der Frau ist es ernst. Ja, schon krass. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es völlig richtig ist, dass da im nächsten Band noch was zugesagt wird. Rechtfertigt sie selbst es ja in diesem Fall damit. Sie weiß ja durch die Prophezeiung der Kassandra, die durch Hockenberry bestätigt wurden, dass wenn Troja eingenommen wird, wird ihr Sohn von der Stadtmauer geworfen und getötet. Und damit rechtfertigt sie das ja so ein bisschen. Er würde so oder so sterben. Und wenn ich so eben die Stadt retten kann, dann mache ich das. Aber wie gesagt, da kommen noch Erklärungen dazu. Ja, war es aber trotzdem schon herab, das selber zu tun. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das ist ein Riesenopfer, aber auch krass. Das war der Lady Club. Club der Rate Ladies. Ja, Achilles sagt ihm, also das sieht halt auch, dass sie jetzt Brüder im Kummer sind und dass er mit ihm zusammen gegen die Götter kämpfen soll. Und in dem Moment teleportiert jetzt Athene mit der Muse rein. Und ja, die kann natürlich sofort Hockenberry identifizieren. Und Apollo ist auch dabei. Und der legt natürlich die richtige Reaktion direkt auf Hockenberry an. Und schnipps, nächste Szene. Es geht jetzt Schlag auf Schlag auf Schlag. Denn unsere drei befinden sich im Lager von Kalibarn, sind dort gefesselt. Und er fängt sehr, ich sag mal wirklich wirr an, über Seteboss, seinen gestrengen Herren und Gott zu reden. Dieser konnte nicht aufsteigen, weil die Welt darunter zu viel Tant und Frust ist. Und ich hatte immer so, wie Kalibarn da beschrieben wird, wie er spricht, hatte ich immer Gollum im Kopf. Mhm. Ja, ja. Aber ich hab's, also im Englischen war das jetzt so, dass ich den Eindruck hatte, er imitiert wahrscheinlich auch wirklich Kalibarns Sprache in der Sturm. Weil das war so ein altertümliches Englisch dann auch. Ist im Deutschen wahrscheinlich dann ähnlich, oder? Ja, aber trotzdem hat es was Wirres an sich. Als ob er mit sich spricht teilweise. Ja, ja. Und es wird ja auch gesagt, es ist ein Verhalten, als wenn er spielen würde, Prospero zu sein. Ja. Ich hatte mir notiert, Kalibarn brabbelt unverständliches Zeug. Also ich kann das ja mal kurz ergänzen. Ich hab einen Teil des Buches auch als Hörbuch gehört. Und das, was Raphael gerade sagte, also was Kalibarn erzählt, wie er erzählt, das kommt auch in Detlef Bierstedts Interpretation Gollum sehr nahe. Deswegen kann ich gut unterstreichen. Das ist wirklich so, ja. Wir erfahren, dass Kalibarn tatsächlich auf dem Befehl von Setebos beziehungsweise von Prospero die Nachmenschen betötet hat. Äh, was ich noch sagen wollte. Ich hab ja vorhin schon gesagt, wofür Kalibarn ja eigentlich steht, für das Ungebändigte, das Animalische, etwas, was ich nicht sagen darf, das nur selbstbestimmt ist. Und dieser Kalibarn wirkt wie ein trauriges Abziehbild. Er ist ja genau das Gegenteil. Er wünscht sich das. Er wünscht sich das zu sein. Selbstbestimmt, mächtig, groß. Aber im Endeffekt ist er ein kleines Häuflein-Elein, was eigentlich nur versucht, dem gestrengen Vater, der ihn ständig verprügelt, doch nachzueifern, dass er derjenige ist, der die Macht hat, der strafen kann. Weswegen er das wahrscheinlich auch so genießt, weil er, ähm, er tötet seine Opfer ja nicht, vor allem nicht die drei. Er spielt mit ihnen. Er zeigt ihnen seine Macht, seine Dominanz. Ich mein, was haltet ihr davon? Irre ich mich da? Oder ist es wirklich so, dass er das damit auslebt, was er gerne können würde? Dass er so ist wie sein Herr, aber was er nicht sein kann, weil er das unterste Glied ist. Er ist irgendwie ein armes Würstchen eigentlich, der hier mit den Menschen, die nach oben kommen, seine Gier nach Wacht auslebt. Das, was er so nicht kann. Genau. Und Kalibaren sind auch die Sechs und die Steingesichter nicht unbekannt. Haben wir schon mal die nächste Verbindung, auch von dieser Ebene. Wir können sie zwar nicht zeitlich einordnen, aber es kann ja theoretisch auch danach spielen etc. Das ist halt noch schwierig einzuordnen, aber das ist bekannt. Und ich hatte wieder aufgeschrieben, dass Kalibaren halt wie im Wahn, wie in einem religiösen Wahn, wirklich redet. Also er ist definitiv davon überzeugt, dass sein Meister etwas Göttliches an sich hat. Und ja, Damon fleht immer ständig Savi an, sie soll ihn doch töten, weil er merkt auch schon, dass der sich immer mehr in Rage redet, dass er vielleicht gleich unkontrollierbar wird. Sie ist ja die Einzige, die eine Waffe hat. Genau. Richtig, ja. Und mit dieser Flaschettkanone erschießt sie ihn, allerdings nicht tödlich. Sie trifft ihn zwar in der Brust, aber er springt sie an und tötet sie mit einem Kehlenbiss und zieht sie danach runter in den Schleim. Hm. Arschkarte. Ja. Also, denn so leicht stirbt er ja noch nicht. Nee, nee. Wahrlich nicht. Ja, in Ardys Hall macht sich jetzt Ada Sorgen um Hannah, denn sie hatte letztens ihren ersten Zwanziger beendet und ist damit in die Klinik gefaxt worden. Haha, scheiße. Und wir erfahren auch jetzt ein bisschen, wie viel Zeit vergangen ist, denn sie hat mit Savi, Demon und Haman schon seit vier Wochen nicht mehr gesprochen. Und mittlerweile besuchen immer mehr Leute Odysseus, meistens Männer. Und, ja, Odysseus schien auch was gewusst zu haben, aber er hat das Maul nicht aufgemacht. Warum? Er hatte Hannah nur geraten, nicht durchs Fax zu gehen. Aber warum er ihr nicht gesagt hat, warum, verstehe ich nicht. Das nicht der Rat. Ich darf das nicht verraten. Ja. Weil der Autor es so will. Weil man mir das gesagt hat. Der Autor hat es ihm gesagt. Er will mysteriös wirken. Es wird auch definitiv beschrieben, dass die Männer, die ihn besuchen, alle samt immer mehr muskulös, braungebrannt und bärtig werden. Ja, sie eifern ihm sehr nach. Ja, wobei sie ihm am Anfang ja so ein bisschen verlacht haben auch, ne? Als er gesagt hat, so, wir gehen jetzt quasi joggen. Oder was? Das ist ein Hindernisparcours im Wald und da haben die alle so ein bisschen geschmunzelt. Und dann haben die sich aber alle dann doch irgendwie eines Besseren besonnen und ja, haben sich dann verändert. Und ich hatte hier schon meine Anmerkung, stellt er etwa eine Armee auf? Ja. Ja. Definitiv. Denn es bringt ihn nicht nur, macht sie nicht nur fit, gibt Kampftakt, nein, er bringt ihnen auch die Philosophie der alten Griechen bei. Er spricht wirklich wie ein Erlöser, wie Jesus zu seinen Jüngern. Aber ... ... ist Sparta. So ungefähr. Ada hält allerdings nicht mehr viel von ihm. Erstmal war er ein Arsch zu ihrer Freundin. Und seine Philosophie, wirklich der Altmenschen, die er da teilt, ist nicht das, was sie sich vorgestellt hat. Sie hatte, glaube ich, eher so eine leicht romantischere Vorstellung. Du bist ja verklärt. Und er treibt sie auch aus ihrer Komfortzone raus. Weil für sie war das ja völlig in Ordnung. Das musste auch so sein, dass sie entscheidet, wann sie schwanger wird und von wem und mit diesem Reservoir. Und sie braucht da den Kontakt nicht und auch eine echte Zeugung mit Hamann. Wie krank ist das denn? Und so einige andere Sachen. Sie merkt halt, dass das nicht nur so ein paar Schritte in die Richtung sind, sondern dass sie so vielen positiven Sachen, die ihr auch der goldene Käfig bietet, entsagen müsste. Und das passt ihr gar nicht so. Im Grunde genommen eine umgekehrte Entwicklung wie Damon durch. Ja, stimmt, stimmt. Obwohl sie ja vor der Schlüsselpunkt war, der beide zusammengebracht hat. Also sie war ja der Grund, warum Damon kam. Sie hat ihn daher gelockt. Weiter geht's allerdings jetzt wieder mit Hector. Denn der rammt Apollo um und ersticht ihn auch gleich. Achilles schlitzt dabei Athene auf. Und Hector trennt Apollo auch noch den Arm ab. Ja, jetzt geht's heiß her. Oh ja. Ja. Und was machen die Lederate, Ladies? Sie greifen die Muse an. Den Göttern bleibt nichts anderes übrig, als zu flüchten. Und Achilles will am liebsten gleich hinterher und will alles abschlachten und dabei sterben. Er ist voller Blutrausch. Da kennt er sich ja mit aus. Nicht der hellste, aber... Aber geil fand ich an der Stelle eben auch, dass die Muse so in Panik ausbricht, dass sie vergisst, sich wegzuteleportieren, sondern wegläuft. Ja, stimmt. Das fand ich ganz klasse. Hector zeigt sich aber als der definitiv ruhigere und auch der taktisch klügere Mann. Denn er reagiert überlegter und sagt, dass wir erst mal unsere Truppen sammeln sollten und dann den Olymp belagern. Und Hockenberry soll sie dorthin transportieren. Und da habe ich mich auch gefragt, wieso trauen die beiden ihm? Er war bis eben noch ein Bote der Götter. Und ich habe nicht mitbekommen, dass die anderen Damen ihnen gesagt haben, dass er dagegen ist. Ich meine mal, es kann sein, dass sie es mitgekriegt haben. Ja, okay, die Götter haben auf ihm angelegt. Bei Achilles wird es erklärt, weil Hockenberry tritt ja in Gestalt der Mutter des Achilles, der Tetis, auf und sagt, ich werde dir jemanden schicken, der dir hilft. Genau, stimmt, das ist Hockenberry. Aber bei Hector kann ich mich jetzt an keine parallele Stelle erinnern. Es wird einfach nicht erwähnt, aber wie gesagt, bei Hector könnte man es so erklären, der wirkt ja eh besonnener. Der sondiert erst mit die Lage und er hat halt auch festgestellt, die haben auf diesen Mann angelegt. Also muss er ein Feind der Götter sein. Okay, das kann ich kaufen. Und wenn es Achilles schon mehr oder weniger mit Hockenberry in Form seiner Mutter quasi schon dargelegt wurde, nee, das kann ich kaufen, das passt. Also die Belagerung ist dann halt auch nicht, was Hockenberry eigentlich wollte, aber ich sag mal, so langsam kann er sich echt dran gewöhnen, dass seine Pläne nie so hundertprozentig aufgehen. Aber er hat ja noch was anderes zu tun. Er portiert nochmal schnell an den Caldera-See und rettet Mahnmut, der halt auch schon beim Auftauchen unter Beschuss steht. Und dadurch ist er halt auch noch ziemlich heiß. Also der See hat sich ordentlich aufgeheizt unter dem Beschuss, würde ich mal sagen. Seit dem Ereignis jetzt mit dem Tod von Sabi sind jetzt schon ein paar Wochen, einige Zeit vergangen. Das zieht sich jetzt alles über so ein paar Wochen hin. Sie sind natürlich erst mal noch tierisch geschockt von Saris Tod und sind lange überhaupt erst mal regungslos, sind nicht fähig, sich zu bewegen. Sie haben ja auch keine Nahrung. Wasser kann man das da auch nicht nennen, was da fließt. Und so beschließen sie halt jetzt erst mal, die Station zu erforschen. Sie müssen sich auch rauswagen, auch wenn Kaliban dort vielleicht auf sie wartet. und fangen halt auch an sich zum Beispiel von diesen komischen Eidechsen zu ernähren. So eine hatte ja auch Kaliban in der Hand, der er die Augen ausgedrückt hat, so eine Albino-Echse, die er quasi so behandelt hat wie Prosperoin. Also wo er dann wieder dieses Spiel des Prospero noch weitergeführt hat. Und die futtern die roh. Also besonders bezeichnet ist ja hier, dass sie ihren kompletten Wohlstandsspeck verlieren und danach sie abmagern. Ja, sie machen quasi das, was unten die jungen Männer bei Odysseus freiwillig machen. Und langsam machen die auf die harte Tour. Und es ertönt plötzlich ein seltsames Geräusch. Es könnte Kaliban sein, aber man ist sich nicht sicher. Hat er das überlebt? Wie lange braucht er, um sich zu regenerieren? Und es war in der Station immer so ein dunkler, zugewachsener Gang, wenn die sich nicht getraut haben. Den nehmen sie jetzt doch in Angriff. Und die sind schon, naja, primär nur ein bisschen von kleinen toten Eidechsen das rohe Fleisch gezutzelt. Die sind abgemagert, die sind müde, die sind fertig. Das ist Dauerstress. Und beim Einschlafen denkt Damon tatsächlich schon über Selbstmord nach. Ja. Und Hamann hatte volles Verständnis dafür. Also sie sind beide mittlerweile auf dem Punkt. Tiefer geht's nicht mehr. Weswegen sie, glaub ich, auch jetzt dieses Risiko aufnehmen und an diesen für sie anscheinend gefährlichen Ort gehen. Weil sie haben nix mehr zu verlieren. Ja. Das ist ja dann auch eine ganz schöne Szene, wo Hamann dann so ganz sachlich zu Damon sagt, also falls du beschließt, dich umzubringen, sag mir vorher bitte noch Bescheid. Mhm. Und Hamann entschließt sich halt dann auch irgendwann durch diesen zugegangenen, äh, durch diesen zugehangenen Shot zu gehen. Sind halt immer noch durch ihre Thermoanzüge per Funk verbunden. Und Damon fragt ihn, was er sieht. Und dann hört er über Funk eine ganz andere Stimme, die ihm sagt, er sehe wundervolle Dinge. Und zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer das ist. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich auch gedacht, es könnte auch Kaliban sein, der ins Spiel mit ihm spielt. Ja. Auf jeden Fall. Richtig, ja. Weiter geht's halt auch wieder bei den Griechen. Und, äh, ich weiß nicht mehr, wo, wie der noch mal auftaucht. Ich hab mir nur den Namen aufgeschrieben. Der griechische Jantenna. Antenor. Ich weiß nicht, das musste ich mir aufschreiben. Ansonsten hab ich zu diesem Mann nichts. Auf jeden Fall beobachtet Mahnmut, wie sich dann die Generäle auf dem Feld treffen und auch die Heere und sich langsam zusammenschießen. Man sieht nur das Gerede, die kriegen nichts viel mit. Und plötzlich hört man dieses Jubeln aus hunderttausenden Stimmen über das Schlachtfeld brechen. Man hat sich geeinigt und sie sind alle begierig darauf, in die Schlacht zu ziehen. Naja, ich sag mal halt, Achilles und Co. dürften ja auch sehr charismatische Anführer sein, die ihre Leute motivieren können. Ja. Die das verkauft haben. Wir werden Legenden sein. Wir ziehen gegen die Götter in den Krieg. Wir werden unser Schicksal selbst bestimmen. Und Mahnmut ist sich nur bewusst, dass in 54 Minuten etwas geschehen wird mit dem Apparat. Er weiß noch nicht was, aber es wird geschehen. Und Zeus passt das alles überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Zeigt ja, was für ein Arsenal ihm noch zur Verfügung steht. Der zeigt mal, wer der Chef ist und schmeißt mit etwas, was ich als Atombomben empfunden habe. Das ist eine Atombombe. Ja, eine Fusionsbombe, aber ... Als Einschüchterungsmittel eben. Was bei den Griechen also überhaupt nicht funktioniert. Das heizt die erst so richtig an. Das war doch dann sogar noch so, dass statt des Atompilzes so ein bisschen das Gesicht des Zeus dann zu sehen ist. Ja, ich glaube auch. In so einer Wolke. Ja, ja, genau. Ja, wenn schon Bomben mit Stil. Ja. Wieder mit Stil, ja. Natürlich. Wir haben holographische Pferde. Denkst du, der wird da nicht noch irgendwas machen, dass dann holographisch dein Gesicht da reinkommt? Ja. Also, ich nehme das schon ernst, was da passiert. Aber das ändert nichts an ihrer Einstellung. Richtig. Nee. Stilvoll geht die Welt zugrunde. Auch sehr stilvoll ist der Besitzer der Stimme, die wir vorhin gehört haben. Es ist Prospero. Beziehungsweise nicht direkt Prospero. Er bezeichnet sich als eine fühlende Aufzeichnung. Und er gibt ihnen auch eine Info, wie sie wieder runterkommen können. Nämlich, ihr Sony ist draußen. Ihr eigener Sony. Ariel hätte ihn programmiert, sich abzuholen. Also, der Deal steht immer noch. Und Savis Aussage, dass dieses Ding nicht für den Raumflug tauglich ist, war einfach falsch. Und da dachte ich mir auch schon, einerseits wirkt das sehr menschlich, andererseits denke ich mir auch, das war ein ganz fauler Move. Also, ich hatte es so verstanden, als hätte Ariel das so umprogrammiert, dass der Raumflug damit möglich ist. Nee, also, es wird wirklich gesagt, dass Savi einfach Mist erzählt hat. Ah, okay. Also, eigentlich hätte sie in den 300 Jahren, die sie wirklich gelebt hat, es eigentlich rausfinden müssen. Es sei denn, sie hatte nun wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber das kann man ihr eigentlich nicht abnehmen. Ja. Also, entweder war sie nicht so schlau, wie sie getan hat, oder da lief noch was anderes. Ja, wir erfahren auch, dass Kaliban schwerst verletzt ist. Und wir bemerken halt auch immer mehr, dass Damon, also, so habe ich sie etwas empfunden, mehr der vernünftige, tapfere Mann wird, dass er taktisch denkt und nicht immer nur auf sich bezogen, sondern auf alle. Denn während Harman einfach nur noch flüchten will, komm, wir verpissen uns jetzt und hinterlassen das. Ich werde hier nicht mehr jünger gemacht. Ich muss hier raus. Komplett egoistisch. Sagt Damon, nein, wir haben eine Verantwortung, wir müssen diese Stadt zerstören. Ja. Die Klinik muss vernichtet werden. Oder die Klinik, ja. Damit niemals jemand wieder da hochbierst wird. Genau. Die haben quasi die Rollen getauscht. Mhm. Und ich muss sagen, Damon fühlt sie besser aus aktuell als Harman vorher. Weil Damon ist momentan tatsächlich, hat nicht einen egoistischen Grund dahinter, wie Harman, der ja eigentlich nur länger leben will. Damon macht es tatsächlich, der einfache Weg und für ihn komfortable Weg, wir einfach überlegen und runter. Er könnte ein gutes Leben weiterführen, das wäre ihm scheißegal. In der Klinik würde alles weiterlaufen wie bisher. Ja, das würde ihn aber nicht tangieren. Der würde sich einfach nicht hochwachsen lassen. Das wäre das Gleiche. Ja, aber er würde wesentlich gefressen dabei. Ja, stimmt. Aber stattdessen. Ja, aber er altert ja. Aber so oder so. So, wie wir vorhin schon erwähnt haben, oder ich glaube, genau, Jörg hat das gefragt, ob ja Moravec auch ein Freund von Simmons war. Denn an den erinnert sich nicht an den Wissenschaftlern Samsmoravec erinnert sich Hockenberry und seine Theorien zur künstlichen Intelligenzen, wo ich nur dachte so, natürlich, die Brücke müssen wir auch noch schlagen. Wird danach nicht weiter erwähnt, aber irgendwie fließt alles bei einem gewissen Herren zusammen. Ja. Troja wird, es ist halt komplett voll mit Panik, es herrscht Tumult, weil die Stadt wird wirklich von den Göttern angegriffen. Und Cassandra spricht davon, dass ihr Tempel mit Blei verkleidet ist. Ich frage so, warum? Aber auch gleich gewusst habe, das wird noch mal wichtig. Wir wissen ja, Blei schützt vor so einigen Strahlungen. Strahlung zum Beispiel. Scannern und, und, und in der Science-Fiction. Hockenblick. Ja. Aber Hockenberry soll jetzt erst mal los und Hector suchen und bekommt noch von Helenda ein Abschiedsküsschen. Oh. Ja, Romantik. Ja, oder Manipulation. Manipulation, wer weiß es schon. Aber ich möchte so ein bisschen an eine leichte Verbindenheit von den beiden glauben. Ich bin doch manchmal eine kleine Romantik-Sau. Oh. Für Damon ist es ja mittlerweile so, dass wirklich die Grundlage seiner Welt und das Erkennen der Realität, wie sie wirklich ist, die Optionität der Klinik und dass die Ringe im Endeffekt nur noch ein zerfallener alter Haufen sind, das hat ihn, glaube ich, jetzt so endgültig gebrochen. Aber dadurch scheint er freier zu sein. Er ist erwachsener geworden. Ja. Für ihn stellt sich halt auch das Problem, weil er will jetzt ja die Klinik zerstören. Aber es sind ja noch die Leute in den Tanks drin. Und ja, die, die noch drin sind, kriegen sie raus. Die brauchen ungefähr 48 Stunden, bis sie fertig sind. Und der Plan ist natürlich so, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es keine Neuaufnahmen mehr gibt. 48 Stunden durchhalten und dann machen wir hier mal ganz ordentlich Bumm. Wo natürlich bei mir sofort die Alarmglocke schrillte, Aha, Hanna ist da drunter. Ja. War ja auch klar, es wurde vorher angegeben. Ja, ja. Aber das stellen sie natürlich erst zu spät fest. Ja, klar. Aber bei der Führung dort stellen sie halt auch noch fest, dass die Nachmenschen nicht tot sind, sondern dass sie fortgegangen sind. Und dass sie wohl als erstes zum Mars gegangen sind. Ich glaube, das hat Ihnen Prospero erzählt, ne? Ja, genau. Wo wir schon wieder so denken, Aha, eine Verbindung. Allerdings haben sie jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, die Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Auch wenn sie natürlich im All schwebt. Nämlich einen Asteroiden mit einem Partikelbeschleuniger drauf. Und den wollen sie anheizen und auf die Stadt zu steuern. Dies würde halt auch ungefähr 50 Stunden dauern, bis das eintritt. Wie passend, ne? Passt. Nein, nein, das ist ja die Zeitspanne, die sie brauchen. Das heißt, ich glaube, diese Zeitspanne wird dann tatsächlich so programmiert, damit sie die Zeit haben, alle zurückzufaxen. Okay. Meine ich, oder? Also ich hatte das jetzt wirklich so eher empfunden, das sind 50 Stunden auch wie passend. Ja, eben schon, habe ich auch so gesehen, ja. So gerade passend gemacht. Weil Prospero programmiert das Ding ja schließlich. Warum soll er das nicht so einstellen können, dass es 50 Stunden dauert, damit sie die Zeit haben? Ja, aber da hält man so. Aber egal. Naja. Ja, spielt ja keine Rolle. Er hätte noch ein paar andere Sachen machen können. Genau. Dies wird zwar kein Massensterben herbeiführen, wie gewisse andere Meteoriteneinschläge auf der Erde in der ganzen Zeit, aber es wird wohl schon einige Leben auf der Erde kosten. Ja, so viele leben ja nicht da. Ja, aber trotzdem, da macht's dann ja auch was aus, ne? Also bald verstreut. Es geht dann auch für uns auch weiter mit Hockenberry und er trifft beim Verlassen der Stadt auf Mahnmut und Orpheus. Orpheus. Äh, meine ich doch auf Orpheus. Ja, hier hat's mal wieder meine Spracherkennung Orpheus draus gemacht. Man stellt fest, dass die Bomben halt diese Fusionsbomben waren, also wir lagen richtig. Und das, was ich ja vorhin angesprochen habe, Mahnmut merkt an, dass die Rekonstruktion seiner Erinnerungen durch die DNS unmöglich ist. Und dass er generell die Existenz, also die Geschichte seiner Existenz von Mahnmut, äh, von Hockenberry anzweifelt. Und ich meine, jetzt erfährt Hockenberry überhaupt erst, dass er sich auf dem Mars befindet. Ja. Ja. Stimmt. Jetzt dachte er immer, er wäre auf dem Olymp, aber nicht, wo er sich wirklich befindet. Olymp ist ja schließlich auch ein Berg in Griechenland. Also, ja. Vor allem belagern ja die Griechen den Olymp auf der Erde. Ja. Mahnmut erzählt auf jeden Fall dem Hockenberry nämlich von dem Apparat. Und Hockenberry hat dann noch einen Plan und teleportiert auf den Olymp, auf dem Mars. Doch das, was wir ja vorhin schon uns gedacht haben, Zeus entdeckt ihn, er kann ihn sehen. Und so wird ihm halt auch noch seine restliche Technologie genommen und er wird abgeführt. Knast. Wie bitte? In den Knast. Ach, ab in den Knast. Ja, ja. Oben auf den Ringen lauert Kaliban noch irgendwo und treibt ein grausames Spiel mit ihnen. Es ist halt nicht so, er will nicht einfach nur seine Beute haben und fressen, er will Spaß haben. Er ist halt ein unglaublich einsames Wesen auch. Ja. Ja, und sehr sadistisch. Ja. Ja. Ja, so wie sein Herr und Meister zu ihm. Genau. Denn wer ist Zeteboss? Er ist der Gott des 11. Septembers, ein Auschwitz-Gott. Ja. Harte Worte. Finde ich auch krass, ja. Und wir erfahren, dass Odysseus sich in der Zeit verirrt hat. Das ist ein Teil der Odyssee durch Zirze oder auch, wie sie genannt wird, Ceres. Es ist aber nicht der Odysseus, sondern eher so etwas wie eine Variante. Ja, genau. Da hatte ich das jetzt mit der Variante. Ja, richtig. Da hatte ich nicht so ganz verstanden mit Kirke. Das ist ja klar. Aber wieso Kirke da mit Ceres gleichgesetzt wird, das habe ich nicht so recht begriffen. Aber vielleicht kommt das im nächsten Buch noch. Ich hatte jetzt sowas gedacht, weil es sonst ja auch nicht darauf dacht, dass vielleicht Ceres vielleicht auch so eine Art KI oder ähnliches ist. Aber das könnte sein. Ich hatte jetzt halt... Ach, Moment. Klar. Ich hatte an Ceres als den lateinischen Namen für Persiphonie, die Landwirtschaftsgöttin, gedacht. Aber Quatsch. Natürlich. Warum sollte der auf einmal auf Latein genannt werden? Da muss sich was anderes hinter verbergen. Hast recht, ja. Ja, keine Ahnung. Du kennst das zweite Buch. Ich noch nicht. Ja, ich kann mich ja nicht dran erinnern. Es ist allerdings so, dass die letzten 24 Leute im Tank wohl, also die noch drin sind, die noch nicht rausgefaxt wurden. Die scheinen tot zu sein. Arme Hannah. Aber weiter im Text geht es mit Mahnmut und er will mit Hector und Achilles reden. Ja, allerdings nimmt man ja auch nicht so ganz ernst. Er frotzelt wieder so ein bisschen mit Orfu und Mahnmut beginnt dann doch noch alle zu warnen, dass etwas in 30 Sekunden passieren wird. Und dieses Kapitel endet in bester 24-Manier. Eine Sekunde vor Ende des Countdowns. Oh. Hey. Ich sag ja, die Kapitel werden immer kürzer. Ja, ne? Ja. Weiter geht es für uns mit Hockenberry in seiner Zelle. Zeus spricht mit ihm und kriegt quasi so seinen Bond-Bösewicht-Moment. Denn er will ihm alles erzählen. Seinen ganzen Plan. Nur bei der Frage, wer sie wirklich sind, hat er doch irgendwie keinen Bock mehr. Und geht. Ja. Aber immerhin sagt er ihm, ich werde jetzt die gesamte Menschheit vernichten. Ja. Bond-Bösewicht. Aber da muss sich auch volle keiner an Bond denken, ja. Erwarten Sie etwa, dass ich rede? Nein, Mr. Bond. Ich erwarte, dass Sie sterben. Ja. Und noch die weiße Katze streicheln. Ja. Ja. Dort erleben wir allerdings jetzt das Ende des Countdowns. Wie wird es beschrieben? Es kommen Feuerspeere runter und es tauchen Truppen überall auf. Schwarze, gepanzerte Truppen. Auf dem Ring wird allerdings Hannah tatsächlich aus einem der Tanks befreit und atmet noch. Sie ist nicht tot, aber auch nicht mehr wirklich gut, wirklich sehr viel am Leben. Also die ist so an der Grenze zum Tod. Es zeigt sich mal wieder, dass Damon immer mehr zum Macher wird seit seiner Erkenntnis. Und Hermann, ich will es nicht sagen, langsam lethargisch wird. Der hat ja seine Aufgabe. Hermann hat überhaupt keinen eigenen Antrieb mehr. Der möchte am liebsten sterben. Das ist ja auch schon als, und dafür mache ich nicht nur sein höheres Alter jetzt verantwortlich, als, es heißt ja, wir haben zwei Häute und drei Leute, also Thermo-Häute. Denkt Hermann sofort, ja, ich opfere mich, das ist doch besser. Sie ist jung. Und vor allem so nach Motto, sie ist wertvoller. Ich bin nutzlos. Der ist so richtig so, ich bin Abfall. Der ist lethargisch, der hat keinen Bock mehr, der will nicht mehr. Und Damon packt ihn mal wieder und sagt ihn halt auch so, Nein, ihr müsst euch abwechseln. Ihr tragt jeder das Ding so und so lange, damit ihr nicht auskühlt. Ein bisschen Luft ist ja da, nur nicht viel. Und Damon erklärt ja nachher, wenn er wieder auf der Erde ist, auch sehr schön, was ihm da diesen Antrieb gegeben hat. Nämlich Wut. Und das ist ja eben auch wieder eine ganz schöne Anspielung. Weil, also Wut oder Zorn, damit fängt ja das ganze Buch an. Wenn Hockenberry anfängt zu erzählen, da sagt er ja Rage auf Englisch und so weiter. Und da sind wir natürlich auch wieder bei der Ilias, weil in der Ilias geht es ja nicht um den Trojanischen Krieg. Es geht um den Zorn des Achilles. Das ist ja das zentrale Thema. Und so ist auch eben das zentrale Thema dieses Buchs irgendwie Zorn. Und das ist halt das, was den Damon hier antreibt. Fand ich auch sehr cool. Ja, er sagt jetzt auf jeden Fall, sie sollen sich abwechseln und er würde jetzt den Sony holen. Aber als er gerade durch das, ich sag's nochmal in Anführungsstrichen, Fenster, also er, ich glaub so wie es beschrieben wurde, was er wie in Kraft fällt, ne? Als er dort durch will, greift ihn Kaliban an und es beginnt eine Niedrig-Schwerkraft-Schlägerei. Da lässt er seinem Zorn mal richtig Lauf. Oh yeah. Während der Schlacht, also der Belagerung vom Olymp, senken sich jetzt Transport-Sphären herab. Ne, Quatsch. Senken sich jetzt neben Sphären herab, die quasi wie ein Transporter funktionieren und schaffen einen Durchgang zwischen Erde und Mars. Ja. Eher. Das sind ja verschiedene Portale, die ja gebaut werden. Einmal zwischen Jupiter und dem Mars und aber auch zur Erde, ne? Ja. Allerdings landen halt auch noch so genügend Transportschiffe. Also das ist ja kompletter Niedergang. Ja, aber stimmt, stimmt. Es kommen ja halt auch wirklich Moravec aus den Sphären raus. Aber du siehst bei einigen halt auch den Olymp auf dem Mars. Ja. Genau. Weil das ist ja jetzt der Weg, den die Griechen und Trojaner nehmen müssen. Genau. Genau. Denn die Moravec hatten selber schon Experimente mit der Quantentunnel-Technologie gehabt und hatten schon mit den, wie haben sie es genannt, die Stein- oder die Ringwechs. Steinwechs waren das. Bei mir sind das die Belter sozusagen. Ja. Ich meine, sie wurden auch irgendwie mal als Ringwechs bezeichnet. Die Gürtel aus Expanse. Genau. Ja, ja, genau. Die so generell so ein bisschen als Eigengeld ein bisschen streitlustig. Ingerich, ne? Und die haben wohl in den letzten Jahren, ja, da hat Koros sich drum gekümmert, die haben quasi aufgerüstet. Die haben jetzt eine Armee aufgestellt mit schwer bewaffneten Fluggeräten, gepanzerten Vax. Und mit dieser Quantentunnel-Technologie greifen sie jetzt ein. Und wir sehen allerdings auch, wie die kleinen grünen Männchen mit ihren Booten anlaufen. Die fahren jetzt auch zum Olymp. Verbünden sich mit denen. Ich hatte hier noch stehen, also in welche Richtung greifen wir nun an? Ja, stimmt. Also ganz simpel. Es gibt Sphären in unterschiedliche Richtungen. Ja. Bei der Schlägerei zwischen Damon und Kaliban führt Damon einen sehr schönen Konterangriff aus, bei dem ich mal einen sehr charmanten Kampfsportfilm zitiere. Er nutzt die Technik, der Tiger greift die Perlen. So kann man es ausdrücken. Er quetscht ihm die Eier, aber richtig. Er hat sich vorgestellt, er würde einen Orangen oder so was ausquetschen wollen. Ja, also Damon hat definitiv keine Angst mehr. Der Zorn hat alles weggewischt. Und nutzt eine nicht schlechte Taktik, um Kaliban Herr zu werden. Weil Kaliban ist trotz Verletzung ihm körperlich immer noch massiv überlegen. Vor allem, weil er hochgradig geschwächt ist. Er umklammert ihn und lässt sich mit ihm durch das Kraftfeld treiben, durch das Fenster durch. Weil er kann mit seinem Anzug ja im Vakuum bestehen. Kaliban dürfte wahrscheinlich eher Probleme haben. Aber es ist nicht sicher, ob er das nicht trotzdem überlebt. Ja, er hält es auf jeden Fall länger aus, als erwartet. Muss dann jedoch aufgeben und schafft es gerade so wieder rein. Damon erreicht den Sony und kann ihn auch nach etwas probierend starten. Und auch wenn es ihn reizt, wieder das Thema Zorn, mit Kaliban weiterzuspielen, rettet er seine Freunde. Also er lässt sich zwar vom Zorn treiben, aber er ist trotzdem auch vernünftiger geworden und stellt den zurück. Sondern konzentriert sich eher auf das wichtige Ziel. Mit etwas Herumprobieren schafft er es halt auch, im Sony Sauerstoff einzuführen, auch Wärme abzugeben. Und ja, er lädt Haman ein und Hanna und kann sie gerade noch rausfliegen, bevor der Meteor draufstürzt. Er fliegt förmlich durch die treibenden Trümmer und es erfolgt, Entschuldigung, es muss ich so sagen, der Rücksturz zur Erde. Ja. Ja, es passt aber ganz gut. In diesem Trümmerregen stürzt er halt zusammen mit runter. Es ist noch kein elegantes Landen. Also ich dachte mir so, es lief wirklich wie ein Actionfilm auch von meinen Augen ab. Du hattest das gerade sehr schön gesagt. Das war mir beim Lesen, glaube ich, gar nicht so bewusst geworden. Du hast gesagt, dass Damon, er kriegt seinen Zorn in den Griff und widmet sich halt dem Gemeinwohl stattdessen. Und das ist ja genau das Umgekehrte von dem, was Achilles tut. Achilles genießt seinen Zorn quasi, den er durch Agamemnon bekommen hat und lässt aktiv zu, dass seine Griechen halt geschädigt werden und nicht gegen die Trojaner gewinnen. Das ist sehr schön, weil Damon hier genau das Gegenteil macht. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, bis du das gerade gesagt hast. Ja, schön, wenn man auch was dazu beitragen kann. Ja, die Meteore, die jetzt zu beobachten waren auf dem Feld von Ilium, haben damit nichts zu tun. Erst dachte ich auch so, oh, das ist eine Überschneidung. Nein, es sind einfach, wie gesagt, nur diese Transportschiffe, der Gürtelwechs oder der Steinwechs. Und eigentlich wollen die das Kommando übernehmen, aber Mahnmut macht relativ schnell klar, wir sind die beiden einzigen Überlebenden der Mission. Dadurch sind wir jetzt die Kommandanten. Und er macht ihnen auch klar, das ist hier nicht der Mars, das ist die Erde. Und das ist wahrscheinlich dadurch entstanden, dass sich deren Quantentunnel, dem sie experimentiert haben, irgendwie mit einem Quantentunnel auf dem Olymp verschachtelt hat. Also ihr wisst ja, nie die Ströme kreuzen, ne? Ja, ja. Die wurden einfach umgeleitet. Aber damit ist einfach auch völlig klar, dieser Apparat war nie eine Bombe, er war ein Transporter. Nur darum, den Quantentunnel anzupeilen und kapern. Kapern. Ja, beziehungsweise dorthin selbst einzuschaffen. Diesen Quantentunnel, dass sie den gekapert haben, war ja ein Unfall. Ja, weil selber hätten sie keinen erzeugen können, also ohne, dass sie jetzt irgendjemanden dahin gebracht hätten. Also direkt dorthin. Es ist so wie mit Wurmlöchern, wo man erstmal die eine Hälfte des Wurmlosers an die Stelle bringen muss. Ja, dafür war ja der Apparat da. Ja, dafür war dann der Apparat da. Und der hat sich dann mit jemand anders gekreuzt. Genau, da kam die Strahlenkreuzung und, naja, ist ja immer schlimm. Ja, Umleitung. Ja. Ja, und dann kommt, ja, mein Gott, da gab's auch die Frage. Bist du ein Gott? Und dann sagt man gefälligst ja. Ja, da hätte man auf jeden Fall ja gesagt. Und da war für mich auch diese Anmerkung, was ich ja vorhin schon gesagt habe. In der Ilias gab es Roboter- beziehungsweise Gehilfen-Michael-Fragen. Wunderbar, ja, das hat's ja schon vorausgenommen. Alles erledigt schon. Ja, und so verkauft sich halt auch Marmuth, weil einige der Griechen halt den Roboter nicht trauen. Aber er verkauft sich halt als so etwas und dadurch lassen die es das darauf beruhen. Hockenberry taucht dann halt auch auf, sieht sehr erschöpft aus und, naja, er punktet recht gut mit seinen Taten und dadurch steigt er relativ hoch im Ansehen der Griechen. Er wird quasi förmlich wie ein Fürst bezeichnet und soll auch so angekleidet werden. Was bedeutet, ein anderer hochrangiger Soldat muss sich nackig machen. Und er soll sich vorher bitte die Läuse und Flöhe rausschütteln. War später noch mal einfach nur so ganz lezent angemerkt, warum zuckst du immer rum? Es krabbelt etwas unter meinem Ländenschutz. Fand ich sehr schön. Das war schön, ja. Das ist so eine Kleinigkeit. Es ist richtig schön. Denn auf jeden Fall will er jetzt wieder mit ihnen auf den Olympus Mons. Bei Ardys Hall sieht man halt jetzt die Trümmer der Meteore von der Ringstation. Und es sind auch irgendwie plötzlich alle Servitoren aus der Funktion. Sie sind plötzlich kaputt. Man sieht auch keine Wojnichse. Und man fragt sich, geht die Welt unter? Und ich mochte die Antwort von Odysseus. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Abwarten. Passt ja auch. Sie sind jetzt eigentlich ganz gut vorbereitet mit Odysseus zusammen, dass sie auch ohne das überleben können. Ja. Man befürchtet einen nuklearen Winter. Ohne Nukula. Und ja, der Sony von den dreien, die jetzt nur noch zwei sind, der stürzt in der Nähe ab. Sie erzählen ihre Geschichte und auch Arda bemerkt, dass Damon plötzlich viel älter und reifer klingt. Was ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Und auf die Frage, ob man sie nicht wieder zurück zur Klinik faxen soll, weil sie doch verletzt und kaputt sind, löst sich so diese Spannung. Es ist einfach dieser Moment, dass die wirklich dann sowas von befreit und herzhaft anfangen zu lachen. Weil es ist ja schon, es ist, es bebehrt dich einer gewissen Ironie und ich glaube, es ist einfach nur die Spannung, die gerade von diesen beiden abfällt. Ja, genau. Da kommen wir gerade her. Die gibt's nicht mehr. Um den Olymp herum sammeln sich jetzt die Götter zum Kampf und auch die Menschheit mitsamter Moravex und der kleinen grünen Männchen, die sammeln sich auch. Also wir sehen eine bombastische Schlachtvorbereitung. Ja, es folgen dann auch sehr lange Truppenbeschreibungen, Truppenbeschreibungen, Truppenbeschreibungen. Das habe ich ein wenig übersprungen. Und Zeus fragt, ob sie noch etwas zu sagen haben, bevor sie sterben. Und Achilles, ja, in seinem Zorn, der Typ ist nicht der Hellste, er muss provozieren. Ergib dich, dann lassen wir deine Göttinnen am Leben und machen sie zu unseren Sklavenen und Kurtisanen. Kurzum, sie dürfen für uns putzen, kochen und danach nageln wir sie durch. Ja, provoziere einen Gott. Ja, starke Worte, ne? Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Es sei denn, du hast die richtige Technologie, wie wir aus diesem Roman gelernt haben. Ist immer nur provoziert. In Ardys Hall hat Damon jetzt zwei Tage geschlafen. Sein Arm, der von Kaliban so stark verletzt wurde, also er hat ja mit ihr immer die Bisse abgewehrt. Die Wunden wurden zwar mehr oder weniger durch den Anzug wieder verschlossen, aber der war schon ziemlich zerfetzt, ist zwischenzeitlich von Odysseus genäht worden. Also er hat beim Aufwachen tatsächlich Angst, dass das nur von Stromschmerzen sind und er amputiert wurde. Aber alles ist tutti, der Arm ist zwar geschwollen, lässt sich kaum bewegen, er ist aber sehr froh, dass sich wenigstens die Finger so ein bisschen reagieren und er wird ihn wohl behalten. Die Faxknoten sind jetzt auch außer Betrieb und wie gesagt, es gibt keine Woinigse mehr zu sehen und auch das Turiner Tuch funktioniert nicht mehr. Und wir erfahren fast nebenbei, dass das Turiner Tuch von Odysseus und Savi bewusst verbreitet wurde. Er hätte den Prototyp aus weiter Ferne mitgebracht. Um die Menschheit auf den kommenden Krieg vorzubereiten. Ja, genau. Dann wissen Sie schon mal, was das so bedeutet, was ihr erwartet. Ja, vielleicht nicht mehr, dass sie wissen, was es erwartet, weil das, was ja in den Turiner Tuch dargestellt wurde, war ja sehr heroisch. Ich meine das allgemein. Ja, das war Kriegspropaganda. Das hat dafür gesorgt, dass die Leute dafür, glaube ich, erst empfänglich wurden für seine Botschaften. Dass sie das, ich möchte auch so heroisch sein. Ich möchte auch ein gestählter Mann sein, der für alles kämpft und für Ehre. Das musste erst mal so ein bisschen indoktriniert werden. Stimmt. Und wieder natürlich die Anmerkung der Zeitreise. Das wird ja immer so gerne rein, lässt man so gerne reinfallen, es muss was zu bedeuten haben. Oh, das ist der größte rote Hering, den ich seit langem wieder gesehen habe. So neben den Multiversum bei Marvel, was bis auf Loki immer wieder geteased wurde und nie gekommen ist. So, aber wir hatten ja schon vorher Orfu, der sich Überlegungen gemacht hat, ob gewisse fiktive Personen real sind. Und Haman denkt halt auch, dass der Prospero auf der Station auch real war und vielleicht dort eingesperrt war, genau wie Kaliban. Mhm. Und dass man die jetzt aus Versehen befreit haben könnte. Mhm. Kaliban ist wahrscheinlich tot, aber die Entität Prospero, naja, sie scheint nicht auf einen Körper angewiesen zu sein. Der Prospero, der hatte eben noch etwas gesagt, das hatten wir, glaube ich, übersprungen oder ich habe es urzeitbedingt überhört. Der hat nämlich erklärt, dass Setebos und die Voynix durch eine kleinere Misskalkulation aus der Dunkelheit in die Welt gekommen wären. Stimmt, das haben wir vergessen. Ah, okay. Das deutet ja auch wieder darauf hin, was der eine von den Movarek schon vermutet hatte, dass man vielleicht irgendwie Tore irgendwo hingeöffnet hatte, die man besser nicht hätte öffnen sollen. Ja, mit ihrer ganzen Transport- und Zeitreisetechnologie. Genau. Und dann kann man auch mal ganz schnell in die falsche Richtung bohren. Genau. Mit den ganzen Quanten und so. Ja, und deswegen möchte er jetzt mit dem Sony auf Tour gehen quasi und die Voynix suchen und angreifen. Er will den Krieg zu ihnen tragen. Er will sie von ihm, uns noch unbekannten, Vorhaben-Abhaar erhalten. Er spricht, wie ihr vorhin ja auch schon mehrfach erwähnt habt, von dem wirklichen Krieg, der noch kommen wird. Aber Damon hat vorher noch einen Plan. Also, wegen Zeitreise ist dann auch der Gedankengang, sind die, die er da ausbildet, quasi die Griechen, die dann später, also die Nachfahren davon, die Griechen, die da später angreifen. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon die Idee mit dem Kreisschluss. Aber das werden wir am Ende des zweiten Buches sehen. Damon ist voll dabei, aber er hat vorhin noch etwas anderes vor. Er will nämlich die letzten Juden aus dem blauen Stahl befreien. Aus dem Jerusalemer Faxstrahl da. Nicht, dass er die geringste Ahnung hätte, wie das gehen soll, aber, naja, ist ein guter Plan. Nur das Vorhaben ehrt ihn. Ja, aber ganz ehrlich, er wusste vorher von den anderen Sachen auch kein bisschen. Er hat es trotzdem geschafft. Das gibt Motivation. Gegen Ende kommt auch nochmal so eine schöne Vermischung zwischen Ilias und Ilium. Hatte ich gerade eben vergessen. Und zwar, wenn Mahnmut vor Odysseus steht, also jetzt beim Kampf um Troja, da spricht Achill den Mahnmut an und sagt dann irgendwas zu ihm. Und dann sagt Mahnmut, I am no man. Also ich bin kein Mann. Und das ist eine ganz schöne Anspielung, weil das sagt Odysseus ja zu dem Kyklopen, Polyphem, dem stellt er sich ja vor, ich bin niemand. Und später, wenn Polyphem geblendet ist und seinen Brüdern zu erklären versucht, wer ihn geblendet hat, sagt er ja, niemand hat mich geblendet, niemand hat mich geblendet. Und dann sagt der Odysseus zu Mahnmut, haha, niemand? Das merke ich mir. Das ist halt auch wieder so eine Anspielung, durch die Ilium eine Vorlage der Ilias wird irgendwie. Sehr witzig. Herrlich. So, jetzt sind wir auch im letzten Kapitel. Wir sind wieder in Indiana, 1200 vor Christus. Es ist drei Wochen nach dem Beginn des Krieges, also nach dem Beginn der Belagerung. Und hier wieder mal hat meine Spracherkennung zugeschlagen, es ist Pockenberry. Also Hockenberry will seinen Kollegen Kies zurückholen. Der will aber nicht. Dieser Klammer, Karl, was hat diese Spracherkennung draus gemacht? Der will nicht zurück, denn er lebt jetzt bei den Indianern und anstatt ihre Sprache zu lernen, die ist ihm zu kompliziert, bringt er ihn lieber Griechisch bei. Und auch so einige andere Sachen von den Griechen. Und Hockenberry zeigt sich auf jeden Fall, dass er genau weiß, in welchem Jahr er jetzt ist. Denn er findet die Vorstellung sehr amüsant, dass spätere Archäologen dann in einem indianischen Dorf Scherben von griechischen Tongefäßen etc. finden könnten. Genau, genau. Ja, sie unterhalten sich noch und verabschieden sich, denn er will nicht gerettet werden. Er will nicht in diesen Krieg. Was Hockenberry auch findet, naja, wenn das jetzt wirklich so passiert und wenn sie keinen Erfolg haben, wird dieser Krieg sich über die ganze Erde ziehen, weil sie wollen die ganze Menschheit auslöschen. Aber da hinten Heldserville auch nicht weg, weil er, glaube ich, auch da jetzt Familie hat. Der ist zufrieden. Genau, der ist auch da zufrieden, der ist da angekommen. Vor allem im Gegensatz zu den letzten Jahren ist es so, in diesem Dorf weiß er nicht, was als nächstes passiert. Richtig, genau. Und das ist auch das für Hockenberry. Für sie sind jetzt beide in der Situation, dass sie endlich nicht mehr wissen, was im nächsten Tag, der nächsten Stunde oder der nächsten Sekunde passiert. Sie können es nicht mehr vorhersagen und das macht die beiden irgendwie sehr, sehr glücklich. Ja, definitiv. Und das Letzte, was wir noch erleben, ist, dass Hockenberry jetzt wieder zurück zum Krieg teleportiert und damit hört dieses Buch auf. Und wir erfahren noch, dass Patrokläs, Neidenhälser, alle technischen Ausrüstungsgegenstände abgenommen hat und Richtung Troja aufgebrochen ist. Schwimmen. Schwimmen. Da geht's schwimmen. Ja, eben über den Atlantik. Ja, dass er ihm das auch locker zutraut. Wenn es einer schafft, dann der. Ja, was sich jetzt so abzeichnet, ist einfach, wir haben, glaube ich, mit Ardis Hall die Geburt des Widerstandes erlebt. Ja. Und die werden garantiert, also wenn Damon, Arda vielleicht nicht, aber auf jeden Fall Odysseus und Damon nicht ganz wichtige Positionen da einnehmen, würde es mich wundern. Mal gucken, was noch mit Hamann passiert. Arda ist mir momentan auch so ein bisschen so, weiß man nicht, aber Damon und Odysseus dürften, glaube ich, sehr wichtige Rollen einnehmen. Ja, das denke ich auch, dass sie so die zentralen Figuren des zweiten Teils sein werden. Ich habe noch rausgefunden, es sollte tatsächlich verfilmt werden, das Buch. Krass. Ja, und Simmons hätte auch eine tragende Rolle dabei übernehmen sollen. Das war wohl für 2005 das Projekt angesetzt. Wie wir sehen, ist daraus nichts geworden. Schade. Hätte ich gerne gesehen. Als was hätte man das eigentlich verfilmen wollen? Als Film wäre es zu viel. Ja. Also eher eine Mini, mindestens eine Miniserie. Ja. Na, dann hatte ich hier auch noch mal als Notiz, dass Nusphäre sich von dem griechischen Wort Geistvernunft ableitet. Das hast du ja schon erwähnt. Ja. Woll nicht Manuskript, haben wir was zugesagt. Ja, der Rest sind dann noch Notizen zu dem Sturm. Ich hatte mich so teilweise so ein bisschen gewundert über die Savi, weil die ja hammermäßig informiert ist über alles Mögliche. Aber da wird dann halt auch irgendwann mal gesagt, die ist Kulturhistorikerin gewesen. Und darum kennt die sich auch so krass historisch aus, weil das ist ja durchaus bemerkenswert, was die alles weiß. Und ja, das wird dann auch irgendwann noch aufgeklärt. Also, dass in der Zeit, aus der die ursprünglich stammte, sie noch eine normale Historikerausbildung genossen hat. Hm. Na, sehr interessant. Ja. Ja. Dann kommen wir jetzt erst mal noch zu unseren weiteren klassischen Punkten. Was hat dieses Werk inspiriert? Okay, ich glaube, es wurde oft genug gesagt, die Ilias. Ich glaube auch, dass die Ilias was damit zu tun hat. Und vielleicht auch Shakespeare und ein bisschen die Ilias. Aber auch die Ilias. Ansonsten ist es so von der Struktur der Erzählung, ja, es muss sich in vielen Teilen halt auch wirklich der Ilias beugen. Und ansonsten ist es einfach ganz typischer Stil von Simmons. Und ich finde, es hat halt auch so ein bisschen was von so diesen klassischen älteren Science-Fiction-Geschichten, die so ein bisschen was leicht Palpiges haben. Nur, dass das hier wirklich mit einigen handfesten Fakten unterfüttert wird. Ja. Ich finde auch, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die man natürlich irgendwo verorten kann. Wie das Beamen zum Beispiel natürlich. Oder halt, wo du gerade sagst, so palpig alte Science-Fiction. Auch an so Folgen aus TOS, Star Trek. Das ist mit, glaube ich, der Gott, den sie da treffen. Das ist Apollon, ja. Und solche Dinge halt, das wäre so das, ja genau, was mir so spontan einfällt. Oder die Kinder des, ach Mensch. Platons Stiefkinder. Ja. Dankeschön. Ja, ja. Und er nutzt halt jetzt wirklich noch, naja, gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse, geschichtliche Erkenntnisse und erfüttert damit das alles, wodurch es eine viel greifbare und realere Basis hat. Ja, und er erklärt ja auch im Vorwort, da erklärt er in Bezug auf die Ilias, welche Übersetzungen er genutzt hat. Also hat mehr als eine genutzt. Das ist schon mal gut, weil jede Übersetzung ist ja eine Interpretation. Er hat Kommentare genutzt, er hat Fachliteratur genutzt. Und ich hatte ja eben so ein paar Beispiele aufgezählt. Der hat sich da ja Hammer reingekniet. Und Ähnliches erklärt er auch zu Shakespeare und zur Situation auf dem Mars. Und das ist schon bemerkenswert. Und ich finde, abgesehen davon, dass das so wissenschaftlich alles ziemlich cool gemacht ist, hat mir das Buch auch wirklich verflucht viel Spaß gemacht. Ja, ja. Das ist es auch. Er hat ja auch wirklich auch für den Mars, er hat ja in Anführungsstrichen auf Kartenmaterial zurückgegriffen. Und wie das dann wahrscheinlich aussehen würde, hat mit Experten gesprochen, wenn man den terraformen würde. Ja, ja. Also ganz, ganz fasziniert. Was wir ja schon sagten, der, äh, hat eine unglaublich gute Recherche betrieben. Und was wieder charmant war zwischen diesen ganzen großen Ereignissen, ist ja sehr episch. Er wusste genau, wann er wieder so was Kleines einstreuen musste, dass man kurz was zum Schmunzeln hatte. Und manchmal hat's auch die Leute charakterisiert. Genau was wir hier vorhin sagten. Das hat ihn jetzt nicht charakterisiert, aber solche Sachen wie mit den Flöhen in der Unterwäsche. Ja, ja, sehr schön. Also er hat manchmal diesen epischen Moment, das was er ja versucht hat. Er hat ja versucht, die Götter und die Helden der Ilias zu dekonstruieren. Nicht zu dekonstruieren, aber wieder auf den Boden zurückzuholen. Und wenn es zu episch wurde, seine eigene Geschichte, hat er sie mit sowas wieder auch zurückgeholt. Ja. Okay, hat dazu noch jemand was zu sagen? Ich gehe mal gerade durch meine Notizen. Ja, es ist eigentlich auch, was die technischen Sachen angeht oder physikalischen Grundlagen, könnte man es eher mit einer Space Opera vergleichen. Der klassischen Art, wo man die Sachen zwar erwähnt, aber nicht wirklich großartig erklären muss. Also es ist keine Hard Science Fiction, sondern wirklich die klassische Space Opera, die er hier jetzt verbunden hat mit wiederum klassischen Themen und da eine Synthese draus gebaut hat. Also wie ich, habe ich ja zu Beginn schon mal gesagt, ist ganz toll, dass er halt diesen historischen beziehungsweise mythologischen Aspekt mit reingebracht hat, weil mir das Thema auch viel Spaß macht. Trotzdem, es hat hier und da ein paar Längen. Was Raphael schon gesagt hat, gerade so in so Schilderungen der Schlachten und sowas. Ja, da ist es manchmal so ein bisschen zäh, aber verschmerzbar. Ja, da bin ich mir dankbar für meine Fähigkeit des Querlesens. Ja, da kannst du sehr dankbar für sein. Das hatte ich so ein bisschen bei den beiden Movaregs, obwohl ich die als Charaktere beide total gemocht habe, waren mir die Kapitel manchmal zu lang. Also das hat mich manchmal nicht so interessiert. Da war es für mich als Shakespeare-Fan wieder anders. Ja, ja, klar, klar, klar. Und ich hätte heute auch noch einiges dazu sagen können, auch noch deutlich zu der Sturm, aber ich habe das jetzt einfach mal zurückgezogen, weil ansonsten wären wir nicht mehr fertig. Wir können ja vielleicht mal eine Sendung zu Alarm im Weltraum machen, dann können wir nochmal über der Sturm reden. Oh ja, das können wir tatsächlich machen, wäre ich dafür, das kann man mal so dazwischen schieben. Ja, was mir jetzt aus althistorischer Perspektive noch aufgefallen ist, ich habe ja jetzt die ganze Zeit gesagt, wie cool der das alles gemacht hat, wie toll und wie begeistert ich bin und so weiter. Dass man wirklich merkt, wie der sich reingekniet hat. Relativ überrascht war ich dann an einer Stelle, da geht es darum, wie die Trojaner die Griechen zusammenhacken und dann sagt Hockenberry so, ja, meine Studenten damals an der Uni, die hätten gesagt, die Trojaner dezimieren die Griechen. Und dann erklärt er ja, aber die benutzen den Begriff falsch, weil dezimieren heißt damals, wenn im Römischen Reich ein Ort aufständig war, dann wurde jeder Zehnter hingerichtet, um halt wieder für Ruhe zu sorgen. Und da war ich dann total überrascht, weil alles andere so krass gut recherchiert ist, ist das nämlich totaler Blödsinn. Die Dezimation, das war eine Strafmaßnahme im Römischen Heer, wenn ein Heeresteil der Feigheit beschuldigt wurde oder zu meutern drohte, hat man halt jeden Zehnten der eigenen Soldaten hingerichtet. Daher kommt unser Wort dezimieren und das fand ich halt im Kontrast dann so krass, weil alles andere so krass recherchiert ist. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass er hier auf einmal von Römern redet. Da hat er vielleicht nicht mehr recherchiert, sondern irgendwas aus dem Kopf geschrieben. Hat mich jedenfalls überrascht dann, weil es so ein Kontrast ist. Ja, liebe Höris, man lernt hier viel Neues dazu. Ihr habt bald genügend, wenn wir mal irgendwann Partys haben, habt ihr genügend Klugscheißerwissen. Auf jeden Fall. Noch ein kleiner Nachtrag, es heißt Forbidden Planet im Original. Ach, Forbidden Planet, genau. Ist das das nicht mit Leslie Nielsen? Genau, genau, den weiß ich. Ja, und Robby. Robby Roboter. Ja, das müssen wir definitiv überspruchen. Der ist cool. Das machen wir dann aber vielleicht in der dritten Macht. So, dann würde ich nochmal sagen, wir gucken mal, worauf dieses Werk Einfluss hat. Es ist jetzt ja noch nicht so alt, aber naja, okay, also 15, 16 Jahre hat es vielleicht schon ein bisschen Einfluss auf einige Sachen gehabt. Hättet ihr spontan was dazu im Kopf? Soll ich jetzt mal loslegen? Ja, besser ist das, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es sich speziell auf einzelne Filme oder Bücher ausgewirkt hat. Ich sag mal, es ist auf jeden Fall ein guter und großer Vertreter für so Themen, die man aufs erste Hören sehen vielleicht wirklich als Palp bezeichnen würde. Äh, die deswegen vielleicht auch einige Autoren nicht so angefasst hätten, ne? Weil Palp hat ja doch immer was Schlechtes. Das ist einfach nur reine Unterhaltung. Äh, denn Simmons steht ja halt doch immer für verdammt gute Recherche, viel Vorbereitung und das sind halt auch keine Bücher, die man mal so nebenbei mal kurz mal hier ein paar Seiten liest, da ein paar Seiten. Simmons ist immer jemand, den muss man schon ein bisschen länger am Stück genießen. Er ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, dass er kurz schreibt. Es sind zwar öfters mehrere Bücher, aber wie zum Beispiel die Hyperion-Gesänge, aber im Endeffekt ergibt es eine Geschichte. Und, äh, das ist vielleicht eher der Einfluss, den ich bei Simmons sehe, dass er auch andere Leute mal eher dazu bringt, äh, ähm, sich vielleicht auch mehr mehr zu vertiefen, weil ich finde in den letzten Jahren, was eine Sache ist, die mir aufgefallen ist, dass Autoren auch gerade bei Serien oft sich auch wirklich mehr mit den Hintergründen beschäftigen, dass viel mehr auch mal wissenschaftlich oder von den, ähm, generell recherchetechnisch unterfüttert ist. Ob das jetzt an ihm liegt, aber, ähm, vielleicht hat er da auch ein bisschen Einfluss mit drauf gehabt, weil, seien wir mal ehrlich, es gibt immer noch genügend Techno-Gebubble, aber man versucht eigentlich schon immer mehr, das auch ein bisschen zu unterfüttern. Okay, bei ihm ist das Techno-Gebubble, äh, Gebubble, ja, Gebubble auch nicht unterfüttert, aber dafür die wichtigen Teile seiner Geschichte. Ähm, direkter Gedanke dazu, ähm, wenn wir das mal so als Palp auffassen und dann mal vom Klichee oder der bösen Behauptung ausgehen, dass die Science-Fiction niedere Literatur wäre oder sowas, ist das ja auch wieder ein klasse Kunstgriff von ihm, eben dieses Palp mit der Literatur zu verbinden, die wir so als Grundlage der in Anführungszeichen europäischen Literatur betrachten, ne, also quasi Hochliteratur mit Palp zu verbinden. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich sehr spannend. Wobei ich mir aber nicht sicher bin, dass es, äh, außerhalb von Deutschlands Science-Fiction als niedere Literatur angesehen wird. Guter Punkt, guter Punkt, ja. Das ist, glaube ich, nur Deutschlands. Nee, ich glaube woanders auch, aber mich stört eigentlich immer die Sache, dass Science-Fiction als Genre bezeichnet wird. Science-Fiction ist kein Genre. In der Science-Fiction gibt es unterschiedliche Genre. In Science-Fiction kannst du einen Thriller haben, Science-Fiction kannst du eine Liebesgeschichte haben, Science-Fiction kannst du eine Komödie haben. Im Film würde man sagen, Science-Fiction ist vielleicht ein visueller Modus. Das ist das Grundbett, aber es ist kein Genre. Das ist ein Überbau halt. Ja, weil du kannst halt auch Palp in der Fantasy haben, du kannst Palp bei Romanen haben. Das ist dann halt sowas wie, äh, ja, diese Schmonzetten-Schnulls-Romane, die du im Bahnhof kaufen kannst. Das ist dann, könnte man das auch als Palp bezeichnen, nur für, ähm, andere Bücher. Also ein anderes Genre. Es ist mehr die Leinwand, auf der man das Bild darstellt, als das Bild selbst. Und, äh, heutzutage jetzt weniger, aber generell früher war es doch auch, zum Beispiel in Amerika und so weiter. Science-Fiction, das war das, was die komischen Nerds gelesen haben, ne? Kommt drauf an. Ja, aber sagen wir mal ganz ehrlich, äh, viel, es gibt nur wenige Bücher, die früher aus diesem Schatten herausgetreten sind. Selbst solche wirklich großen Werke, wie zum Beispiel Dune, das tun heutzutage immer noch viele und nicht nur innerhalb von Deutschland, als, äh, ist doch irgendwelchen Science-Fiction-Scheiß. Das ist doch wie Star Wars. Tun sie's ab. Ja. Ist die Frage, also ich würde jetzt mal jetzt nicht nur im Science-Fiction-Bereich sehen, aber, äh, die Unterscheidung zwischen E und U-Literatur würde man bei, in Amerika, jedenfalls bei Stephen King, nicht so machen. Ja, das ist mir auch schon mal krass aufgefallen. Da hast du recht. Ja, bist auf Stephen King bezogen, definitiv. Ja, aber auch zum Beispiel. Als Beispiel. Als anderes Beispiel, Salman Rushdie. Das würde ich definitiv als Fantastische oder als Fantasy-Romane beschreiben, was du oft schreibst. Und es ist halt nicht dieses Klassische, aber, äh, da würde auch keiner sagen, das ist aber, äh, niedere Literatur. Nein. Aber dem gibt man dann diesen Namen nicht, weil damit würde man ja dieses Buch herabsetzen. Es ist immer noch so, dass Fantasy und Science-Fiction immer noch so ein bisschen als, naja, der schmuddelige kleine Bruder angesehen wird. Jaja, so mit Ausnahme vom Herrn der Ringe oder so. Ja, genau. Da steht man zu, okay, das ist gut. Ja, es ist ja auch so, wenn man jetzt von jemandem fragen würde, was verstehst du unter Science-Fiction, dann fallen halt auch erstmal so Schlagwörter wie Star Wars, eventuell Star Trek in oder so. Ne, also ich geb da Raphael schon recht, das ist immer noch so ein, so ein, ja, so eine Art Nerd-Ding. Ja, immer weniger, aber es ist halt, es sitzt halt immer noch in den Köpfen drin, weil das ist auch immer noch ein Teil der, der Popkultur, obwohl sich das auch immer mal aufweicht. Es gibt auch nicht mehr immer das Bild des klassischen Nerds, immer weniger. Und wenn wird damit ein bisschen gespielt, aber bis das komplett raus ist, wird auch dauern. Und viele haben halt immer nur diese ganz billigen Romane, Bücher oder Heftchen oder Filmchen im Kopf. Aber das ist dann auch ungerecht. Dann müsste ich halt Schindlers Liste auch mit sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeichen gleichsetzen. Dazu passt gerade ganz gut ein Gedanke, so in der Geschichtswissenschaft, in der Rezeption hat man sich ursprünglich immer so mit Gemälden, mit Opern und sowas auseinandergesetzt, also so mit Hochkultur. So mit Film, Serien hatte man anfangs ein bisschen gefremdelt und dann irgendwann aber doch mal kapiert, ach, sollten wir vielleicht auch mal untersuchen. Und jetzt vor, ich kann gar nicht genau sagen, wie lange das her ist, so jetzt im letzten Jahrzehnt oder so, ist man halt dazu übergegangen, eben auch Science-Fiction, Fantasy und Horror zu untersuchen. Und also ich selber habe da ja zwei Sammelbände zu dem Thema rausgegeben, zur antiken Rezeption in der Science-Fiction und im Fantasy. Jetzt kommt der dritte Teil zum Horror. Und ein paar amerikanische und französische Kollegen haben auch solche Sammelbände herausgegeben. Also es gibt da jetzt mehr und mehr Forschung und jetzt kriege ich die Kurve zu Raphaels ursprünglicher Frage. In der Forschungsliteratur habe ich drei Aufsätze gefunden, die sich konkret diesem Buch widmen, das wir heute besprochen haben. Und das fand ich schon recht bemerkenswert, dass sich also ein französischer Kollege und zwei amerikanische. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, also in der Forschungsliteratur für diejenigen, die das wie ich zu ihrem Beruf gemacht haben, eben zu untersuchen, wie wird Antike in der Fantastik dargestellt. Da spielt das Buch eine Rolle. Also bei uns ist das angekommen. Ich bin sogar erst durch so einen Sammelband auf die Idee gekommen, dieses Buch zu lesen. Ich kannte das vorher gar nicht. Und also bei uns hat sich da zumindest in der Wissenschaft schon ein bisschen was getan und da wird das Buch rezipiert. Was sich halt noch dieser Wandel, wo sich der zeigt, wir haben ja am Anfang auch mal Ghost in the Shell besprochen. Damals noch mit Nils. Sollte ihr gerade noch reinhören. Grüße an Frau und Kind und natürlich auch an dich. Und ja, da wurde auch, das hat auch gezeigt, das ist nicht nur einfach ein irgendein Zeichentrickfilm und Zeichentrick ist für Kinder. Der Manga, ja okay, die Realverfilmung ist besser, aber dieser Anime von damals ist filmisch gesehen toll und hat auch eine so unglaubliche Tiefe und ich weiß noch damals, wir haben einige wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema gefunden, also auf den Film Bezug genommen haben. Und das war halt auch mal so ein Schritt. Das ist ein Film, den kann man Leuten zeigen, die meinen, sowas ist doch immer nur Kinderkram, das ist nichts Gutes, das ist keine echten Schauspieler, also kann das nur Mist sein. Und da steckt ein unglaublich intelligenter Film hinter. Und das war halt auch so einer der ersten Filme, eines der ersten Werke, was da auch so ein bisschen den Wandel mitgebracht hat. Ich denke dann halt auch noch, wo wir halt bei sowas noch sind, an Akira, aber der Film hat halt echt ab einem gewissen Punkt nicht mehr viel mit der Vorlage zu tun. Die ist deutlich komplexer und länger. Ja, aber ja, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber eine gute Richtung fällt mir gerade auf. Ich sag mal, Ilium und Olympos, solche Werke, die gut recherchiert sind, können eigentlich nur helfen, die Rezeption auch von solchen Werken zu verbessern. Ja, das glaube ich auch. Ja, also sind wir uns, glaube ich, allesamt einig. Es hatte noch nicht viel Einfluss, aber wir hoffen, dass es noch viel Einfluss hat, indem es einfach zeigt, sowas kann auch gute Literatur sein. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht haben wir ja mit unserer Aufnahme heute da ein bisschen für gesorgt, dass sich das Ganze mehr verbreitet. Ja, wir haben da schon viel aus der Story erzählt. Weil ich kannte es vorher auch gar nicht. Ja, aber trotzdem, das ist ja immer noch ein interessanter Ansatz. Auch viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, was nehmt ihr denn als nächstes auf? Und ich habe gesagt, ja, das und das. Was? Noch nie gehört. Also vielleicht hat man ja dafür gesorgt, dass es ein bisschen Bekanntheitsgrad gewonnen hat. Ja, hier war gerade wieder der Verzögerungsteufel. Das müssen wir gleich noch, muss ich dann noch im Schnitt regeln. Ja, von Dan Simmons kennt man ja auch eher Hyperion und vielleicht noch Endymion, aber Ilium ist dann eher weniger bekannt. Und durch die Serie halt The Terror jetzt. Ja, also ich würde sagen, mehr Leute kennen The Terror. Also auch die Hyperion-Gesänge kenne ich wenige Leute, die das kennen. Und viele sind auch immer abgeschreckt, wenn sie diese, je nachdem welche Edition man hat in der Größe, 1400 oder 1600 Seiten vor sich hat. Aber sie wissen davon. Aber ihr habt davon gehört. Jetzt werden sie abgeschreckt sind. Sie haben davon gehört. Genau. Ihr habt davon gehört. Das sind die Jack Sparrow-Literatur. Sie haben von mir gehört. Immerhin. Ich überlegte gerade vielleicht, wir hatten ja eben ein paar Mal angesprochen, dass wir am Ende noch überlegen wollten, was da jetzt überhaupt wie irgendwie miteinander verbunden ist. Aber da habe ich gerade überlegt, da das ja im zweiten Teil erklärt wird, ob wir das nicht vielleicht auf den zweiten Teil dann auslagern sollten. Also auf die Besprechung des zweiten Teils. Ja, wir haben ja quasi schon, beziehungsweise ich habe ja schon meine Theorien geäußert. Ja. Also von daher, es ist jetzt einfach mal die Spekulation und beim nächsten Folge kann ich dann mal sehen, ob ich damit recht hatte. Okay. Dann spekuliere ich jetzt auch mal gerade, obwohl ich den zweiten Band ja gelesen habe. Aber was natürlich auch auf der Hand läge wäre, wenn jetzt der erste Band die Ilias ist, könnte ja der zweite Band die Odyssee sein. Also pure Spekulation jetzt. Die Reise von Odysseus und der geht ja auf jeden Fall auf Tour, wie wir am Ende wissen. Ja. Würde ja passen. Taucht mehr auf, ja. Taucht mehr auf. Aber nicht nur er, auch andere gehen auf Reise. Also insofern, es wird gereist. Was für mich auf jeden Fall interessant ist, wird jetzt auch die Struktur des Buches ändern? Also ich bin ja schon so ein bisschen drin, weil das erste ist ja durch die Ilias schon relativ stark gefesselt. Ja. Wird sich das halt auch auf seine Erzählstruktur auswirken? Da bin ich schon sehr gespannt. Also seine Erzählstruktur ist, ich bin gerade dabei, es nochmal zu lesen und sie ist deutlich anders. Also wenn man jetzt die Kapitelstruktur zum Beispiel sieht, es ist massiv anders als diese, als die, als Ilium jetzt. Massiv anders. Die Kapitel sind von vornherein kürzer. Das merke ich schon bei meinen Notizen, die wesentlich umfangreicher jetzt schon sind. Und ich bin noch nicht mal so weit wieder. Es hat, ich glaube, er hat das Buch ganz anders angegangen und ist vielleicht auch ganz gut so, weil es ist ja nicht dasselbe Thema. Er wird nur weiter fortgeführt. Und das ist auch schon mal sehr vielversprechend. Ich würde auch sagen, unsere wirkliche Abschlussdiskussion sollten wir halt dann auch wirklich auf das Ende des zweiten Teils verschieben, weil ich denke mal, wir müssen sowieso, weil es noch so viele Fragen offen sind, da können wir gar nicht alles jetzt richtig ansprechen. Also die richtige Enddiskussion, wie wir sie sonst haben, es fällt jetzt ja gerade schon etwas kürzer aus, einfach durch die Struktur. Es ist als zwei Teile ausgelegt, sollten wir eigentlich erst führen, wenn wir wirklich den zweiten Band fertig gelesen haben. Und wenn jetzt von euch nicht noch jemand was Spezielles sagen möchte, würde ich sagen, wir verabschieden uns und wünschen den Höris noch eine gute Nacht, einen guten Tag, einen guten Mittag, was ihr auch gerade macht. Für uns ist es gerade kurz nach zwölf und mir tut der Arsch weh. Wir haben um sechs Uhr angefangen, muss man dazu sagen. Ja, nicht ganz. Wir hatten vorhin noch mit technischen Problemen. Ja, stimmt. Halb sieben, glaube ich. Genau, halb sieben. Und mir tut tierisch der Arsch weh und ich möchte jetzt über andere Sachen reden als über das Buch. Ich liebe dieses Buch, aber mein Gott, weil da bin ich gerade am Arsch. Und ich habe noch keine Idee, wie ich diese Folge nennen werde. Mal gucken, ob mir noch eine zündende Idee kommt. Ansonsten nenne ich sie einfach so nett 116,5. Okay, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Musik 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 So, ich glaube, man kann sagen, dass das eine recht ausführliche Besprechung des Romans gewesen ist, die euch hoffentlich gefallen hat. Wir werden demnächst auch den zweiten Teil, Olympus, in einer eigenen Folge behandeln, die dann aber voraussichtlich nur bei Jules Bairns Erben ausgestrahlt werden wird. Es lohnt sich also, diesen Podcast im Auge zu behalten, um die Fortsetzung von der heutigen Sendung hören zu können, wenn euch das interessiert. Aber genug für heute. Wir haben jetzt lange genug gesprochen, denke ich. Macht's gut und bis demnächst. Tschöö! Untertitelung des ZDF, 2020